Ich werde mich darum kurz halten. Ich habe vor einer Woche einen kleinen Aufruf über die Mailing-Liste geschickt für eine Tätigkeitsgruppe SwampCare. Wir beschäftigen uns mit diversen Sachen, die hauptsächlich unterstützend sind. Wir wollen dafür sorgen, dass tatsächlich mal etwas passiert und wir wollen die Stimmung aufhellen, die ja wirklich nicht allzu gut ist. Und als kleine Aufheiterung des heutigen Tages haben wir hier ein kleines Geschenk für euch in Form von Clubmart. Hallo, hallo. Ein bisschen raus. Ihr könnt euch hier also herzlich besaufen. Also, ich muss mich ja nicht vorstellen, ich darf nicht sagen, ich habe vor einer Woche einen kleinen Aufruf über die Mailing-Liste geschickt für eine Tätigkeitsgruppe SwampCare. Wir beschäftigen uns mit... So, hallo an alle, herzlich willkommen. Ich möchte erst mal mit einer Danksagung anfangen. Ich möchte mich vor allem bei allen Leuten bedanken, die in diesen Wahlkämpfen so tatkräftig unterstützt haben. Und ich möchte auch meinen Vorstandskollegen für all die Zeit und Energie, die sie in ihr Amt gesteckt haben, nochmal ganz doll danken. Wir haben es mit eurer Hilfe in Sachsen-Anhalt geschafft, elf Kommunalmandate zu erbringen. Wir haben damit die Chance, diesen Landesverband voranzubringen, indem wir nicht nur Sachen fordern, sondern dass wir sie jetzt auch umsetzen können. Wir können darauf einen aktiven Landesverband aufbauen. Des Weiteren möchte ich euch bitten, wenn jetzt ein neuer Vorstand gewählt wird, dass ihr diese Leute tatkräftig unterstützt. Es gab viel Kritik, es gab auch von manchen Leuten den Eindruck, dass wir gegen den Landesverband arbeiten. Dem war nicht so. Ich möchte, dass ihr euren Umgangston etwas zum Besseren wendet. Wir sind eine Partei mit einer offenen Struktur, in der wir jedem die Möglichkeit geben, seine Meinung zu äußern und auch versuchen, jeden anzuhören. Dabei ist es wichtig, dass wir uns nicht durch die Anonymität dazu hinleiten lassen, unseren Umgangston in einen schlechten zu wandeln. Arbeitet bitte kräftig zusammen. Ich hoffe, dass am Ende dieses Tages gute Ergebnisse rauskommen, die unseren Landesverband zusammenbringen. Vielleicht haben wir auch eine Aussprache heute am Landesverband. Es kommt darauf an, welche Theorie beschließt. Und bitte lasst uns diesen Landesverband zu einem aktiven und konstruktiven Landesverband aufbauen. Ich übergebe hiermit an die Wahl, also wir wählen jetzt eine Versammlungsleitung und an die werde ich dann übergeben. Ich möchte die Kandidaten für die Wahl und Versammlungsleitung bitten, sich jetzt vorzustellen. Ja, Herr Stolz, schönen guten Morgen. Danke dir für die Einführung. Für die, bei denen ich nicht bekannt bin, Name Klaus Sommerfeld. Ich komme aus dem Landesverband Thüringer. Ich war zuletzt auf dem APPT auch in der Versammlungsleitung und würde mich hier bereit erklären, bei euch die Versammlungsleitung zu machen. Ich wurde also vor ungefähr zwei Wochen von verschiedenen Piraten angefragt, ob ich mir das überlegen könnte, da es scheinbar hier ein bisschen Irritationen im Landesverband gegeben hat und eine neutrale Versammlungsleitung da vielleicht auch angebracht wäre. Und das biete ich euch an und deshalb kann man einfach etwas fragen, ob ihr damit einverstanden seid, dass man die Versammlungsleitung macht. Ich habe noch einen Helfer, also einen Zweiter, der mich vielleicht, wenn ich zu ermattet bin, ablöst, der Kai Felske, eigentlich unseren politischen Geschäftsführer in Thüringen mitgebracht und würde euch dann auch noch anbieten, der gehört auch noch dazu, aber da wird er extra gewählt für die Wahlleitung, Thomas Huppel, der auch bei uns in Thüringen auf AVs überall bereits über 13 Mal jeweils immer die Wahlleitung macht. Das wäre es dann. Dann stellen wir das euch, glaube ich, das kann noch eure, die Vorsitzende machen, beziehungsweise vom Vorstand, einfach euch zur Wahl, ob ihr uns als Versammlungsleitung, also beziehungsweise mich, ernennen wollt. Das wäre der erste formale Punkt. Okay, danke. So, wir stimmen dann jetzt über die Versammlungsleitung ab. Wer für den Klaus ist, möge bitte seine Ja-Karte heben. Wer dagegen ist, bitte die Nein-Karte. Okay, das ist überwiegend positiv. Damit haben wir jetzt als Versammlungsleitung den Klaus und ich übergebe an die Versammlungsleitung. Gut, dann bedanke ich mich. Ich glaube, ich nehme gleich mal, geht es darüber auch, dann ist es nämlich einfacher. Das Mikrofon. Muss ich nicht immer so viel hin und her laufen, ne? Ja, ja. Ne, also, am Anfang machen wir das als Höflichkeit. Ihr dürft sitzen bleiben, ich stehe erst mal, ne? Weil ich bin nicht so groß, damit ihr mich auch seht. Also, dann bedanke ich mich erst mal bei euch für das Vertrauen und ich hoffe, ich enttäusche es nicht. Und dann kommen wir gleich mal zu einem ganzen Haufen Formalfuh, dass wir das ja ganz zügig durchkriegen. Als erstes sollten wir noch, wie gesagt, einen Versammlungsleiter, beziehungsweise einen Wahlleiter wählen. Da schlage ich euch in dem Fall einfach Thomas Wuppel vor, als Wahlleiter und bitte euch dann, wenn ihr mit Thomas als Wahlleiter einverstanden seid, dann bitte die blaue Dafür-Karte. Bei einer Gegenstimme ist das also so. Damit habt ihr dann auch Thomas als Wahlleiter hier gewählt. Herzlichen Dank. Was wir auch noch ein bisschen brauchen, ist natürlich im Hintergrund, gerade für die Wahlleitung, Wahlhelfer, dann brauchen wir Protokollführer, schreibt eure Satzung so vor, die sollte man in dem Fall auch bestimmen. Die haben wir natürlich jetzt nicht aus Thüringen mitgebracht. Und da würde ich als erstes fragen, Nummer eins, wer würde sich bereit erklären, als Protokoll zu fungieren? Da haben wir hier eine Meldung. Ich weiß nicht, ihr kennt ihn, ich kenne ihn nicht mit Namen. Da haben wir hier eine Meldung. Ich weiß nicht, ihr kennt ihn, ich kenne ihn nicht mit Namen. Das ist alles hier nochmal in die Meldung. Andreas Motsinek, genannt Motsi. Ich hoffe, der Name ist im Programm. Gut, dann frage ich an euch, seid ihr einverstanden mit Andreas als Protokollant? Auch das ist mit großer Mehrheit. Dann übergebe ich mal kurz an Thomas, dass der erklärt mit der Wahlleitung, beziehungsweise was er sich so an Wahlhelfer wünscht. Ja, je nachdem, wie viele jetzt noch hier kommen, mir wurde gesagt, es kommen noch einige aus Halle. Deshalb würde ich mit der Bestimmung der Wahlhilfe erstmal noch warten, weil je nachdem, wie viele hier anwesend sind, richtet sich dann auch die Anzahl der Wahlhilfe, die ich benötige, um mir schnell und zackig die Wahlen durchzuführen. Deshalb verschiebe ich das erstmal noch nach hinten, falls aber jetzt einer von euch Anwesenden hier sich das vorstellen kann, unter mir als sozusagen Sklave zu dienen, dann hätte ich damit kein Problem. Ich nehme auch gerne Freiwillige. Kommt dann bitte einfach hier vor zu mir. Und dann nehme ich euch, weil ihr müsst ja sowieso noch, falls die Versammlung dagegen ist, müsst ihr sowieso noch von denen sozusagen abgelehnt werden. Ihr seid von mir bestimmt und seid damit genommen, es sei denn halt, die Versammlung sagt, ne, euch wollen wir nicht. Gut. Gibt es da zu Fragen, also zu dem Prozedere? Ich denke bitte. Oder doch? Drei, zwei, eins. Keiner schreckt die Hand, keiner will motzen. Dann kommen wir nochmal vom ARFU, und zwar Zulassung von Presse, Gäste, Ton und Filmaufnahme. Da frage ich euch erstmal, sollen wir die ganze Zulassung in einem Rutsch abstimmen, also in einer Abstimmung, oder wollen wir das einzeln abstimmen? Wenn nicht einzeln abstimmen, dann jetzt die Dafür-Karte. Richtig, das kommt hinterher. Wir machen erst die Zulassung Presse und das Ganze eben nicht. Wir lassen im Augenblick vom Formalfuh nur, das ist nicht die Tagesordnung, die wir abstimmen, sondern das ist der Formalfuh, ob wir Presse oder zulassen. Die Abstimmung über die Geschäftsordnung und die Tagesordnung kommt im nächsten Tagesordnungspunkt, beziehungsweise im nächsten Punkt. Also jetzt die Frage, wollt ihr über Zulassung von Presse, Gäste, Ton und Bildaufnahme, wie der Stream zum Beispiel, wollt ihr da ein Paket abstimmen, oder wollt ihr das einzeln abstimmen? Paket abstimmen, gut, danke. Dann frage ich euch jetzt im Paket, wollen wir Presse zulassen, wollen wir Gäste und Ton und Filmaufnahme, dann bitte die Ja-Karte, wenn Nein, die Nein, für das Protokoll mit einer Gegenstimme angenommen. Dann kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, den habe ich ein bisschen da draußen gelassen, das ist bei Gästen, die wir jetzt zugelassen haben, wollen wir Gastredner zulassen, dann auch Rederecht gewähren, wenn ja, dann bitte die Ja-Karte, wenn Nein, dann die Nein, beziehungsweise dafür und dagegen. Auch wieder bei einer Gegenstimme angenommen, Dankeschön. So, dann sind wir jetzt eigentlich mit diesen einfachen Dingen durch und jetzt kommen wir glaube ich ein bisschen zu etwas Komplizierteren, das ist an Punkt 1, Beschluss über die Geschäftsordnung des heutigen Tages. Da ihr mir so vertrauensvoll die Versammlungsleitung mir anvertraut habt, sollte ich auch eine gewisse Ordnung haben, dass ihr auch wisst, mit was ich euch immer ärgern kann. Dann, diese Geschäftsordnung war bereits im Wiki vorgeschlagen, es gibt eigentlich nur eine, die ist aufgebaut auf der vorhergehenden Geschäftsordnung, die bis jetzt im Augenblick noch gilt, nämlich von eurem letzten Landesparteitag. Ich habe keine große Änderungen in der Geschäftsordnung erkennen können und würde euch deshalb fragen, also ich habe es ja auch mehrfach und Kai hat es auch nochmal auf der Fahrt hierher heute Morgen nochmal durchgeguckt. Wir haben also keine extremen Abweichungen darin feststellen können, sodass wir euch vorschlagen würden, über diese bestehende Geschäftsordnung, beziehungsweise die Geschäftsordnung, die vorgeschlagen ist aus dem Wiki, auch anzunehmen. Und es hat die Frage, seid ihr einverstanden, dass wir die Versammlung heute unter dieser Geschäftsordnung abhalten? Dann bitte die Dafür-Karte. Gibt es eine geringe Mehrheit, gibt es Enthaltungen? Keine Enthaltungen? Okay, mit zwei Gegenstimmen angenommen. Herzlichen Dank. Jetzt habt ihr und wir eine Geschäftsordnung. Dann habe ich hier schon im Vorfeld zu der Geschäftsordnung einen Änderungsantrag reinbekommen und zwar an welchem Punkt, das geht hier, soweit ich das verstehe, auch um Minderheitenschutz. In der Geschäftsordnung, die ihr gerade verabschiedet habt, steht drin, dass für geheime Wahlen, jeder Stimmberechtliche kann eine geheime Wahl oder Abstimmung fordern und die Änderung besteht darin, dass jetzt dort in die Geschäftsordnung an dem Punkt eingefügt wäre, soll für das Kann ein Muss, also von einer Kannbestimmung zur Mussbestimmung. Wenn das bedeutet, wenn bei irgendwelchen Abstimmungen über Satzungsänderungen oder so irgendwas, also einer, ein akkreditiertes Stimmberechtigter von euch verlangt, dass über diesen Punkt geheim abgestimmt werden soll, dann muss das. In der jetzigen Geschäftsordnung ist das eine Kannbestimmung, da kann man die Versammlung fragen, ob sie das so will, dann kann die das ablehnen. Das würde aber etwas dem in eurer Satzung festgelegten Minderheitenschutz entgegenwirken, den es auch im Parteiengesetz gibt. Deshalb sollten wir hier wirklich diesen Minderheitenschutz auch in der GO reinschreiben und das in der Reform ändern. Soviel zur Erklärung. Ich weiß nicht, ob der Antragsteller auch noch was dazu sagen möchte. Dann, bei solchen Dingen natürlich gibt es Gegenrede. Wenn jemand jetzt berechtigte Gegenrede hat, dann möge er bitte vor ans Mikrofon kommen und diese Kund tun. Also generell bin ich so, dass ich jedes Mal, wenn jemand eine geheime Abstimmung möchte, das auch Ja sagen. Und jeder, der mich schon zu den Wahlkabinen gesehen hat, weiß, dass ich da auch jedes Mal hingehe, selbst wenn ich der Einzige bin. Allein aus dem Grund, um es halt anderen so möglich geheim abzustimmen. Wenn wir allerdings in die GO festschreiben, dass jedes Mal ein geheime Abstimmung ist, sobald es einer fordert, dann heißt das andersrum, dass jemand die Versammlung auf ungefähr das Fünffache ausdehnen kann, wenn er halt die Lust dazu hat. Ein Einziger genügt. Das ist insofern richtig, aber ich denke, wenn ich hier so in den Saal schaue, vermute ich nicht, dass jemand hier das Bedürfnis hat, das Ganze über so ein Heck oder so irgendwas unter Ausnutzung von sowas auszudehnen. Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit, diesen Punkt in der GO, wenn das auffällt, durch einen neuen GO-Antrag, dass man das umschreibt. Die eigentliche, richtige Ausführung in der GO, das kann man mal nachträglich für die nächste vielleicht aufnehmen, wäre eigentlich, dass man zum Minderheitenschutz, dass man da reinschreibt, wenn einer, beziehungsweise wenn einer, sondern wenn meinetwegen vier oder fünf der Akkreditierte das verlangen, oder wenn vier das von einem unterstütze, dass es denn durchgeführt wird, da werden auch die Minderheitenschutz gewährleistet. Wie gesagt, mit dem jetzigen Satz in der GO widerspricht es dem Minderheitenschutz, der auch im Wahlgesetz steht, beziehungsweise im Parteigesetz steht. Und wir können es ja probieren, wir können auch die GO, wenn es wirklich missbraucht wäre, sollte, dann eventuell nochmal ändern. Weil die Versammlungsleitung hat auch das Recht, GO-Anträge zu stellen. Und ich verspreche euch dann, wenn mir das auffallen sollte, dass ich dann in die Richtung einen GO-Antrag einbringen werde. Gut, noch jemand Gegenrede oder Fürrede für das Ganze? Dann 3, 2, 1, sehe ich nicht, dann stelle ich diesen GO-Änderungsantrag jetzt zur Abstimmung. Wer dafür ist, dass die GO dahingehend geändert wird, der hebe bitte die Dafür-Karte, wer dagegen ist die Dagegen-Karte. Halt, da ist noch eine hoch, guck mal. Halt, damit wir das einfacher haben, dann machen wir das jetzt so. Okay, jetzt nochmal zur Dagegen-Kontrolle. Jetzt erstmal bitte nur die Dafür-Karte. Okay, und jetzt bitte die Dagegen-Karte. Sieben, okay. Und jetzt noch, enthält sich jemand? Also ich gebe bekannt, Antrag angenommen bei zwölf Ja, sieben Nein und null Enthaltungen für das Protokoll, bitte. Gut, haben wir das auch durch. Dann können wir jetzt zum nächsten Punkt kommen und zwar, das wird ein bisschen komplizierter, zur Tagesordnung. Hier liegen insgesamt drei Tagesordnungsvorschläge vor, auch im Wiki, die sich im Grunde genommen nicht extrem unterscheiden. Der erste Tagesordnungsvorschlag unterscheidet sich von den anderen zwei nur dahingehend, dass er keine fischgeschriebene Zeite beinhaltet. Die beide anderen Tagesordnungsvorschläge... Gut. Kein Problem, es gibt den GO-Antrag auf Unterbrechung, den habe ich jetzt da ohne GO-Antrag eindeutig gehört, beziehungsweise sehe. Dankeschön. Wie gesagt, wenn es keine direkte Gegenrede gibt, steht so in der GO mit drin. Wenn es keine Gegenrede gegen diesen Antrag gibt, dann wäre die Versammlung ab sofort, würde sie für fünf Minuten unterbrechen. Ich sehe keine Gegenrede, also haben wir die Versammlung, hat jemand eine Uhr und ab jetzt für fünf Minuten unterbrochen. Tschüss. V misfüs. Danke. 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 Vielen Dank. 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 sollte es geben, auch vor der Wahl des Vorstandes, denn es wird sicherlich auch die Wahl des Vorstandes beeinflussen. Und das zu Recht. Dann weise ich auch noch mal darauf hin, was ich eben gerade gesagt habe. Wenn euch die beiden alternativen Vorschläge von Angelika so nicht gefallen, gibt es halt diesen Änderungen, dass die noch eine Frage, ich rede nur eben fertig. Und dann könnt ihr das halt auch noch mal einzeln damit reinbeschließen und dann geht das auch ohne weiteres. Lieber René, ich möchte kurz erwidern, ohne persönlich zu werden. Die Aussprache ist deshalb so unbedingt wichtig vor der Vorstandswahl, eben weil sich alle Leute darüber im Klaren sein sollen oder vielleicht auch wollen oder vielleicht sogar müssen, was wir heute hier machen und warum das heute so wichtig ist, dass wir vorher eine Aussprache führen. Weil es gibt einfach extreme Diskrepanzen, die wir ausräumen müssen, um zukünftig im Landesverband vernünftig miteinander und zusammen zu arbeiten. Sonst bleibt die Situation genau so, wie sie jetzt ist. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Stopp, stopp, stopp. Für einen kurzen Augenblick bitte, für eine kurze Intervention übergebe ich noch mal offiziell das Protokoll noch mal an Klaus, die Versammlungsleitung. Gut. Ich würde gerade sagen, da genau diese Aussprache in der Tagesordnung die Diskrepanz ist, würde ich euch wirklich vorschlagen, dass wir jetzt das abkürzen, weil vielleicht über die Aussprache noch mal Gegen- und Führrede notwendig wäre. Würde ich euch jetzt vorschlagen, wir stimmen jetzt über die drei Tagesordnungen ab. Wie gesagt, es gibt die Option in der anderen Tagesordnung, es gibt auch bei den en Tagesordnungen natürlich die Option, noch mal einen Tagesordnungsänderungsantrag zu machen. Das ist jetzt einfach, dass wir in der Tagesordnung weiterkommen, weil die Aussprache über die Aussprache vielleicht länger dauern könnte und wir dann schon nach dem Zeitplan in Zeitverzug kommen würden. Würde ich also bitte und würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir jetzt einfach sagen, wenn jetzt noch dazu Reden sind, dann stellt euch bitte an. Ansonsten würde ich die Rednerliste dann schließen, damit wir zur Abstimmung kommen können. Also ich sage jetzt mal, jeder, der noch was dazu sagen will, möge sich jetzt als Mikrofon anstellen. Ich zähle 3, 2, 1, ich sehe nur noch einen Redner am Mikrofon, dann erteile ich ihm jetzt das Wort. Okay, zwei Fragen. Einmal an die Organisatoren, wie lange können wir heute hierbleiben? und zweitens, Angelika, du hast ja im Prinzip, glaube ich, kurz die Aussprache vorgegeben, zumindest noch den Plan. Insgesamt 90. Insgesamt 90, war das Zweiteilung? Wie wird das gestoppt oder wie auch immer? Also ist es denn so, dass wenn es länger dauert, machen wir das so lange, bis die Aussprache beendet ist, weil wir gegebenenfalls dann auch noch weiter mit dem Zeitpunkt kommen oder wie läuft das? Wie hast du das vorgestellt? Also ich möchte der Versammlung da nicht vorgreifen und ich sage mal, 90 Minuten sind so pauschal veranschlagt und es wäre ganz schön, wenn wir da den Zeitplan auch einhalten könnten, weil ich denke, dass die Probleme wirklich gelöst und ausgeräumt werden können, das wird nicht gänzlich möglich sein, aber es muss möglich sein, dass wir über bestimmte Sachen sprechen und uns einig werden oder eben auch nicht. Auch noch eine kleine Anmerkung von mir in der GO und in der Link steht drin, dass die Versammlungsleitung natürlich angehalten ist, den Zeitplan jeweils einzuhalten und Sorge dafür zu tragen, so einen Zeitplan einzuhalten und das würde man natürlich gewährleisten, dass man diese Zeit auch wirklich dann einhalten und dementsprechend auch eingreifen würde bei der Aussprache, wenn die zu lange dauern würde. Okay, ich sehe jetzt noch jemand an dem Redner. Das war eine Frage an die Veranstaltung, deswegen wollte ich eine Frage fragen, also wir haben hier einen Mietvertrag bis 20 Uhr und da müssen wir aber wirklich raus sein, also muss ja auch als abgebaut sein, also wie 19 Uhr, irgendwie würde ich halt den spätesten Schluss machen wollen. Okay, also habt ihr mitgekommen, 19 Uhr wäre eigentlich Abbruch, wobei die letzte Wahl natürlich 19 Uhr laufen könnte, weil dann die Auszählung oder so, man könnte es hinterher noch bekannt geben, das wäre auch kein Problem, aber 19 Uhr wäre Deadline. Ist es denn jetzt möglich, dass ich einen Änderungsantrag stelle, dass die Aussprache in die vorläufige Tagesordnung eingefügt wird und vor der Wahl des Vorstandes stattfindet und eben nach die beiden anderen alternativen Tagesordnungspunkte zurückziehe? Dieser Antrag liegt uns bereits vor, den würden wir auch nach, direkt nach, wenn jetzt die eingeladene Tagesordnung angenommen würde, dann wäre der natürlich relevant und dann würde dieser natürlich sofort behandelt werden von uns. Okay, dann hast du jetzt noch als Antragsteller für die anderen beiden noch ein kurzes Schlusswort. Also, ich hoffe, wir tun das Beste. Das soll ich sagen. Dankeschön. Gut, dann kommen wir mal in dem Fall zur Abstimmung über die drei Tagesordnungen, die hier vorgeschlagen sind. Ich werde es so machen, also die eingeladene Tagesordnung ist die Nummer eins, denn die Alternative, und dann gibt es eine Alternative zwei. Ich werde jetzt hintereinander in Abrufel alle drei gegeneinander abstimmen lassen. Das bedeutet, ihr habt bei jedem, könnt ihr ja oder nein sagen. Die beiden daraus einen resultierenden Gewinner, wäre dann nochmal in der Abstimmung gegeneinander abgestimmt und ganz am Schluss müsst ihr natürlich den Gewinner nochmal zustimmen. Deshalb jetzt die Frage, wer stimmt für die Tagesordnung aus der Einladung? Der hebe bitte jetzt die Dafür-Karte. Ja, wir nehmen nur die Dafür-Karte, wir zählen sie nur. Das ist gut, dann die Karte bitte runter. Dann der Vorschlag Alternative Tagesordnung. Wer ist da dafür? Zwölf, gut, Dankeschön. Und dann die Alternative zwei, wer ist da dafür? Gut, das sind drei. Das ist eigentlich eindeutig, also die Einladungstagungsordnung oder die Alternative, denn jetzt die Frage, wer ist für die Einladungstagesordnung? Wer stimmt dem zu? Also wer möchte, dass die abgestimmt wird? Nein, jetzt bitte die Akarte. Wer möchte, dass die Einladungstagesordnung endgültig abgestimmt wird, beziehungsweise, dass man die nehmen, der stimme jetzt mit dafür. Das ist also die Abstimmung gegen die Zweite. Das ist die mit dem noch nicht eingefügten Tagesordnungspunkt Aussprache. 15. Gut, und jetzt stimmen wir mal die Alternative ab. Das ist die mit der angegebenen Wortseite und der Aussprache. knapp 13. Das bedeutet also, der Gewinner ist die Tagesordnung aus der Einladung und da frage ich jetzt die Versammlung, wollt ihr diese Tagesordnung für heute annehmen? Dann bitte die Ja-Karte. Und da das jetzt der direkte Abstimmung ist, dann bitte die Nein-Karte. Bei 5 Nein ist diese Tagesordnung somit angenommen. Dankeschön. Wie versprochen, damit die Tagesordnung jetzt angenommen hat, kommen wir jetzt zu einem GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, der besagt, die Versammlung möge beschließen, als nächsten Tagesordnungspunkt den Punkt Aussprache als Tagesordnungspunkt zu behandeln. Das würde bedeuten, jetzt direkt danach, vor irgendwelchen Wahlen oder so etwas, soll jetzt der Tagesordnungspunkt Aussprache eingeführt werden. Ich würde jetzt noch mal das Mikrofon freigeben, falls jemand dafür oder dagegen sprechen möchte. Dann möge ich es zum Mikrofon begeben. Gut, das scheint in dem Fall nicht der Fall zu sein. Dann lasse ich die Versammlung jetzt darüber abstimmen, ob man diesen Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung einfüge und jetzt als nächstes direkt diese Aussprache behandeln. Also ich sehe vier Gegestimmen, also mit großer Mehrheit angenommen. Somit habt ihr jetzt diesen Tagesordnungspunkt Aussprache in die Tagesordnung eingefügt. Dankeschön. Gut, da dieser Tagesordnungspunkt Aussprache natürlich sehr, sehr weich formuliert ist, ich sage es mal so, sollte man sich vielleicht darauf einigen, ein paar Spielregler für so eine Aussprache. Es war jetzt noch nicht bekannt, wie ihr euch eigentlich die Aussprache vorstellt. Manche haben die jetzt hier angekriegt. Ich würde jetzt vielleicht mal bitte, vielleicht ein, zwei derjenigen, die diese Aussprache auch gewünscht haben, vielleicht mal hier vorzugehen und einfach mal zu sagen, in welcher Form sie sich diese Aussprache wünschen. Also ich als Versammlungsleitung möchte da eigentlich groß gar nicht eingreifen. Für mich wäre Spielregler im Grunde genommen es sollte natürlich zum einen nicht hauptsächlich über Personen, die hier nicht anwesend sind, gesprochen werden beziehungsweise und ich bitte auch irgendwelche Beleidigungen oder Diffamierung oder so irgendwas möglich zu unterlassen. Also nichts unter der Gürtellinie. Eine Aussprache ist im Grunde meistens dazu da, um vielleicht Missverständnisse auszuräumen und sich auch teilweise anzunähern. Ich würde euch bitten, die Aussprache in dieser Form auch zu nutzen. für die, die mich nicht kennen, Markus Hüniger, ich habe einen Vorschlag, wie wir das vielleicht lösen können. Vielleicht könnte jemand, der sich als neutral empfindet, die Situation kurz im Landesverband darstellen, für alle, dass alle nochmal so einen Sachstand haben und wissen, was ist eigentlich die Situation. Ich bitte darum, auch meinen Namen zu nennen und andere Namen zu nennen in dem Zusammenhang, sich an das zu halten, was die Versammlungsleitung gesagt hat, keine Angriffe, sondern versuchen, sachlich die Situation zu klären. Es sind ja die meisten Protagonisten im Raum und vielleicht können wir ja nachher dann irgendwie mal so ein Antwort- und Wechselspiel machen, wie wir das dann zukünftig im Landesverband hinbekommen, dass wir hier vernünftig zusammenarbeiten in den nächsten ein, zwei, drei, wenn möglich fünf Jahren. Ja, vielleicht kann man das irgendwo aufschreiben, dass wir jetzt irgendwie sehen, also der Vorschlag ist, es hat jetzt einer, was ich kriege, jetzt einer von uns drei oder fünf Minuten Redezeit, wo er sozusagen das Problem darlegt und dann auch mal entsprechend in die Protagonistenrunde fragt, wie sie sich das dann vorstellen und dann kann ja jeder dazukommen und sagen ich so und so und so und vielleicht bilden sich ja dann ein paar Brüden. Also mein Vorschlag wäre, da ich denke, dass die meisten Probleme zwischen Vorstand und Nichtvorstand eher auftauchen werden, dass wir da wir zwei Mikrofone haben, an einen halt die Vorstandsmitglieder hinstellen, die dann wer immer gerade dafür dann geeignet ist, antworten auf die Frage, die dann die Basismitglieder hier vorne stellen. Das ist dann, denke ich mal organisatorisch am einfachsten. Gut, ich denke, wir haben jetzt ein bisschen Vorstellungen dafür, dann fragen wir einfach offene Runde oder der zweite Vorschlag, die Landesvorstandsmitglieder an dem einen Mikrofon und die Fragen, der Anfrage Mikrofon, würde es uns natürlich einfacher machen, setzt natürlich voraus, dass die entsprechenden Landesvorstandsmitglieder natürlich auch dazu bereit sind. Deshalb eigentlich mal die Frage an die Anwesenden, die das betreffen würde, wärt ihr dazu bereit? Also ich sehe im Augenblick drei, drei dafür Karten, das würde bedeuten, also drei, ich nehme an, ihr seid noch oder bis vor kurzem gewesen Landesvorstandsmitglieder, also drei wäre dafür bereit, das zur Information an euch und dann habe ich noch eine Meldung jetzt hier am Mikrofon. Ja, ich finde es irgendwie interessant, diesen Vorschlag, drücke ich es mal so aus, weil ich denke, das Problem, das Hauptproblem, das wir im Landesverband haben, ist nicht irgendwie das Problem zwischen einzelnen Mitgliedern und den Landesvorstand, sondern dass sowieso viel zu wenig Leute direkt politische Arbeit machen und ich würde gerne das mal diskutieren und ich kann gerne zusammenfassen, was jetzt in diesem Vorgespräch am Donnerstag dieser Aussprache erzählt wurde und da kann ich es gerne auch zusammenfassen, wenn es gewünscht ist. Gut, denn wenn das dein Vorschlag und einmal Gegenrede oder dafür, ich weiß es ja nicht. Na, weder noch, ich wollte jetzt eigentlich noch nicht in den eigentlichen Dings rumkommen, in die eigentliche Aussprache kommen, sondern es geht jetzt erstmal nur darum, dass wir jetzt kurz die Form klären und dann können wir ja genau das mal auf den Punkt bringen, was jetzt gerade gesagt wurde, ob das tatsächlich so ist und wieso das zu der Situation führt, dass wir so wenige sind. Also wer ist jetzt dafür oder würde sich auch bereit erklären, jetzt mal kurz die Situation, die wir haben, also ich bin dafür gänzlich ungeeignet, als auf einer anderen Seite stehend, das mal das Problem aufzureißen. Michel, sprich ruhig hier und guck es alle an. So, erstmal einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag von mir. Ich bin Michel, ich bin aus der Nähe von Magdeburg. ja, ich fasse das zumindest kurz das zusammen, was ich jetzt beobachtet habe in letzter Zeit. Halt, Michel, ich würde sagen, bevor du das jetzt machst, sollte man die Versammlung darüber entscheiden, in welcher Form sie das will. Also wir haben das Angebot, dass hinterher die Landesvorstände, wir können das auch also Aussprache im Grunde genommen zwei teilen. Ich möchte das bis zur Versammlung überlassen, in welcher Form sie sich das eigentlich vorstellt, dass wir einen groben Rahmen haben. Darüber haben wir jetzt gerade diskutiert und dann würde ich einfach jetzt mal zur Entscheidung der Versammlungsstelle werden damit einverstanden. Also diese Aussprache jetzt in der Form, wie sie teilweise vorgeschlagen ist, einfach durchzuführen, dass Michel im Grunde genommen vielleicht eine ziemlich wertfreie grobe Zusammenfassung, wie er das verstanden hat, gibt und mir hinterher dann die Aussprache der Gestalt machen, dass wir sie zweiteile und zwar 30 Minuten wäre mein Vorschlag diese Geschichte mit den Landesvorständen, die sich bereit erklärt haben, dass dort Fragen gestellt werden, die die beantworten können und hinterher vielleicht 30 Minuten auf das eingehen, dass eben mehr Pirate aktiviert werden sollen oder wie vielleicht das mehr aktiviert werden kann, dass mehr politische Arbeit geleistet wird, die nicht durch irgendwelche andere Dinge behindert wird. Das wäre mein Vorschlag und deshalb frage ich mal die Versammlung in einer Art Meinungsbild, was mir ja zusteht, wie wäre die Stimmung in der Versammlung zu diesem Vorschlag, wäre ihr da eher dafür oder dagegen? Also ich teile mir selber mit, das Meinungsbild fällt mehr positiv aus. Danke. Gut, dann erteile ich erst mal dir das Wort, weil habe ich das eben mitbekommen? Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass es hier nicht, das hattest du ja schon erwähnt, nicht um ein Bashing von Personen oder Organen gehen soll. Mir geht es hauptsächlich darum, dass wir alle selber innehalten und gucken, wo wir Fehler gemacht haben und schauen, was wir besser machen können. Es hat große Probleme zwischen, sage ich mal, dem Vorstand und der Basis sozusagen gegeben. Im Umgang miteinander, in der Transparenz, das haben sehr viele bemängelt halt. Ich wollte noch mal fragen, bei dem, was wir eben im Meinungsbild abgestimmt haben, war es dann so, dass im ersten Punkt Vorstände, die noch jetzigen Vorstandsmitglieder für Fragen zur Verfügung stehen oder ist dann mit berücksichtigt, sag ich mal, betroffene Mitglieder auch ihr Statement abgeben können und jetzt nicht nur der Vorstand? Ja klar, in der Betroffene Mitglieder natürlich, wir würden das so machen, die Vorstandsmitglieder meinetwegen am Rednerpult und die Mitglieder natürlich, die können Fragen stellen, die Vorstandsmitglieder meinetwegen am Rednerpult, die Vorstandsmitglieder können Fragen stellen, die auch können die Gegenargumente bringen. Wir würden das vielleicht so machen, weil wir haben leider nur ein Mikrofon, aus anderen Betreffek haben wir vorne zwei Mikrofone, dass man einfach sagt, aber wir machen links und rechts, da können wir auch noch, und wer was direkt gesagt worden ist, der kann sich eigentlich neben der Reihe anstellen und vielleicht vorne sagen, weil dazu möchte er jetzt was sagen, dass wir den dann vorziehen, dass man so auch eine gerechte Rednerschlange hinkriegt, dass auch jeder gerecht rankommt und bitte Dinge wo dann vielleicht was der gegen sagen möchte, erst zehn Minuten später drankommt und das schon der Verhalt ist, das könnte man gucken, dass wir das etwas steuern. Vielen Dank. Gut, denn soweit, wenn jetzt zu dem Ablauf keine Fragen mehr sind, dann frage ich jetzt direkt, wollt ihr im Grunde genommen die grobe Spielregel für diese Aussprache in der Form würdet ihr zustimmen, dann jetzt bitte die Ja-Karte beziehungsweise dafür. Also, da ich ein paar noch sehe, die sind nicht ganz voneinander, nochmal zur Erklärung, mir würde jetzt ungefähr 30 Minuten die Landesvorstände, die sich bereit erklärt haben, wir fahren ans Rednerpult, Mikrofon bitte, beziehungsweise anfangen würde mit Michelle, wenn ich es richtig verstanden habe, der ein kurzer Abriss über das Vergangene möglichst wertfrei euch vorträgt und dann würden wir diese Runde machen mit den Landesvorständen, die sich bereit erklärt haben, dass jeder an die Frage stellen kann und das würden wir zeitlich so erstmal im Rahmen von 30 Minuten festsetzen, das ist natürlich keine absolute Countdown-Uhr, sondern wir würden jetzt etwas beurteilen, ob noch weiter das nötig ist oder nicht, wenn die 30 Minuten Abläufe sind und dann als nächstes nochmal eventuell 30 Minuten einzuplanen für einfach Vorschläge oder so irgendwas, wie sich manche eben mehr Aktivierung in politischer Arbeit oder sonst irgendwas vorstellen. Wenn ihr mit diesem Ablauf einverstanden seid, dann bitte jetzt die Dafür-Karte. Gut, ich sehe bei zwei Gegenstimmen also Großes dafür, dann würden wir im Grunde direkt damit eintreten und ich würde Michelle dann das Wort erteilen und ich würde mal sagen, ich hoffe, du kriegst das so in drei bis fünf Minuten hin. Ich versuche das so unbewertet wie möglich zu machen. Das ist leider meine Sicht der Dinge. Natürlich ist die Aussprache dafür da, euch anderen auch alle das äußert, aber ich hoffe, ich fasse das so zusammen. Auch das, was wir am Donnerstag gesprochen haben im Prinzip. Ja, ich denke, die Prioritätensetzung von einigen Mitgliedern im Landesverband sind leider nicht die richtigen. Anstatt sich mit den politischen Gegnern auseinanderzusetzen und politische Arbeit zu machen, wird untereinander sich aufgerieben. Wenn ich mir anschaue, wie die nach außen vertretbare politische Arbeit unseres Landesverbandes ist, dann war das Letzte, was ich gesehen habe, war im Prinzip der Kryptoswrop in Halle. Und auf diesem Kryptoswrop waren nur sehr wenige Mitglieder des Landesverbandes da. Da waren gefühlt mehr Mitglieder aus anderen Landesverbänden da, von der Piratenpartei, als von uns. Obwohl es in Halle stattfand, der zweitgrößten oder der größten Stadt in Sachsen-Anhalt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann ist die Frage, woran liegt das, dass die Superioritäten falsch gesetzt werden? Liegt das daran, dass es keine Themen da sind? Liegt das daran, dass die Mitglieder nicht interessiert sind an diesen Themen? Liegt das daran, dass das Arbeitsumfeld nicht so gegeben ist? Dass man diese Themen bearbeiten kann? Ich denke, das ist vielschichtig, das Ganze. Wir haben bestimmte Kommunikationsformen, die werden unterschiedlich gut genutzt. das Problem, was wir haben, ist, dass für zum Beispiel Neueinsteiger oder Neupiraten, wie man das bezeichnen möchte, es sehr schwierig ist, im Prinzip zu erfahren, wo werden welche Themen bearbeitet. Weil wir haben verschiedene Medien. Wir haben eine Mailing-Liste, wir haben eine Mammel, wir haben ein Forum, etc. Da brauche ich alles nicht aufzählen. Ein weiteres Problem ist, dass im Prinzip sich diese Argumentationen untereinander meistens zu persönlich genommen werden und im Prinzip nicht sachbezogen sind. Das haben wir im Prinzip am Donnerstag auch festgestellt, dass im Prinzip durch, es kommt drauf an, wie man etwas sagt und wenn der andere das halt missversteht und sich das hoch eskaliert, ist das irgendwie für niemanden vorteilhaft. Und da sollte man im Prinzip, wenn man mit anderen Menschen redet, über Themen erst mal überlegen, ob man das wieder, wie man das sagt und dann im Prinzip auch die Kritik oder wie auch immer was man äußert im Prinzip gerechtfertigt ist. Ich denke auch, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, dass wir dadurch, dass wir bei der Kommunalwahl in mehrere kommunale Parlamente gekommen sind, jetzt auch wirklich aktiv diese kommunalpolitische Arbeit zu gestalten, das ist ein, wir haben die nächsten fünf Jahre Zeit uns dort quasi eine Basis oder eine Basissustimmung quasi der Bevölkerung zu bearbeiten und wir haben, man sagt, das ist eine überschaubare Menge, ich glaube, wir haben elf Mandate oder so und da wäre zum Beispiel ein Punkt, was die Mitglieder auch machen könnten, genau diese Leute im Prinzip zu unterstützen. Man könnte zum Beispiel auch wieder die Arbeitsgruppen, die wir hatten oder hatten, vielleicht jetzt inaktiv sind, wiederbeleben. Im Prinzip, dass wir sowas gestalten. Ich sehe zum Beispiel, es ist nicht wirklich so, dass im Prinzip irgendwie jeder irgendwie oder der ganze Landesverband irgendwie ein Problem mit dem Vorstand hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es halt bestimmte Gruppierungen oder Personen gibt, die Kritik geäußert haben an den Landesvorstand. Über die Form etc. kann ich jetzt nicht sagen und gegebenenfalls dort im Prinzip dann die Rückantwort zumindest von diesen Menschen, also vom Vorstand an diesen Menschen scheinbar für diese Menschen unbefriedigend war. Das können wir gerne diskutieren, warum das liegt oder ähnliches. Aber für mich sieht es danach aus, dass der Vorstand eine organisierende Funktion hat und auch für die Presse im Prinzip politische Statements herausgeben kann. Das bedarf aber auch, dass er unterstützt wird durch die Mitglieder. Das war jetzt meine kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe das so zusammengefasst. Also was ich jetzt wahrgenommen habe, war eher so dein Statement zu der ganzen Geschichte. Also eine Zusammenfassung von Donnerstag habe ich jetzt leider nicht gehört. Am Donnerstag kann ich gerne noch mal, ich habe das erst allgemein gehalten, am Donnerstag ging es unter anderem darum, wie im Prinzip Diskussionskultur zum Teil hatten wir das auf der Mailing-Liste, dass man im Prinzip dort, wir haben dort darüber gesprochen, im Prinzip, was das Problem bestimmte Mailing-Listen ist und wie es bislang gehandhabt wurde und ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, das haben wir gesprochen. Genau. Genau. Das war aus meiner Sicht. Gut. Ich denke, das war denn in dem Fall war jetzt erstmal eine kleine Einführung. Dann würde ich jetzt erstmal bitte über die Landesvorstände, die sich bereit erklärt haben, sich da vorne vielleicht kurz einzufinden, wenn es nicht zu viele sind, würde ich kommen. da ich nicht damit zufrieden bin mit der Darstellung dessen, was wir im Landesverband für ein Problem haben, will ich es dann selber nochmal versuchen. Das kannst du dann in der Aussprache können wir das hinterher in die Richtung gehen. Okay, dann möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass es genau das Problem ist, was wir nämlich haben, dass also Michel jetzt versucht hat, die Sicht seiner Dinge klarzustellen und dann der Einwurf kommt, den ich auch berechtigt empfinde, den man aber halt persönlich nehmen kann, obwohl ja überhaupt nicht so gemeint ist. Das ist jetzt eine Bewertung. Nein, nein, nein. Ich will genau darauf, das ist das Problem, was wir halt nicht wollen. Nein, das kannst du nachher, das kannst du nachher, bitte, am, am Dingmacher, wir kommen da dazu. So, also ich hätte, also wir haben bei diesem Treffer, langsam, langsam, bevor du, wir haben jetzt hier, die Landesvorstands sind euch ja bekannt, ich denke, man könnte einmal fragen, möchte der gesamte Landesvorstand noch zu der Aussprache vielleicht ein kurzes Einführungswort auch geben, da würde ich euch jetzt die Möglichkeit dazu geben, bevor wir dann mit Fragen anfangen, beziehungsweise in welcher Form, wenn jemand von euch dazu bereit ist, würde ihm jetzt das Wort dazu erteilen. Ich bin ein bisschen kleiner, deswegen mache ich es ein bisschen runter, ja, klar, es ist immer schwierig, das von einer Seite aus einzuschätzen, so wie Michelle auch versucht hat, es kann eigentlich fast immer nur subjektiv sein, was wir jetzt hier haben und warum ich auch gut finde, dass wir eine Aussprache haben, ist natürlich, dass wir eine Diskussion haben im Landesverband, auch zwischen Regionen und Landesverband, was soll der Landesvorstand machen, was soll er nicht machen, es war ursprünglich auf der Wahl, als wir uns vor einem Jahr zur Wahl gestellt haben, auch gesagt worden, wir sollen aktiv sein, wir sollen vorangehen und sollen uns auch politisch äußern, das ist in der Vergangenheit schwierig gewesen, uns darauf zu konzentrieren, weil eben wir eben doch unterschiedlicher Meinung scheinbar sind, hinsichtlich, was machen die Regionen, was soll der Landesverband, soll er nur unterstützen, soll er da was machen, von daher, das werden wir auch heute hier nicht klären, aber es ist wichtig, dass wir das erkennen, dass da ein größeres Rink ist, als wir damals dachten, zum anderen ist es aber auch so, dass bestimmte Aktionen, jetzt ist immer die Frage, wie viel Transparenz schaffen wir, es ist dann auch gefragt worden, der Vorstand ist nicht transparent, ich denke mal, wir haben mit Joe Fix und Vorstandssitzungen vieles transparent gemacht, aber wir haben das Problem der nicht öffentlichen Beschlüsse, das denke ich mal, ist auch ein großes Problem, wo wir nicht sagen, wie können wir es jetzt kommunizieren, dass wir es versatzungskonform haben und da sollten wir vielleicht auch rangehen und das könnte eine Lösung sein, ja. Okay, danke. Dann jetzt, bevor die erste Frage kommen, ich würde euch bitten, also wir haben hier vorne einen Platz, wenn jetzt in der Aussprache jemand direkt auf irgendwas, was ihn betroffen hat oder so irgendwas, dann bitte an der Rednerschlange vorbei und sich melden, dann gucken wir hier vorne, dass wir die dann rechtzeitig dran nehmen, ansonsten können wir jetzt mit diesem Frage und Ding mit diesem beginnen. Da haben wir schon einen Frager, auch eine Bitte vielleicht, wer Frage hat, ich stelle ein bisschen an die Rednerschlange an, stelle, damit wir ein bisschen abschätzen können mit der Zeit. Also ich fange einfach mal an, also ich war halt am Donnerstag auch anwesend und also die Zusammenfassung aus meiner Sicht sind halt auch andere Punkte, das ist durchaus aber richtig, weil es halt immer aus der persönlichen Sicht ist. Aus meiner Sicht ist es halt, dass es ein Kommunikationsproblem gibt, auf der anderen Seite, dass es halt irgendwie immer auch mehrere Wahrheiten gibt und dass halt, wenn es zu Problemen führt, an irgendwelchen Punkten, gewisse Menschen eher unterstützt werden und bei anderen halt eher der Fehler gesucht wird. Es gab gerade in der Vorstandsgeschichte so Punkte, wir haben ganz oft unsere Mitgliedsdaten vom Regionalverband Altmark angefragt, das war dem gesamten Vorstand bekannt, bis heute haben wir die nicht bekommen und auch auf dem letzten Joe Fix war dann keine Antwort dazu zu bekommen. Da wurde halt einfach nicht nachgehakt. Im Vorfeld wurde uns der Sage-Account entzogen mit einer Begründung, der soll neu besetzt werden, auch auf Nachfrage, mit wem soll der neu besetzt werden, der wurde bis heute nicht neu besetzt, also man hätte es auch so belassen können. Das sind einfach wirklich Sachen, die ja unbefriedigend sind, wenn man dann halt irgendwie ja irgendwas machen möchte. Bei der Transparenz gibt es ja generelle Probleme und die wurden auch angesprochen, Probleme wurden angesprochen, die Webseite hatte Haufenfehler, es wurde alles soweit gemeldet, passiert es letztendlich nichts und auf den Hinweis, dass man halt sagt, ob man das nicht irgendwie transparent dokumentieren kann, dass man halt, dass jeder um den Zugriff hat, dass jeder halt da sehen kann, das und das ist jetzt gemeldet, das muss man nicht mehrfach machen, dass es auch nicht vergessen wird, das wurde halt immer verneint und das ist halt eine Transparenz, die man hätte herstellen können und da halt die Frage, warum ist das denn nicht passiert? Also warum wurde denn nicht so transparent gearbeitet und die Vorschläge waren ja da? Das ist genau ein Thema auch, was wollen wir, wie sollen die Regionen zusammenarbeiten? Es gab auch hierzu im Landesvorstand Diskussion zu diesem Thema mit den Mitgliedsdaten, auch mit den Sage Accounts, ich denke mal, da sollen wir insgesamt drüber kommen, dass wir uns zu diesem Thema auseinandersetzen, zu einem besonderen Termin, wie wollen wir uns aufstellen, wie wollen wir, was sollen die Regionen alles haben, was brauchen die Regionen alles und wie können wir das liefern? Von daher, Christian, ist das jetzt genau der Punkt, wo wir sagen sollten, das ist eine Aufgabe für den neuen Landesvorstand, da waren wir unterschiedlicher Meinung auch intern, die wir so nicht lösen konnten. Ich wollte auch noch kurz was sagen zum Thema Transparenz und transparentes Arbeiten, das ist nicht immer ganz leicht, wir möchten transparent arbeiten, wir möchten ja auch kontrolliert werden, allerdings möchte ich persönlich zum Beispiel auch nicht, dass jeder meiner Kommentare, die manchmal auch unaufgereift sind, manche Ideen sind wirklich erstmal Stuss, die möchte ich nicht gleich Publikum haben, da möchte ich auch intern erstmal eine Meinung haben, ob die Idee Stuss ist, das möchte ich nicht gleich Publikum in der Welt haben, das sind ja erstmal meine Gedanken, das sind auch keine Vorstandsmeinungen und das passiert recht schnell, das ist menschlich, dass eine Meinung, eine Frage von einem dann als Vorstandssache wahrgenommen werden und das möchte ich halt auch nicht, weil das zur falschen Darstellung auch führt und zur falschen Interpretation. Wenn dann eine kleine Idee erstmal schon gleich Publikum wird, dann muss man zusammen auch finden, ja, wie viel Transparenz wollen wir, aber auch wie viel Raum für den behalte ich. Ich möchte da anschließen, Herrn Motzer, es war sehr schwer, mit euch in der Hinsicht zusammenzuarbeiten und immer Transparenz zu pflegen, wenn jedes Wort, was man gesagt hat, jede Nachricht, die man geschrieben hat, egal ob das unter einem Privataccount war, also Twitter ist jetzt nun mal kein offizielles Medium, oder auch über eine private E-Mail geschrieben hat, oder in Mumble einfach mal so Just for Fun erzählt hat, wurde dies immer ausgelegt als Vorstandsmeinung, das ist der Vorstand, das ist der Vorstand, der Vorstand hat die Meinung, fand ich sehr unbefriedigend und auch besonders dann, dass wenn einer es gehört hat, er hat es weitererzählt und von den Leuten, die es dann gehört haben und sich dann da irgendwie sich was zusammengebastelt haben in ihren Gedankengängen, hat komischerweise immer keiner nachgefragt. Und wenn ich das mal so zusammenfasse, für das halbe Jahr, wo ich jetzt im Vorstand war, gab es insgesamt zweimal jeweils eine Nachfrage zu einer Äußerung von mir. Und sorry, dann fange ich natürlich irgendwann an, meinen Mund zu halten, was ich dann auch gemacht habe. Und das wird mir jetzt wieder ausgelegt als intransparentes Verhalten. Ich sage mal so, wie man den Wald hineinruft, so schaltet es auch hinaus. Und wenn man hinter jedem Wort immer eine Verschwörung vermutet, oder Ähnliches, dann braucht man sich nicht wundern, dass Menschen anfangen, Selbstzensur zu üben, beziehungsweise dann nur noch reden, wenn sie Leute um sich haben, denen sie zu 100% vertrauen. Und sorry, es gab leider, danke, es gab leider Menschen, die dieses Vertrauen missbraucht haben. Ja, denn vielleicht gar nicht so, falls es jetzt so hieß, es gibt halt unhautsgereifte Ideen, die man nicht gleich veröffentlichen muss. Also ich glaube, darum geht es im Kern ja nicht. Es geht beispielsweise um so Punkte. Also gibt es von der letzten Woche einen Umlaufbeschluss? Beispielsweise wurde diese Woche noch ein Umlaufbeschluss getroffen? Wir wissen es nicht als Mitglieder. Es gibt die Nachfrage zu dem überarbeitenden Finanzplan 2014, weil ja klar, irgendwie die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, die wir haben. Die virtuellen Unterkonten, letztes Update 2013, ist nachgefragt, mehrfach März, mehrfach später, vor 14 Tagen nochmal, keine Antwort. Das sind halt so Sachen, wo man dann sagt, da haben wir ein Problem, da können wir halt nicht arbeiten. Andere wollen halt auch irgendwo planen und gucken und das ist ein Teil der Transparenz, der nicht irgendwie unausgereifte Ideen betrifft, sondern es sind halt wirklich Sachen, die nur der Vorstand machen kann, die man halt selbst dann nicht mehr ersetzen kann. Und an der Stelle ist das Problem, was halt mit dem Vorstand existiert. Tag erstmal. Ich möchte mal das Jurfix anknüpfen und zwar habt ihr mitbekommen, dass seit Monaten oder mehreren Monaten, die Region nichts mehr eintragen. Das heißt eigentlich, ihr hättet das eigentlich sehen müssen, dass die Regionen tot sind. Die meisten sind tot, ich weiß nicht, wer noch lebt, zwei, drei. Es waren mal sieben, acht. Gestern sind die beiden letzten Mannsfälle ausgestiegen. Der Sven und der Nico ist jetzt auch komplett tot. Wittenberg ist eigentlich auch tot, kann man sagen. Was habt ihr eigentlich mal unternommen, um dagegen zu wirken? Ich habe nirgendwo irgendwie was gemerkt, gar nichts, null. Ich hatte x-mal Mehlverteiler beantragt, ja, wir kümmern uns, wir gucken mal. Viermal habe ich einen Mehlverteiler beantragt, Manfred hat ihn beantragt, der Maik hat ihn beantragt, nie wurde was. Wir können einfach die Einladung nicht selber an die Mitglieder verschicken. Und das geht jetzt bestimmt schon ja so. Also erst mal, wir sind eine basisorientierte Partei, so wurde es mir mal erzählt. Und die Region, wie bitte? Ja, ist klar, Ausdruck, genau. Was jetzt hier wieder passiert ist, was habt ihr nicht gemacht? Was hast du nicht gemacht? Was hat der Vorstand nicht gemacht? Ja, kann ich die Gegenfrage stellen, was hast du gemacht, um die Region zu beleben? Ich sage mal, du sitzt vor Ort, und so weiter und so fort. Zum Thema Mehlverteiler. Ja, kann sein, dass du da was beantragt hast. Ich habe jetzt nichts auf dem Schirm. Ich habe damals die Erfahrung gemacht, beim Salzlandkreis, als ich da war. Ich hatte keine Probleme gehabt, eine Einladung an den Salzlandkreis rauszuschicken damals. Ich habe einfach geschrieben das Ding, habe das ans Generalsekretariat geschickt, und zwei Tage später war es draußen, ohne Probleme. Was ich aber immer bekommen habe, ist, schreib mal was und schicke das mal raus an die Mitglieder. Nach dem Motto, Vorstand, mach mal, schreib mal was, und dann soll ich es rausjagen. Und sorry, auch meine Zeit war begrenzt, auch unsere Zeit ist begrenzt, wir machen es alles freiwillig, und daher haben wir es dann natürlich nicht gemacht. Also meine Einladung zum Beispiel, die waren immer gut formuliert, es gab dann mal, die waren zuständig. Die erste vielleicht nicht, ja, ja. Dann habe ich die rausgeschickt, oder rausschicken lassen. Das war aber noch der andere Vorstand und der letzte zurückgetretene Generalsekretär, da habe ich die rausgeschickt, oder rausschicken, der war aber noch der andere Tag gespielt, oder gar nicht. Deshalb haben auch viele das nicht gemacht, hier habe ich die rausgeschickt, oder rausschicken, der war noch der andere Tag gespielt, oder gar nicht. Und ja, dann kann man sagen, wahrscheinlich, also ich habe es dann noch nicht mehr gemacht, weil ich konnte mich nicht mehr drauf verlassen. Ja, und wie gesagt, also ich hatte viermal den Mailverteiler beantragt, um halt die Mitglieder selber einzuladen, also anonym natürlich, Mailverteiler halt. Und da wurde halt nichts gemacht, es wurde zwei oder dreimal versprochen. Kleiner Moment, ich übergebe mal die Versammlungsleitung an Kai, können wir nach einem Protokollnachtrag nehmen die Uhrzeit hin. Eine kurze Anmerkung, ich möchte euch mal daran erinnern, dass ihr hier etwas aus dem Weg schaffen wollt. Und einerseits, wenn man reinruft, alles okay, Emotionen gehören da mit rein, wenn zurückgelacht wird, auf der anderen Seite, das ist auch nicht zielführend, denkt daran, ihr wollt hier zu einer Lösung kommen und euch nicht nur gegenseitig anklagen. Bitte. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was du da genannt hast, wie sie auch gegenseitig, ich sag mal, auf Seiten Landesvorstand und Basismitgliedsvertrag gegenseitig teilweise der Frust hochgeschoben hat. Gerade bei solchen Themen, die Kommunikation. Was wir getan haben, wir haben, wenn wir eingeladen wurden, uns wirklich zu den Regionen auch begeben, so gut es möglich war. Wir haben ja alle noch Privatleben, Berufsleben und so weiter, das ist manchmal nicht ganz einfach, dann auch noch durch die Gegend zu fahren und zu Versammlungen zu gehen von anderen Regionen und haben dort versucht, im Gespräch Probleme zu klären. Das geht natürlich nicht allzu häufig im Jahr, weil es die Sachen mit solchen Einladungen und Events angeht, da kann ich jetzt auch nur dem nächsten Vorstand nahelegen, es besser zu machen vielleicht als wir und auch als sehr vorgehenden Vorstand, solche Sachen schnell, unkompliziert zu bearbeiten. Wir haben uns da sehr schwer getan, aus verschiedenen Gründen. Das war nicht immer optimal, nicht immer war auch optimal, was dann an Vorschlag kam. Da nochmal den Versuch zu wagen, in der Hoffnung, dass es klappt, aber dann muss auch wir in der Außenregion, die müssen wirklich die Vorarbeit leisten, die müssen was organisieren, ein schönes Thema finden, wozu sie einladen wollen, womit sie aktivieren wollen und dann hat der Vorstand auch die Aufgabe, das müssen wir uns auch anrechnen, das dann auch zu kommunizieren, herauszuschicken oder halt der Basis die Möglichkeit zu geben, dass er es selber machen kann. Also da müssen wir ganz ehrlich auch zugestehen, das lief bei uns Vorstandsseite nicht optimal. Zu Torsten, die Sache ist genau der Punkt eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt Möglichkeiten auch an die Daten ranzukommen, wenn man ein, wir sehen das ja vor, dass es dort die Möglichkeit gibt, einen Beauftragten zu machen, wenn man jetzt nicht zufrieden ist, dass im Januar mit der ersten Mail, das wissen wir, das ist nicht sauber von dir gelaufen, wir haben zurückgefragt, das ist nicht sauber auch vielleicht zurückgelaufen, aber da war genau der Punkt gewesen. Also wenn du jetzt meinst, die unvollständige Mail, die du zuerst rausgeschickt hast, wo wir uns, ja, wo wir uns ein bisschen veräppelt gefühlt haben. Also es gibt die Möglichkeit der Region über den Stammtisch jemanden zu bestimmen oder die Gebietsversammlung und zu sagen, ich habe die Mitgliedsstaaten, wenn man sie dann nicht kriegt, das ist ein Problem. Ganz klar. Es besteht ein Anspruch darauf, das haben wir festgelegt. Ich muss gerade erst mal ein bisschen durchatmen, das ist alles ziemlich aufregend für mich hier. Ich muss gerade erst mal ein bisschen durchatmen, das ist alles ziemlich aufregend, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir, beziehungsweise ich, ich muss gerade erst mal ein bisschen durchatmen, wie es euch geht, ihr Leute, steht mal da, ihr rechtfertigt euch, beziehungsweise ich, ich muss gerade erst mal ein bisschen durchatmen, wenn ihr rechtfertigt euch, und meine Hexen auf dem Scheiß auch. Ich muss gerade erst mal ein bisschen durchatmen, vielleicht hilft das, wie es euch geht, das mal ein bisschen zu ritualisieren und zu sagen, ja, hey, wir haben sie verbrannt, die Hexen, warum haben sie durchatmen, wie wird das passieren? Ich muss mal ein bisschen zu ritualisieren, deswegen meine eine Bitte an der gesamten Versammlung ist, arbeitet konstruktiv, das heißt, wenn ihr Probleme habt, sprecht die an, aber immer bitte mit einem Vorschlag dahinter, wie kann man es lösen, wie kann man das in Zukunft anders machen, wo sind Strukturen offen, was sind Sachen, die irgendwie angegangen werden müssen, und bitte keine Hexenverbrennung. Wir sind alle in die Piratenpartei eingetreten, weil wir etwas besser machen wollten und das gilt auch für die Leute, die in den Vorstand gewählt wurden oder demnächst werden. Ich möchte euch jetzt alle mal bitten, euch in die Rolle des Vorstands zu versetzen und zu überlegen, wenn ihr Vorstand wäret, was würdet ihr dann von der Basis wollen? Es gibt verschiedene Varianten, angebrüllt werden ist jetzt die eine Variante, wahrscheinlich würde euch das nicht allzu sehr gefallen. Ihr könnt auch mal überlegen, was braucht der Vorstand, abgesehen, dass er zum Beispiel Arbeit und Familie hat und damit wenig Zeit, was braucht der Vorstand, um effektiv und schnell zu arbeiten. Das könnte zum Beispiel sein, dass Anträge gut formuliert und überdacht sind und nicht einfach mal so schnell hingeschossen. Ich gebe zu, an dieser Stelle bin ich selbst öfter mal ein bisschen schuldig. Es gibt auch andere Sachen, ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus der Kassenprüfung. Da hatten wir dann von einer Person drei Anträge auf Kostenübernahme mit insgesamt, ich sage mal, 20 Quittungen. Diese 20 Quittungen waren über diese drei Anträge verteilt. Ihr habt zehn Minuten gesessen, um zu gucken, ob denn auch für die Gelder, die ausgezahlt wurden, auch die entsprechenden Quittungen da sind. Also mal abgesehen von uns armen Kassenprüfer macht ihr es damit auch der Schatzmeister und garantiert nicht einfach und die hatten verdammt langen Job, muss ich jetzt auch mal so sagen. Also wo wir jetzt eben bei dem Thema waren, irgendwie der Vorstand hat halt versucht, die Probleme zu lösen. Der Vorstand war auch oftmals an den Problemen beteiligt. Also wir haben halt irgendwie, also ich habe einen verrückten Twitter-Account, der verrückte Dinge tut, mit Informationen aus der Vorstandszeit und aus der Verwaltungsliste, wo halt nicht so viele Leute draufkommen. Ich habe danach gefragt, da ist halt so kollektives Vergessen. Da gibt es halt noch diese Geschichte, wo die Schatzmeisterin, die ehemalige, auf der Verwaltungsliste Dinge geschrieben hat. Da wurde halt nicht versucht, irgendwie da die Lösung zu finden, obwohl man die Lösung hätte vielleicht finden können. Es sind halt einzelne Personen, die dann einfach auch, ja, sich oftmals dann nicht so beherrscht haben, wie sie es vielleicht hätte können, wo aber keine Aggression von der Gegenseite kam, wo man dann einfach auch sagt, okay, ich nehme jetzt einfach Dinge an, genau das Problem, was vorhin angesprochen wurde. Ich gehe jetzt einfach von Dingen aus und fördere es halt weiter. Diese Gerüchte zu streuen und diese Gerüchte nicht aufzulösen, das war sicherlich auch ein Teil der Vorstandsproblematik. Und an der Stelle, wie gesagt, fehlende Transparenz und auch fehlender Wille, irgendwie das Ganze auch aufzulösen. Also vielleicht auch von vorhin nochmal die Frage, gibt es in der letzten Woche, seit dem letzten Show Fix, noch einen Umlaufbeschluss? Also die Frage beantworte ich dir jetzt hier nicht, aber ich sage dir so viel, ja, ich reagiere ab und zu, es ist so viel immer wegrenzt, Christian. Bleib bitte da. Danke. Ich bin Mensch. Okay, ich habe gesehen, du hast mich angeguckt, ich bin Mensch und ich reagiere teilweise aggressiv auf Angriffe und teilweise deine Arbeit, deine Einwürfe und so weiter und so fort habe ich als persönlichen Angriff gewertet. Und das darf ich auch, weil ich ein Mensch bin. Und auch ich bin Basis, nur so zur Info. Es hört sich immer an, der Vorstand, hallo, ich bin auch Basis und ich habe genau das gleiche Recht wie du, auch mal pumpig zu werden, von deinem komischen, oder nicht deinen, ist ja wohl nicht deiner, Twitter-Account wusste ich gar nichts, habe ihn auch erst kennengelernt, als du ihn mir präsentiert hast. Ja, natürlich besuche ich ihn. Habe ich dir auch geschrieben. Ist auch mein gutes Recht. Aber wie gesagt, bei aller Aggressivität, die ich auch manchmal dir gegenüber habe, habe ich aber trotzdem immer gemerkt, mit dir face to face, deshalb wollte ich auch, dass du da bleibst, geht's. Da vielleicht gleich die Rückfrage. Das Problem ist ja bekannt, dass schriftliche Kommunikation nicht unbedingt der beste Weg ist. die Möglichkeit, gerade bei der Vorstandssitzung und Joe Fix hinterher noch da zu sein und ein Gespräch zu führen, war halt aktiv gestört, weil es halt einfach irgendwie noch geheime Vorstandssitzungen gab, also geschlossene Vorstandssitzungen, nicht öffentliche, warum auch immer, wie man es nennen möchte. auf jeden Fall Teile, wo es halt für die Anwesenden eine längere Zeit war, wo halt kein Vorstandsmitglied da war und danach sind die Vorstandsmitglieder halt oft gleich gegangen, weil es einfach auch sehr lange dauert. Also das ist halt ein Hauptproblem. Ja, tut mir leid, aber gerade wir sind uns öfters im Mambel über den Weg gelaufen und du hast auch in den Vorstandssitzungen nie was gesagt, das heißt, man wusste auch nie, ob du nun mal noch was reden möchtest. Du hättest auch einfach mal sagen können oder schreiben können, hallo, ich möchte noch mal mit euch reden. Das ist nicht gekommen, tut mir leid. Gedanken lesen kann ich nicht, nicht über die Entfernung und auch so nicht und daher hättest du mich auch jederzeit ansprechen können und ich sage jetzt mal, wir haben ja in den letzten Tagen ab und zu mal miteinander geredet. Das war sehr angenehm, auch für mich und du kannst mich ansprechen. Du hättest jeden von uns ansprechen können. Wir waren öfters im Mambel, genauso oft wie du. Kann ich jetzt erstmal kurz Stellung nehmen zu dem, was du gesagt hast. Also, wenn es einen Troll-Account auf Twitter gibt, dann ist die Zuständigkeit, das an den Vorstand zu schieben, einfach mal die falsche, weil wir können nichts gegen Twitter-Accounts machen. Aber die Informationen aus diesem Twitter-Accounts sind von der geschlossenen Verbreitungsliste der Piraten und aus dem Landesvorstandssitzung, die nicht live veröffentlicht werden, während der Vorstandssitzung. Es wurden dazu Fragen gestellt, wir haben auch ausführlich dazu Stellung genommen, wer diesen Account kennt, wer twittert, wer nicht twittert. Also, wir haben uns dazu auch geäußert. Und wie gesagt, wir können nichts tun, wenn es einen Troll-Account gibt. Und was auf der Verwaltungsliste läuft, weil du das gerade noch mal gesagt hast, nicht der gesamte Vorstand kann auf die Verwaltungsliste gucken, der Gensek und die Schatzmeisterin können auf die Verwaltungsliste gucken. Der Rest des Vorstandes weiß nicht, was auf der Verwaltungsliste abläuft. Also, diese Beschwerden an den gesamten Vorstand zu schieben, finde ich gerade einfach unangemessen. Also, wie gesagt, das Ganze aufzuklären, finde ich halt nicht unangemessen. Das finde ich halt sehr unangemessen, dass man einfach den inneren Frieden da wieder herstellt, wenn da einfach Sachen behauptet werden, wie die Stimmen. Und bei dem Teil, man könnte halt miteinander sprechen, während der Vorstandssitzung habe ich halt abschließend nicht mehr gesprochen, weil die Befürchtung wirklich im Raum steht, jede Äußerung wird halt auch vom Landesvorstand auf die Goldwaren gelegt und dass es da halt irgendwelche Konsequenzen gibt, die man halt nicht unbedingt möchte. Dass man einfach sagt, okay, Vorstandssitzung ist Vorstandsteil und da halt nichts mehr zu sagen. Und das ist auch schon eine Entwicklung, die halt auf der Mailliste passiert, dass halt Leute einfach sich da abgemeldet haben. Das sind halt Sachen, die einfach mehr oder weniger die Fortsetzung des schlechten Umgangs miteinander sind. und dieser schlechte Umgang ist halt auch in den Kommentarfeldern, in den Vorstandspads zu sehen gewesen und so weiter. Also wir können auch die Chatfunktion in einem Pad können wir nicht regulieren. Wir können den Pad nicht ausschalten. Also den Padchat können wir nicht ausschalten. Zudem nach den Sitzungen, also ich war eigentlich nach fast jedem Jurfix und nach fast jeder Vorstandssitzung bin ich danach noch geblieben und habe geguckt, ob noch Leute da sind. Und wenn da drei Leute da sind, die sich anschweigen und fünf Minuten lang nichts passiert, dann bin ich gegangen, ja. Und dazu, dass andere Mitglieder irgendwie nach 0 Uhr oder so keine Zeit mehr haben. Es gibt Mitglieder, die sind berufstätig, die müssen am nächsten Morgen früh raus und ich bin der Meinung, es möge ihnen verziehen sein, wenn die nachts um zwölf sagen, ich gehe jetzt ins Bett. So, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Einerseits möchte ich einmal ein bisschen ruhiger aus dem Hintergrund, weil sonst müssen die Leute immer lauter werden und schon kommt es wie anschreiend. Das Zweite ist, das war ein GO-Antrag. Ein GO-Antrag. Genau, ich habe einen Antrag an die Geschäftsordnung, hier die Aussprache zu beenden, aus dem Grund, weil es nicht so die Aussprache ist, die ich so verstanden habe, sondern eine reine Anklage an den Vorstand, der sich vorne steht und sich rechtfertigt. Und das, glaube ich, ist nicht so zielführend gewesen. Das ginge über einen GO-Antrag auf, sage ich mal, Schließung der Rednerliste beispielsweise. Dann würde ich jetzt einfach mal darum bitten, tja, gibt es eine Gegenrede zu diesem GO-Antrag? Formelle. Formelle Gegenrede. Gut, dann müssen wir mal darüber abstimmen, ob dem GO-Antrag zugestimmt wird, dass die Rednerliste geschlossen wird. Einmal bitte K-Anzeichen. Ich sehe eine deutliche Mehrheit für die Schließung der Rednerliste. Ich würde jetzt jeden noch mal bitten, der halt reden möchte, ans Mikrofon erst mal zu treten. Und die Erinnerung für den Fall, dass es halt noch länger dauert, es gibt auch die Möglichkeit, sie wieder zu öffnen. Also, wenn es wirklich noch Redebedarf gibt. Und Piano, ich wollte nur daran erinnern, wir hatten ursprünglich 30 Minuten angedacht, aber ich denke mal, wir verlängern das, weil es halt den Anlass dazu gibt. Bitte. Ich kann jetzt naturgemäß nicht für mich sprechen, aber ich denke, mindestens ein Großteil, wenn ich dem Ganzen vorstelle, geht es genauso. Solche Sachen wie die Stimmung auf den Mailinglisten, diese unterirdischen Beiträge im Petschat, auf Twitter und so weiter. Ich auf jeden Fall würde sehr gerne was dagegen unternehmen. Aber was soll ich denn machen? Ich kann nur sagen, dass ich jetzt Scheiße finde. Das sage ich häufig, das sage ich nicht gerne, weil ich würde es am liebsten vermeiden, dass ich das sagen muss. Aber danach sind für mich die Möglichkeiten zu Ende. Okay, da wir die Moderation machen, können wir mittlerweile den einen oder anderen davon sperren. Das haben wir auch getan, um das Niveau ein wenig zu heben. Aber ja, bei Twitter und so weiter können wir halt nichts machen, außer sagen, dass wir es scheiße finden. Und ich hoffe, dass keiner aus unserem Vorstand einen solchen Twitter-Account betreibt. Ich fände das unterirdisch. Aber wenn er es macht, was soll ich tun? Erstens müsste ich es rauskriegen und zweitens müsste ich es verhauen. Und das werde ich nicht machen. Da ich ja selbst auf der Anklagebank beim Stammtisch Halle von Frau Funke, Herrn Anze und Herrn Zinser schon saß, möchte ich das Mikro wechseln und in den Saal blicken. Also mal so gefragt, fühlt ihr euch angeklagt, wenn du da stehen würdest? Also wenn er da stehen würde, würde ich anklagen. Dann würde ich dich mal einfach mal bitten, stelle ich doch einfach bitte dann wieder da hin. Richtig, zu dem Problem kommen wir noch mal. Danke jetzt zu dem Anspruch, zu der Ansage. Da wir ja jetzt leider immer wieder über Personen reden, uns in die Mailing-Liste flüchten, mit Ausreden kommen und vielen, vielen anderen Sachen. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal, das, was hier im Landesverband über die letzten zwei Jahre nicht lief, mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben nach wie vor eine nicht funktionierende Öffentlichkeitsarbeit, auf die uns selbst die Presse hinweist, dass wir in einem Jahr weniger Pressemitteilungen herausgeben, als manche Parteien in einer Woche. Das ist unmöglich. Das mache ich dem Vorstand zum Vorwurf, weil sie sich ja immer hinstellen und andere blockieren und sagen, mach mal, dann kommt was und sie nehmen es nicht und machen es nicht. Das nächste Anlass war vorhin die Kryptoswop-Party. Kein Mensch hat sich mit dieser Kryptoswop-Party in Halle beschäftigt. Niemand hat das organisiert, sondern das war die Bundeszentrale oder die Landeszentrale für politische Aufklärung. Wir haben also und jetzt einmal mal kurz Cut. Wir arbeiten in Aktivität. Ey, 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 ey. Jetzt bin ich erst mal bitte dran. Entschuldigen, du darfst gerne gleich auch weiter ausführen. Ich möchte nur halt mal darum bitten, weil du merkst ja, es gibt ja halt immer diese Zwischenrufe und so weiter. Ja. Das erste, worum ich dich bitten würde, weil jeder steht da. Es wäre halt cooler, du hast jetzt sozusagen das Recht zu ein bisschen ausführen. Ich möchte gerne zur Versammlung sprechen und nicht auf die Wand gucken. Ah, okay. Also ich meine, wenn niemand damit ein Problem hat, das auch mal in Reden. Ich kann vorne reden. Mir ist das eigentlich gesagt egal. Was mir aber viel wichtiger ist, ist, Leute, es wird hier nicht rumgepöbelt, es wird nicht da reingerufen. Und ich möchte auch immer um einen angemessenen Ton bitten, weil ich sonst merke, es eskaliert. Und wenn ihr meint, dass es dann damit das Problem gelöst ist, indem er jeder mal einmal gebrüllt hat, glaubt mir, nee, das macht es alles nur noch schlimmer. Denkt da einfach mal dran, wenn ihr redet. Es wurde immer wieder gesagt, wir sind inaktiv und was ich nicht ganz so sehe, war ja dort, wo Kreisverbände gibt, da wird ja gearbeitet und das zeigen ja auch dann die Wahlergebnisse, die dann zu dem, die führen. Es ist aber immer die Schizophrenie einzelner Leute, die sagen, wir müssen in den großen Städten was machen und genau dort blockieren sie es. Ja, der Vorstand, den kann man anschreiben, wir haben damals zum Beispiel aus Halle eine Idee gehabt, die für Halle völlig irrelevant ist, aber aufgrund der Anzahl der Leute, die wir in Halle oder Magdeburg oder in Dessau hatten, wollten wir halt beispielsweise in die Region ziehen, um dort Pirateninformationswochen zu veranstalten. Das wurde nur deshalb diffamiert, weil da ein oder zwei Personen hinterstehen, die den Leuten nicht passen und das kann nicht sein, das ist nicht unsere Arbeit. Wir gucken nicht auf die Leute, sondern wir gucken, was die sagen und das muss sich ändern und da müssen wir in den nächsten zwei Jahren hart dran arbeiten, damit wir zum Beispiel nicht auf Aktionen anderer aufspringen, dass wir nicht Montagsdemos mitorganisieren, wo wir uns hinterher dann merken, ah, das wird gecaptured, wenn wir es aber selbst gemacht hätten von vornherein, dann hätten wir diesen Leuten gar keinen Platz gelassen, das für irgendwelche Verschwörungstheorien und so weiter zu benutzen. Das fehlt uns und solange wie wir nicht darüber sprechen, dass man mich nicht leiden kann oder dass ich auch andere nicht leiden kann, aber nicht sagen, es ist mir egal, ob ich den leiden kann oder nicht, wir arbeiten zusammen, weil wir eine politische Idee und politischen Gedanken haben, kommen wir hier nicht weiter und da hilft es auch nicht, wenn die Leute sich darüber beschweren, wenn sie hier auf einer Anklagebank sitzen, was aus meiner Sicht der Fall nicht ist, sondern es ist sachliche Kritik, sich aber selber bei einem Stammtisch hinsitzen und eine Gerichtsverhandlung machen, wo fremde Leute dazukommen und sagen, was soll denn das, was macht denn hier gerade und wenn diese Selbsterlegung und dieses Zugeständnis, dass ich, wenn ich eine Verantwortung übernehme, im Nachhinein, wenn ich die Kritik kriege, diese Verantwortung nicht übernommen zu haben, weil ich etwas vorschiebe, weil ich ja keine Zeit habe oder sonst was, obwohl ich weiß, dass ich diese Verantwortung habe mit diesem Zeitaufwand, den ich dazu bekomme, dann muss ich das machen und dann kann ich mich nicht hinterher darauf zurückziehen, naja, ich habe Familie und ich habe jetzt keine Zeit, das war ich vorher. Wenn also jemand kandidiert, auch heute, dann muss er wissen, dass er die Arbeit zu leisten hat und er muss sich über seinen Zeitaufwand im Klaren sein, um zu sagen, alles klar, das will ich und wenn ich das nicht will, dann kann ich das hier nicht machen oder wenn ich merke, dass ich mit Arbeit überlastet bin, dann muss ich um Hilfe sagen, um Hilfe bitten, zu sagen, wer kann mir helfen, ich komme nicht hin, ich schaffe es nicht, damit wir zum Beispiel einen Kreisverband Magdeburg nicht auflösen müssen, weil der Schatzmeister nicht hinterher kommt, den scheiß Kassenbericht abzuliefern, damit wir die Parteienfinanzierung bekommen. Das geht nicht. Da ist Ehrlichkeit das erste Wort, was zu kommen ist und das funktioniert nicht, wenn das nicht getan wird, auch für die Zukunft nicht, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren und darum bitte ich ganz dringend, was ich noch sagen wollte. Kommst du mal bitte ganz kurz zum Schluss, weil wir haben noch einen GU-Antrag und noch ein paar mehr Redner. Das wäre lieb, danke. Dann möchte ich kurz zum Ende kommen. Als letzten Punkt, wenn einer persönliche Verantwortung übernimmt, im Amt oder in jeder anderen Form, dann muss er sich darüber im Klaren sein, was er will, will er das und muss er sich im Klaren sein, dass er auch nicht die Leute, die aktiv werden wollen, blockiert. Das ist nämlich so eine Sache, wo wir uns gerade dran aufreiben und wo es dann immer wieder persönlich wird, anstatt zu sagen, ich gucke jetzt drüber hinweg, wer es ist und was er kommt, selbst wenn er manchmal komisch ist, schreibt, wir wollen zusammenarbeiten und den Landesverband in den nächsten Jahren oder übernächsten Jahren voranbringen. Danke. Wir haben einen GO-Antrag Wir haben einen GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit. Ja, ja klar, aber die, die noch, du standst noch an, das weiß ich noch, du hast dich ja eben noch mit dran gestellt, ne? Ja, genau. Und die, die jetzt noch dran sind, haben sozusagen eine begrenzte Redezeit, das gilt für die, die an dem Mikro stehen oder an dem, das ist jetzt eigentlich gehobst wie gesprungen, GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit, ich würde sagen, zwei Minuten. Dann stellen, GO-Antrag, wer ist dafür, das ist ein, oder gibt es noch eine Gegenrede? Pro Person. Pro Person. Gibt es eine, gibt es eine Gegenrede? Formell? Ja? Gibt es formell? Dann wird der Antrag abgestimmt. Wer ist für eine Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten pro Person? Das ist eindeutig positiv, das heißt, wir machen jetzt mal ein kleines Stopperchen. Kannst du eins einbauen? Können wir gar nicht, ne? Das heißt, ich mache eine eigene Stoppuhr. Denn ab jetzt gilt eine Redezeit von zwei Minuten. Und. Alles klar. So. Dann würde ich mal sagen, ich gebe dir dann immer ein Zeichen, so 30 Sekunden vor Ende gebe ich dann ein Zeichen. Okay? Geht los. Gut, ich möchte bloß kurz was richtigstellen, was Markus gerade eben gesagt hat. Und Ruhe bitte. Ja, ihr dürft natürlich auch immer antworten. Okay, also zu der Sache mit den Pressemitteilungen, das jetzt auf den Vorstand zu schieben, es gibt Pressesprecher, die wurden per Ausschreibung ermittelt, dort hatte jeder die Möglichkeit, sich zu bewerben, den Vorstand zu schieben, da muss ich den Vorstand zu schieben, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen, das kann man nicht ein Zeichen geben, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Der Exo aus Magdeburg hat sich eingebracht, ich habe Referenten gesucht, der Christian war mit dabei, wen habe ich noch vergessen? Ja, von den Referenten jetzt mal abgesehen, die jetzt noch mit da waren, aber allein aus Sachsen-Anhalt haben da sehr viele Leute Referenten mitgesucht, haben auch teilweise eigene Vorträge gehalten. Ja, also zu den allgemeinen Anschuldigen, wir würden uns der Verantwortung nicht stellen, wir würden Sachen blockieren, also weiß ich jetzt nicht, wie soll ich das jetzt widerlegen, das ist so eine allgemeine Anschuldigung, da kann ich jetzt irgendwie nur schwer drauf eingehen. Ja, ich wollte es auch nochmal kurz, was eine kurz gesagt hat, ich habe auch eine komplett andere Sichtweise auf den Krypto-Swap, ich finde es super, dass sich die Leute von uns organisiert haben, aber es muss sich nicht jeder hinterher bruskieren, dass er das gemacht hat. Also man kann auch einfach mal politische Arbeit machen und im Hintergrund bleiben, Hauptsache die Veranstaltung ist super und die Vortragenden oder die Inhalte, die dort transportiert werden, sind wichtig. Also, und dann möchte ich gerne auch noch darauf eingehen, dass wenn man über etwas spricht, der entweder mit den Leuten vorher gesprochen hat und ich irgendwelche Gerüchte in die Welt setze oder irgendwelche voreingenommene Meinungen, das war nicht mein Verschulden, dass so wenige Leute aus dem Landesverband beim Krypto-Swap dabei waren. Wir haben super Vorträge gehabt, wenn der nicht so angenommen wurde, dann kann ich das nicht beeinflussen. Und nochmal danke zumindest an die Leute, die das mit organisiert haben. Der Nächste hat das Mikro. So, kurz zurück im Konstruktivmodus. Dass es nicht geklappt hat, fange ich damit mal an. Ich hätte gerne von jedem Einzelnen von euch als Vorstandsmitglied mal so eine Botschaft, die ihr dem nächsten Vorstand mitgeben würdet, was ihr aus der Zeit, die ihr jetzt Vorstand seid und aus der aktuellen Situation des Landesverbands mitnehmt, geschuldet ist sozusagen, als Tipp mit auf den Weg gebt. Macht's mal. Einzelnen bitte, jeder. Das wäre super toll. Was ich dem nächsten Landesvorstand auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass er das umsetzt, was jetzt uns hier bei uns bemängelt wurde, um es ganz neutral zu formulieren. Nämlich wirklich jeden neutral zu handhaben, vorurteilsfrei alles zu behandeln und die Kommunikation zu pflegen. Ich hoffe, es gelingt ihm. Mehr kann ich ihm nicht wünschen und auf den Weg gehen. Seid das, was ihr seid und fangt nicht an, schauspielerisch tätig zu werden. Ich würde mir vom nächsten LAFO wünschen, dass er bitte konsequent die offene Vorstandsliste benutzt, außer für Sachen, die halt aus Datenschutzgründen oder so nicht veröffentlicht werden dürfen, was geheim ist. Ansonsten bitte nutzt die offene Vorstandsliste, dort können viele Missverständnisse, die halt irgendwie entstehen, weil die Kommunikation geschlossen ist, die können halt damit vermieden werden. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich kann auch verstehen, dass einige Leute die nicht benutzen, weil halt wirklich jedes Wort, was gesagt wird, auf die Goldwaage gelegt wird. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass der nächste Landesvorstand den Mut hat, seine Kommunikation komplett öffentlich vorzuführen. Also ich bin kein Mann großer Worte. Ich würde einfach sagen, mehr Gleichmut wagen. Einfach nicht sofort ausrasten, vielleicht nicht alles auf die Goldwaage legen, aber ja. Ja, ich habe das öfter schon gesagt, mir ist wichtig, dass wir erkennen, erstens sind wir eine Partei. Wir sind nicht tausend verschiedene Leute, die irgendwo rumrennen, sondern wir haben eigentlich gemeinsame Ziele, die wir in Sachsen-Anhalt verbreiten wollen, die wir auf Bundesebene hinbekommen wollen. Wir haben elf Mandate erringen können, viel auch vor allem durch die lokale Arbeit. Die geben uns jetzt die Möglichkeit, das, was wir die ganze Zeit gequatscht haben, auch mal umzusetzen. Und da hoffe ich einfach auch, und da weiß ich, dass viele, die auch jetzt nicht selber Mandate erreicht haben, die Mandatsträger unterstützen. Was ich auch möchte, was mir wichtig ist, ist, der Landesverband kann nicht ohne die Regionen, aber die Regionen können auch nicht ohne den Landesverband. Ja, es ist immer dieses Krabbeln in den Knien, wenn hier vorne, ja. Ich wollte jetzt mal, ja, ich bin natürlich ganz subjektiv eingebunden in die ganzen Gespräche, die jetzt hier auch laufen und sowas. Ich möchte da gerne nochmal meine Sicht ganz kurz darstellen und mal fragen, ob wir das so abgleichen können, ob wir uns darauf einigen können, dass in letzter Zeit halt auch sehr viel Sachthemen instrumentalisiert wurden, um gegen Personen oder für Personen zu handeln. Ich meine das jetzt gar nicht seitenabhängig, ich meine das von beiden Seiten. Ich habe da jetzt hier gehört, es gab da Anträge, die eher so getrollt haben, wo ihr scheinbar, wo euch gegenüber, ja, was benutzt wurde, ein Sachthema, um gegen Personen vorzugehen. Ich habe das halt auf der anderen Seite subjektiv auch wahrgenommen, zum Beispiel durch die Moderation, wo es hieß, die ist jetzt dafür da, die Medienliste sauber zu halten. Was dann meiner Meinung nach da passiert ist, war doch mehr nur, da wurde eine neue Waffe gegen Menschen erschaffen. Wie gesagt, ganz subjektiv. Und ich wollte nur mal fragen, ob das beide Seiten zumindest so sehen, dass Sachthemen benutzt wurden, um auch gegen Personen vorzugehen. Und wenn wir den Punkt erstmal begriffen haben, ob wir das dann vielleicht von beiden Seiten einstellen könnten. Also es ist der Punkt, dass es offen und massiv so nicht vom Vorstand gemacht wurde, dass es auf alle Fälle so rüberkam. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass es sozusagen im Unterbewusstsein dazu geführt hat, dass man massive unterschiedlicher Meinung war, dass man dann Instrumente vielleicht anders ausgelegt hat, als man könnte. Das würde ich nicht ausschließen. Aber es ist so, dass wir nicht massiv das bewusst eingesetzt haben und gesagt haben, es sind bestimmte Personen, die wir hier ausschalten wollen mit Instrumenten. Ich würde es auch so ähnlich nochmal mit meinen eigenen Worten sagen. Es kann sein, dass das passiert ist. Es war nicht bewusst, es war nicht mit Absicht. Aber wir sind alle Menschen und ich gebe zu, es ist vielmehr zum Teil zum Schluss schwer zu beurteilen bei manchen Anträgen, ob die ernst gemeint sind oder ob man uns damit ärgern möchte. Das macht es sehr schwierig, sich über Sachen neutral zu unterhalten. Und da passiert es dann wirklich, dass man Sachen mit Menschen mal verwechselt. Und das ist nicht mit Absicht, wir haben, also ich glaube, der Letzte hat sich bemüht, das zu vermeiden, aber es kann wirklich sein, dass das passiert ist. Müssen wir mir jetzt noch ein paar Stunden drüber nachgeben, dass ich mir das wirklich nochmal angucke und dann versuche, objektiv zu beurteilen. Aber ich gebe dir recht, ich glaube schon, dass das passiert ist von beiden Seiten. Aber von beiden Seiten nicht mit Absicht. Also ich teile diese Auffassung nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass wir Sachthemen als Instrument gegen Leute benutzt haben. Auch sehe ich die Moderation nicht als Waffe gegen Einzelpersonen an. Ich möchte einfach eine Medienliste, die frei von Beleidigungen ist. Und wer halt beleidigt, der wird gesperrt und das ist unabhängig, wer da beleidigt oder nicht. Dann habt ihr ein Problem. Also ich bin momentan noch am überlegen, was ich nicht sage. Das ist eine Kunst, die anscheinend bei Menschen äußerst selten verteilt ist. Wir Menschen sind schnell dabei, Beleidigungen und andere unangenehme Dinge reichlich zu verteilen. Respekt sind wir eher geizig. Wir sollten es mal probieren, andersrum mit Respekt ein bisschen groß zu sein. Und vielleicht erstmal überlegen, ob nicht der andere vielleicht recht hat und wir uns geirrt haben. Und einfach mal nachfragen, das wäre sicherlich besser. Wir haben vor kurzem, hatte ich ja am Anfang erwähnt, eine Themengruppe Swarmcare gegründet. Der Name kann sich noch ändern. Und unsere erste kleine Aktion habt ihr vielleicht schon bemerkt. Auf diesen Flaschen gibt es ein paar Aufkleber mit fünf Sprüchlein, die wir euch heute mitgeben wollten. Und einen möchte ich jetzt einfach mal vorlesen. Beleidigungen sind die Argumente derer, die Unrecht haben. Und ich hoffe, ihr nehmt euch dieses Mal ein bisschen zu Herzen und gleichzeitig mache ich euch den Vorschlag. Die Themengruppe wurde unter anderem deswegen gegründet, damit wir ein bisschen über Vermittlungen ein bisschen unterstützen können, dass wir miteinander reden und wir stellen uns da auch gern zur Verfügung, ein bisschen als Moderator tätig zu werden. Und wenn ihr also solche Bedürfnisse habt, kommt einfach zu uns. Danke. Gut. Wir hatten uns ja so vorläufig darauf geeinigt, das ist jetzt erstmal so der Ausspracheslot gewesen. So einen persönlichen Kommentar vielleicht nochmal dazu. Ich habe ja auch schon wieder dieses Twitter gehört. Meine persönliche Erfahrung ist, auf Twitter löst man keine Probleme, es schafft erst die Probleme. Also, wir haben ja noch ein Slot gehabt, wie kann man die Arbeit jetzt hier innerhalb dieses Verbandes verändern. Ihr habt jetzt hier alles ja eigentlich gehört, vielleicht auch mal der Zeitpunkt in sich selbst reinzulauschen. Inwiefern kann ich ja selber auch mal wieder was beitragen, etc. Im Hinblick auf die Uhrzeit, wir haben es jetzt ungefähr 10 vor 12. Ich habe mal so gedacht, nach diesem Slot ist so ungefähr die Mittagspause dann mal so angedacht. So gegen 20 nach 12 oder so ungefähr. Und ja, wir haben uns darauf geeinigt. Ihr seid am Zug. Ja, denn ich nochmal und zwar hatten wir bei diesem Treffen am Donnerstag so ein bisschen festgestellt, dass irgendwie die Kommunikation, die schriftliche Kommunikation ein größeres Problem ist. Und bei dieser schriftlichen Kommunikation irgendwie das Problem ist, dass verschiedene Menschen verschiedene Regeln wünschen. Und diese Umsetzung der Regeln relativ schwierig ist in dem aktuellen Synchronisationsforum. Und deshalb von mir der Vorschlag gewesen an den Vorstand, zusätzlich zu dieser synchronisierten Mail-Listen-Forengeschichte, halt eine Mail-Liste und ein Forum nochmal extra zu machen, wo die Leute sich die Regeln auch selber festlegen können und wo man dann auch kontrollieren kann und selber festlegen kann, wer kann drauf, wer soll schreiben und in welcher Form, Art und Weise soll denn da gearbeitet werden. Das würde ich gerne nachher noch als Antrag vorbringen und war auch, glaube ich, so ein Punkt, den wir da besprochen haben am Donnerstag. Geo-Antrag? Das, was gerade gesagt wurde, es ist ein Antrag auf Meinungsbild gekommen. Gibt es da eine Gegenrede, eine formelle, eine inhaltliche? Ja. Dann gibt es jetzt erstmal ein Meinungsbild. Wer hält das für sinnvoll, was gerade gesagt wurde? Der möge mal bitte die Ja-Karte heben. Oder die Nein-Karte respektive. Gut, das sieht noch, es ist knapp, aber es ist auf jeden Fall pro. Es wird für sinnvoll gehalten. Ich gebe mal ganz kurz an Klaus. Dankeschön. Okay. Die Örsprache. Ich sehe gerade, wir hatten das vorhin ja nicht, dass eben scheinbar doch Presse jetzt hier eingetroffen ist. Das war nicht die Frage. Deshalb, da wir jetzt in dieser Aussprache sind, stelle ich jetzt nochmal die Frage, wollt ihr für die, da wir das vorhin zugelassen haben, jetzt explizit in der Aussprache die Presse zulassen? Oder soll man jetzt im Augenblick sagen, innerhalb der Aussprache soll keine Presse da sein? Ich weiß nicht, ob du im lokalen Versammlungsgesetz nachgeschaut hast, ob du Presse überhaupt ausschließend darfst. Ich bezweifle das sehr. Also insofern, ihr könnt gerne gegen das Gesetz verstoßen. Viel Vergnügen. Ich wollte keine Presse ausschließen. Das war nur nochmal die Frage der Bestätigung, weil wir vorher vor der Aussprache Pressezulassung gemacht haben. Nochmal die Bestätigung in dem einzelnen Punkt, da die Punkte gemeinsam abgestimmt worden sind, nochmal diesen einzelnen Punkt von der Versammlung nochmal bestätigen zu lassen. Und da steht mir durchaus zu. Danke. Noch Gegenrede dagegen? Dann frage ich nochmal, stimmt diese Versammlung im Augenblick zu, dass die Aussprache auch unter Presse weiter fortgeführt wird? Danke. Ich sehe eine Gegenstimme, bei einer Gegenstimme ist das nochmal angenommen. Dann können wir jetzt mit der Aussprache weiterführen. Okay. Es gab jetzt leider keinen, der noch irgendwas hat. Aber erstmal schon schön, dass es da ein positives Meinungsbild gab. Ein weiterer Punkt, den wir festgestellt haben, auch wieder die Kommunikation. Schriftliche Kommunikation generell schwierig. Alles, was halt mehr als schriftliche Kommunikation ist, beispielsweise Mammeltreffen oder eben auch diese Arbeitstreffen oder generell irgendwelche Aktionen, die helfen halt deutlich mehr. Das wäre halt ein Ziel für die Zukunft, einfach mehr Live-Treffen zu organisieren und auch die Vernetzung zwischen den Regionen halt zu fördern. Ich denke, das ist auch in der Vergangenheit ein bisschen eingeschlafen oder ein bisschen halt, also nicht ein bisschen, sondern das wurde halt einfach nicht mehr gemacht. Und dafür eben auch mehr Mittel und mehr Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das wäre halt ein ganz großer Punkt, der, glaube ich, uns sehr viel weiterbringen würde. Danke. Möchte dazu jemand direkt was sagen? Ich habe gerade irgendwie ein Timelag. Welche Stelle von, wo befinden wir uns gerade? Was machen wir jetzt gerade? Was wir gerade machen, ist der zweite Teil der Aussprache, wo wir gesagt haben, wir hatten das aufgeteilt, einerseits die Aussprache mit dem Landesvorstand oder Ex-Landesvorstand. Und jetzt sind wir im Grunde genommen im zweiten Teil. Das war dieser Vorschlag, sich einfach auch in der Aussprache darüber zu unterhalten, in welcher Form in Zukunft vielleicht auch wieder mehr politische Arbeit angestoßen werden kann. Wie vielleicht der Zusammenhalt innerhalb des Landesverbandes Sachsen-Anhalt mehr angeregt beziehungsweise befördert werden kann. Wie ja eigentlich nach dem, im Grunde genommen verstehe ich es, dass das eigentlich so eine Aussprache ist, was können wir aus den Fehlern, die vielleicht passiert sind, die wir jetzt aufgearbeitet haben, aus der Vergangenheit lernen, um das in der Zukunft besser zu machen. Und ob es da wirklich progressive beziehungsweise verwertbare Vorschläge gibt. Und das sollte eigentlich die Möglichkeit, das sollte jedem hier gegeben sein, seine Ideen da einzubringen. Vielleicht auch als Anregung für den jetzt zu wählenden Vorstand. Deshalb die Aussprache vor der Vorstandswahl. Dass auch die Vorstände, die sich vielleicht zur Wahl stellen, oder die Kandidaten sich darüber Gedanken machen, in welcher Weise sie darauf eingehen wollen. Also so hatte ich das verstanden. Sehr gut, danke für die Zusammenfassung. Das war spitze, auf den Punkt gebracht. Kann ich, wenn ich dazu etwas beizutragen habe, auch ans Podium gehen? Kannst du auch an das Mikrofon gehen? Noch zum Hinweis, wir sind noch bei einer Redezeitbeschränkung von zwei Minuten. Dauert nicht so lange. Zwei Minuten sind ja auch sehr lang. Mein Thema ist die Moderation gerade. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe mich dann von einer aktiven Mailingliste abgemeldet. Aufmerksamkeit bitte. Danke. Also die aktive Mailingliste ist für mich kein Arbeitsmedium. Das ist ein Meinungsaustausch-Medium. Und das ist für mich schweren Herzens zu sehen, dass es da Moderationen gibt, die letztendlich dazu führt, dass Leute von diesem Medium ausgeschlossen werden. Klar haben wir auf der einen Seite das Phänomen, dass Sprache, schriftliche Sprache auf der Mailingliste extrem ist. Das ist meiner Meinung nach ein Abbild der Situation im Landesverband. Ein Abbild der sozialen Struktur, der Probleme. Um da jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, du bist raus, überlege, was du falsch gemacht hast. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das weiterhilft. Mandate oder Ähnliches haben oder halt auch den eigenen Kreisverband oder den eigenen Landesvorstand unterstützen bei seiner Arbeit. Und wenn man Kritik äußert, diese sachlich tun. Und wenn andere Menschen keine sachliche Kritik äußern, sie darauf hinweisen. Und dann persönlich darauf hinweisen und nicht irgendwie wieder an alle, um irgendjemanden im Prinzip das, ja, ich habe ja wieder fünf Leute gemeldet oder was auch immer, sondern man schreibt die persönlich an. Und mehr Präsenz treffen letztendlich von Arbeitsgruppen wäre auch hilfreich. Und natürlich auch, dass man ein gewisses Klima oder im Prinzip Unterstützung dieser Arbeitsgruppen von mehreren Leuten bekommt. Natürlich muss man dann auch schauen, inwieweit, wenn man offene Strukturen hat, diese gegebenenfalls, soweit sie so offen sind, torpediert werden. Und man muss sich dann überlegen, was man im Prinzip machen könnte, wenn man dann eine fünftige politische Diskussion gewährleisten kann. Danke. Hallo? Ich hätte gerne mal ein Meinungsbild, wer eigentlich jetzt in diesem Landesverband von den Mitgliedern frustriert ist, keine Lust mehr hat oder einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Meinungsbilder sollte eine Frage beinhalten, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Das ist jetzt aus deiner Frage für das Meinungsbild relativ schwer zu konstruieren. Könntest du dir noch etwas anderes stellen? Dann versuche ich es mal zu formulieren. Wer von den anwesenden Mitgliedern hier aus diesem Landesverband ist im Augenblick der Meinung, er wäre von der derzeitigen oder vergangenen Situation frustriert? Er gebe die Dafür-Karte. Das Meinungsbild natürlich, wer nicht dieser Meinung ist, die dagegen-Karte. Und ich teile dem Antragsteller mit, dass es mehr positiv war, das Ergebnis. Ja, ich hatte ja gefragt, wer frustriert ist. Und wenn das mit positiv, ich bin frustriert, beantwortet ist, dann ist das positiv. Vielen Dank für die Feststellung. Wir hatten, also es ging halt da auch wieder um die Kommunikation an sich. Ein weiterer Punkt bei der Kommunikation ist diese Transparenzgeschichte. Und da ist natürlich, war jetzt das Thema halt Mail-Liste oder ein Forum oder sonst was, bei Sachen, wo die AGs arbeiten, da noch irgendwie zusätzlich irgendwie Transparenz zu fordern, führt vielleicht ein Stück zu weit, wenn die Leute sich damit auch gar nicht auskennen. Also die neuen Leute, die dazukommen, die sind erstmal total überfordert mit dem ganzen Zeug, was wir so haben. Warum nutzt man halt nicht Tools, die halt die Transparenz mehr oder weniger schon abbilden? Also da gibt es halt Tools, die wir auch nutzen. Warum werden die nicht besser, ich sage mal, auf gut Deutsch vermarktet, indem man halt wirklich sagt, okay, man hat da ein Tool, da kann man einen Antrag durchlaufen lassen, da kann man halt Fragen stellen und hinterher ist der trotzdem noch dokumentiert. Solche Sachen halt zu benutzen, auch die Sachen, die wir halt haben, also Webseite aufräumen, Wiki aufräumen, das wirklich zu machen, nicht für alles auf einmal und nicht als Einzelperson, aber dass jeder so seinen kleinen Teil nimmt und das halt einfach ein bisschen besser macht, kann glaube ich auch helfen, dass man nicht ganz so frustriert ist, wenn man halt irgendwie sieht, okay, es sind mehr Fehler drin als richtige Sachen und an der Stelle dann einfach ja oder noch aufgibt, schneller aufgibt. Dankeschön. Ich nehme mir das Recht vor, von vorne zu reden. Gerne. Ich hasse es nämlich, wenn ich Leute im Rücken habe. So, ich denke mal, jeder wird mich nicht kennen. Mein Name ist Olaf Linke, ich komme aus Stender, ich bin einer von den elf Mandatsträgern, die es am 25. Mai geschafft haben, einzuziehen für die Piraten. Und ich möchte mal ernsthaft betonen, für die Piraten. Ich bin als Piratenpartei eingetreten und als Ihr Kandidat. Was mir immer wieder auffällt, viele werden denken, hm, noch nie was von Ihnen gehört. Ja, ich bin ein sehr stiller, aber umso stiller man ist, umso mehr hört man. Und wir müssen uns mal alle hinterfragen, was wollen wir denn? Wollen wir uns kaputt drehen oder wollen wir an der Basis mit den Menschen arbeiten und unsere Argumente rüberbringen? Hier sind Kramkämpfe Einzelner gegen Einzelner. Das müssen wir abschaffen. Das geht nicht. Ihr macht unsere Arbeit vor Ort kaputt. Was uns stark macht, ist Ehrlichkeit, Transparenz und Offenheit. Aber dann lebt das auch aus und nicht mit Accounts, wo keiner weiß, wer dahinter steht, wo dann irgendwas behauptet wird. Ich hatte viel Arbeit in Stendal, um die Leute davon zu überzeugen, mich zu wählen, weil sie erst mal gesehen haben, oh, einer von den Piraten, noch so in Chaot. Nee, dann habe ich mit ihnen viel geredet. Ich habe das neue beste Ergebnis eingefahren von 104 Kandidaten und das habe ich nicht geschafft, weil ich irgendwo mal im Hintergrund gearbeitet habe, sondern weil ich offen gearbeitet habe, mit jedem geredet habe. Und diesen Wunsch habe ich auch vom Landesvorstand, vom Neuen und von jedem einzelnen Piraten. Arbeitet mit den Leuten, redet mit ihnen, überzeugt ihn von unseren Zielen, die wir haben, denn die sind nicht schlecht. Bitte tut mir den Gefallen. Danke sehr und ich bemerke mal, es war eine ziemlich punktgenaue Landung mit einer zwei Minute. Also ich kann mich nur den Worten von Olaf anschließen, weil genau das ist ein ganz großes Problem der Piraten. Hier, wir können jetzt nur von Sachsen-Anhalt reden, es ist, hat man oft den Eindruck, mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander. In Sachsen-Anhalt sind elf Mandate geschossen worden, sechs davon in der Börde. Also muss da ja irgendwas klappen. Und es ist, ich bin natürlich von der Börde, gebe ich ja auch zu, so, wir haben ein Kreistags, ein Kreistagsmandat geschossen und so weiter. Und wir arbeiten miteinander, wir diskutieren, klar sind wir auch mal anderer Meinung und so, aber man hat hier immer das Gefühl, wie lange haben wir jetzt diskutiert, dass in irgendeinem Forum irgendein Mist drin steht, einer dem anderen beleidigt. Es ist so, diese Idioten, die so eine Sachen dort reinschreiben, die werden wir so und so nicht ändern. Die werden diesen Mist weiter reinschreiben. Und wir können es nur schaffen, indem wir gemeinsam etwas machen. Ich kann nur, und das maße ich mir einfach an, weil die Börde natürlich so ein Vorzeigekind ist, dass es wirklich funktioniert. Es kann echt funktionieren, wenn man es möchte und wenn man es einen Miteinander gibt. Und das wäre eine ganz, ganz große Bitte. Und was mal war und wer sich mit wem gestritten hat und wer ein Idiot ist, spielt keine Rolle mehr. Wir müssen mal nach vorne kicken und nicht immer nach hinten, was da mal los war. Ja, Mist, jetzt bin ich schon der Dritte, der in den Horn bläst. Also, es war ja auch die Frage jetzt im Raum, wie können wir es besser machen, wie können wir uns verbessern? Und ich habe mir zum Beispiel mir jetzt vorgenommen, das ist ja bekannt, ich werde nicht wieder als Vorstandkandidin, weil ich jetzt wieder mindestens für ein Jahr, vielleicht auch länger, wieder als Aktivitätshörnchen unterwegs sein will. Ich will mitmachen, ich bin nicht der, der Ideen entwickelt, ich bin nicht der, der Konzepte entwickelt. Ich bin jetzt dafür da, um dann die Ideen und Konzepte umzusetzen. Dafür stelle ich mich gerne zur Verfügung, dafür bin ich jetzt da. Und da hoffe ich auch, damit möchte ich anregen, dass die Leute darüber nachdenken, welche Funktion, welchen Input möchten Sie geben? Möchten Sie die seine Ideen entwickeln, die seine Ideen organisieren oder die seine Ideen auf der Straße stehen? Jeder wird gebraucht, jeder hat seine Stärken, die muss er finden und dann einbringen. Und dann kommen wir alle zusammen vorwärts. Ich möchte mal gerne nochmal eben zur Bürde, wie heißt sie nochmal? Ich habe es gerade vergessen, Andrea. Da sieht man es auch, wir haben uns einfach selber blockiert mit diesen Kreisverbandsgründungen. Wir brauchen 15 Mitglieder. Ich denke mal, wir sollten dann vielleicht doch mal die Satzung wieder ändern und sagen, okay, drei und wenn drei was bringen, dann bringen sie es halt. Und wenn sie es nicht bringen, dann lösen wir das Ding halt wieder auf. Aber bisher, ich war auch immer, ich selber würde es einfach nicht machen, aber wir müssen das jetzt einfach machen und sagen, hier, Minimum drei Leute. Und dann kann das eventuell auch klappen. Kleine Unterbrechnung, ich habe gerade einen GO-Antrag gesehen. GO-Antrag? Doch nicht? Zurückzucke? Okay. Thema Kreisverbände ist, glaube ich, mein Thema. Ich war Schatzmeister in Sachsen-Anhalt. Das Problem bei drei Leuten, Kreisverband gründen ist, dass du per Parteiengesetz drei Leute für einen Vorstand brauchst. Das heißt, du hast gerade mit drei Leuten einen Vorstand gewählt, der keine Basis mehr hat. Du hast einen unglaublichen Arbeitsaufwand, du hast Verwaltungskram, du brauchst einen Schatzmeister, der möglichst deinen Job auch noch gut macht, der dann auch dem Landesschatzmeister, was in dem Fall die letzte Zeit ich war, zuarbeitet. Und wenn das nicht passiert, haben wir ein massives Problem, was den Rechenschaftsbericht angeht. Das ist mein Lieblingsthema. Der Rechenschaftsbericht muss für die Gesamtpartei eingereicht werden. Dieser Rechenschaftsbericht umfasst die Rechenschaftsberichte aller Gliederungen. Und wenn du einen Kreisverband mit drei Leuten gegründet hast und der Schatzmeister tritt aus oder zieht weg oder schmeißt die Belege weg, dann kann im Zweifelsfall der Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei in Gefahr geraten. Und das für drei Leute, die sich einmal im Monat treffen und eine hübsche Sitzung machen und sich eine Visitenkarte drucken und keine Basis mehr haben, die arbeitet, muss eigentlich nicht sein. Zum Thema Kreisverband. Durch die Gründung eines Kreisverbandes erzeugt man nicht effektiv mehr politische Arbeit. Das kann man auch so generieren, wenn man sich mit Leuten trifft und thematisch arbeitet. Ja, ich möchte zwei Sachen einfügen. Zum einen ist es so, ich habe auch ein Kommunalmandat erreichen können. Oft genug gehört, Mensch, du bist in einer falschen Partei. Ich finde, ich bin in einer richtigen Partei und ich finde auch, wir haben die richtigen Ziele und das merke ich jetzt auch mit den Leuten, mit denen ich rede, wenn ich dann komme mit unseren Themen, auch sage mit der Beteiligung und der Transparenz, dass wir auch sagen, wir haben einen Open Antrag, wenn man dann erstmal ein bisschen erklärt, Mensch, das ist eine richtig geile Sache. Also wir haben da Potenzial und wir können da viel machen. Und wenn ich auch schon den Austausch sehe zwischen den Mandatsträgern untereinander, wo es darum geht, wie man bestimmte Regelungen aus dem Kommunalverfassungsgesetz anwenden kann, kann ich ganz viel gewinnen und freue mich da echt auf die Zuarbeit und freue mich auf, dass wir was bewegen. Zum anderen ist es so, zu den Kreisverbänden möchte ich auch kurz sagen, es geht nicht darum, ob wir einen Kreisverband vor Ort haben oder nicht. Es muss möglich sein, dass in beiden Fällen eine politische Arbeit möglich ist. Das haben wir bisher nicht geschafft, diese Ausgewogenheit. Es gibt Gründe, warum man Kreisverbände haben sollte. In der Altmark klappt es gut, finde ich, mit dem Kreisverband. Es gibt aber auch den Harz, der ein Mandat erreicht hat, ohne Kreisverband. Das muss man auch dazu sagen. Und das war auch kein kleines Mandat. Es geht also in beide Richtungen. Wir müssen es hinkriegen, dass wir das hinkriegen und die Region für sich entscheiden kann, frei, wo sie ihre Organisation vorm sieht. Ohne Zwang. Ja, wählt René, der nimmt mir immer die Themen weg. Das ist sehr überzeugend. Ich wollte eigentlich noch was zu den Kreisverbanden sagen, aber ich würde das einfach mal so stehen lassen. Mehr Respekt, mehr Vertrauen und professionelle Strukturen können helfen, müssen nicht helfen, aber dieses Antipro- polarisieren ist da nicht hilfreich an der Stelle. Deswegen nutze ich jetzt meine restlichen 31 Minuten, um nochmal auf das Thema Moderation der Mailing-Liste zurückzukommen. Ja, okay. Ich habe nämlich, mir sind noch ein paar Sachen eingefallen, die ich halt vorn nicht mit dabei hatte. Es geht darum, dass es halt die Mailing-Liste das soziale Phänomen ist. Sie funktioniert nicht. Und wir schließen die Leute aus und hoffen, dass sich da was ändert. Ich glaube nicht, dass sich da was ändert. Oder meint ihr, dass sich dadurch was ändert, wenn wir unserer aktiven Mailing-Liste die Leute gesperrt werden, die umragen? Ja? Okay. Ist eine Meinung. Kommen die dann wieder? Also, okay. Wir machen das einfach so, wir sperren die Leute, die auf einem landesweiten Tool, Mailing-Listen, Diskussionsplattform umragen. Okay. Und was ändert das? Mitarbeiten ist eine gute Sache. Programmatische, inhaltliche Arbeit, funktioniert das über eine aktiven Liste? Nee. Also, wir sehen schon gerade, das ist ein sehr kontroverses Thema. ich bin immer dafür, mehr Vertrauen in die Menschen zu haben und mehr auf die Sozialkompetenz zu setzen, weil letztendlich ist es ja auch das, was wir hier als großes Problem auch ausgemacht haben. Ja, da sind die, da sind die anderen, wir machen Gräben auf, wir können die anderen nicht nachvollziehen, wir können das nicht verstehen, was die machen und letztendlich ist meine Redezeit vorbei. Stimmen unsere Strukturen noch mit unseren Mitgliederzahlen überein? Es gibt eine Menge Sachthemen, die zu bereden werden im Land Sachsen-Anhalt. Wir wollen in Magdeburg eine Mao Am, also einfach mal eine Zusammenkunft, in der wir mitten an der Arbeiten und am Ende ein Stück Papier machen, wo wir sagen, so haben wir uns in Zukunft gedacht. Wir wollen in Magdeburg eine Mao Am machen. Gibt es einfach mal der Stimmung biegen, Interesse daran, nach Magdeburg zu fahren und an einem Samstag oder Sonntag miteinander zu reden? Könnte ich mal ein Stimmungsbild haben, wer dafür ist? Ja, wie gesagt, das ist ein gültiges Meinungsbild und deshalb dürft ihr jetzt eure Karte heben. Ich teile mit. Die zweite Frage wäre, die Sommerferien stehen vor der Tür. Wir schaffen es davor eigentlich nicht mehr. Wer ist der Meinung, wir sollten da einen Termin im September wählen? Wer dafür ist im September, den würde ich bitte mal um das blaue Handzeichen bitten. Auch das ist eine Ja-Nein-Frage. Gut, dann werden wir uns als Magdeburger Stammtisch daran machen, das vorzubereiten und wir werden euch alle informieren. Wir haben ja jede Menge Informationskanäle, mehr als Mitglieder und das wird aus meiner Sicht das erste Thema sein. Wie straffen wir unsere Informationssysteme, um uns wirklich gegenseitig zu informieren? Dankeschön. Moment, bevor der nächste Redner kommt, ist die Rednerliste eine kleine Information. Wir sind jetzt ziemlich am Zeitende für diese beide Aussprache runter. Deshalb würde ich vorschlagen, und zwar einen Antrag, wollen wir jetzt die Rednerliste schließen, dann stelle ich jetzt den Antrag. Gibt es da der G-Geräte, dass wir die Rednerliste schließen? Die sehe ich nicht. Als Geoantrag auf Schließung der Rednerliste ohne G-Geräte ist er somit angenommen. Dann schließen wir jetzt die Rednerliste. Ich gebe jetzt noch jedem, der noch was sagen will, nochmal die Gelegenheit, sich jetzt anzustellen. Ich sehe niemanden laufen, rennen oder winken. Dann schließe ich jetzt die Rednerliste und übergebe das Wort dem Nächsten. Schönen Dank. Ich wollte nur dem Argument entgegensprechen, widersprechen, dass ein KV mit drei Mitgliedern unsinnig ist und es Schwierigkeiten geben könnte, wenn der Schatzmeister seine Arbeit nicht erledigt. Das hat nicht mit der Größe des Kreisverbandes zu tun. Es gibt auch Kreisverbande, die haben wesentlich mehr Mitglieder und auch da gab es Schatzmeister, die nicht ihre Arbeit gemacht haben und dadurch auch Probleme gab und der Rechenschaftsberichtung in Gefahr geraten. ist. Also man kann mit drei Mitgliedern genauso ein Problem haben wie mit 50, wenn der Schatzmeister nicht mitspielt. Ja, hallo, ich bin noch mal dran. Wir haben, oder ich habe gesehen, dass wenn man offene Strukturen anbietet, Entschuldigung, ich habe gesehen, dass wenn man offene Strukturen anbietet, diese offenen Strukturen zum Teil missbraucht werden, die Frage ist, was möchte man machen? Möchte man diese offene Strukturen oder diese Strukturen, die man bislang hat, so einfach so unmoderiert oder einfach so weiterlaufen lassen, dass man halt keine politische Diskussionskultur, keine vernünftige, gewährleisten kann? oder muss man extra einen eigenen Diskussionsraum schaffen, der einen geschützten Raum hat, wo man wirklich sagen kann, ja, da kommt jetzt nicht jeder drauf, weil da muss erst mal jemand schauen, ob du wirklich eine reale Person bist und dass man halt wirklich sehr sagen kann, dass wenn jemand eine Sanktion bekommen hat, dass es nicht gleich wieder umgehen kann, ist das der richtige Schritt? Wäre es nicht eigentlich, wenn man sagt, man möchte sowieso jeden daran beteiligen, dann wäre der bessere Schritt zu sagen, ja, wir haben die Kommunikationsform, wir reglementieren sie oder wir schaffen eigentlich ein neues Medium und die eine bei der anderen läuft das alles so weiter wie bisher und Roman hat doch schon erwähnt, dass im Prinzip politische Diskussionen auf dieser einen Mainlist überhaupt nicht stattfindet und stattdessen im Prinzip diese auf den regionalen Listen stattfindet. Also muss dann die Frage, was möchten wir machen? Wollen wir das einfach so weiterlaufen lassen oder wollen wir irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen? Das Beste kommt zuletzt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen blauäugig die ganze Sache angehe. Ich bin ja nun noch nicht allzu lange bei den Piraten und ich bin auch nicht jetzt unbedingt der Computer- und Internet-Spezialist. Ich weiß, wie ich meinen Computer einschalte, ich weiß, wie ich meinen Browser öffne und dann hört es schon fast auf. Vielleicht sollte man solchen Leuten, wie ich es bin, so eine Art Pate mal an die Seite stellen, damit man jemanden hat, an dem man sich quasi Tag und Nacht wenden kann, damit man weiß, wie erstellt man sich einen Account in der Mailinglist, wie erstellt man sich einen Account bei Mumble und was weiß ich nicht alles. Also das sind Sachen, denen ich bis heute noch nicht so richtig klarkomme. dann wäre es vielleicht beim Forum eine Möglichkeit, dass wir zwei verschiedene Arten von Accounts einfügen. Also zum einen dürfte es ja nun kein Problem sein für Parteimitglieder, dass die also einen bestätigten Account bekommen und nicht Parteimitglieder oder Leute, die dann sich quasi mit einem Fake-Account anmelden, dass die irgendwelche eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten haben. Denn es ist ja definitiv so, dass einige offensichtlich mit Zweitaccounts arbeiten und wenn diese Zweitaccounts dann unter einer falschen Anmeldung laufen, kann man das also ausschließen, indem man dann sagt, also du hast eine Parteimitgliedsnummer oder der Mitgliedsnummer, wirst du dich mit deinem richtigen Account anmelden und wer als Gast sich anmelden will, weil er halt kein Parteimitglied ist, naja, der wird also auch als solcher gekennzeichnet und eventuell hat er dann auch eingeschränkte Möglichkeiten. Ist einfach mal eine spontane Idee, die ich so zur Diskussion in den Raum oder als Gedanke in den Raum trage. Ob es eine Lösung ist, ich weiß es nicht. Danke. Gut, ich denke, das war der letzte Redner für die Aussprache, die meiner Meinung nach sehr gut verlaufen ist. Ihr wart also alle ganz, ganz lieb. herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, mir war ihr vorne auch lieb genug zu euch. Und dann würden wir jetzt eigentlich zur Mittagspause kommen. Wir haben aber noch hier zum einen Antrag in puncto Gastredner. Hier war die Anregung anwesende Mandatsträger, die jetzt hier in Sachsen-Anhalt Kommunalmandat Errungung haben, Gelegenheit zu geben, in Redeslots sich vorzustellen beziehungsweise teilweise einfach mal ein bisschen motivierend auf die Versammlung hinzuwirken beziehungsweise einfach aus ihrer Erfahrung bereits zu berichten. Unser Vorschlag wäre, diese Redeslots jeweils nachher bei der Vorstandswahl innerhalb der Auszählpause denn jeweils immer Redeslots dort einzufügen. und eben nicht während der Zeit irgendwelche Anträge zu behandeln, sondern die Pause einfach für diese Redeslots zu benutzen und da frage ich jetzt einfach mal, ob die Versammlung als Meinungsbild, wie steht die Versammlung da dazu, soll man das so handhaben oder eher nicht. Gut, ich sehe da, das ist ein eindeutiges Ja, dann würde ich eventuell bitte, also die Mandatsträger, die dort hier einzelne Vorträge haben, sich dann nach der Mittagspause oder während der Mittagspause bei uns zu melden, damit wir dann in der einzelnen Dinger die der Reihe nach eintakten können. Wäre sehr lieb, dann können wir das auch ein bisschen abschätzen. Gut, das war das eine. Dann würde ich jetzt sagen, wenn kein Widerspruch ist, wir haben jetzt 12.20 Uhr, da sind wir fast richtig Punkt genau, dann würde genau 40 Minute Pause, das wäre dann 13 Uhr und wenn jetzt kein Widerspruch kommt, würde ich die, war das ein Widerspruch oder dafür? Gut, ja, gut, das hätte ja sein können, ich bin dafür, dass wir dagegen sind. Nein, in dem Fall unterbrechen wir jetzt diese Versammlung bis 13 Uhr und ich wünsche allen einen guten Appetit und dass wir uns pünktlich wieder hier sähe, weil dann werden wir mit der Vorstandswahl fort setzen. Einen schönen Mittag. Aber es ist schön, dass ihr so aufmerksam seid, dann können wir nämlich jetzt die Versammlung wieder eröffnen. Gut, damit mit 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 Vielen Dank. Gut, wir müssen gerade noch organisatorisches regeln. Aber schön, dass ihr schon alle so aufmerksam seid. Also für das Protokoll, für das Protokoll 13.04 Uhr, wir haben nicht mal die obligatorischen 5 Minuten gebraucht, ist die Versammlung wieder eröffnet. Dann sind das aber eher Beauftragungen und keine Vorstandswahlen. Gut, dann nochmal, da wir jetzt im Grunde genommen zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, das sind die Wahlen der neuen Vorstandsmitglieder. Die Vorstandswahlen, haben wir hier noch einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Ich lese das mal vor. Also, Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Die Versammlung möge beschließen, den sonstigen Antrag, und zwar geht es hier um den Antrag X03, Servicegruppe Verwaltung Transparenz, für Finanz- und Mitgliederverwaltung vor der Wahl des Genseck und Schatzmeister zu behandeln. Intention kann vielleicht der Antragsteller dieses BO-Antrags, kann ihm noch das Wort erteilen. Ja, also bei dem Antrag geht es darum, dass halt um den Schatzmeister und Generalsekretär noch ein Team existiert und die Menschen halt auch erstmal von der Versammlung gewählt werden. Das geht halt darum, die Arbeit zu entlasten, dass vielleicht auch jemand, der ein bisschen weniger Zeit hat, dieses Amt komplett ausfüllen kann. Und dass halt die Verwaltungstätigkeit, also die sture Tätigkeit, die jetzt nichts mit Vorstandsarbeit zu tun hat, einfach vom Vorstand auch ein bisschen abgeleitet wird. Gut, gibt es. Also der X03, der wäre dann von uns einzufügen vor die Wahlen von Schatzmeister und Generalsekretär. Gibt es dazu erstmal Fragen oder Gegenrede? Gegenrede. Dann Gegenrede, bitte. Ich würde dafür plädieren, bitte diesen BO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung abzulehnen. Wir haben halt irgendwie schon einen Zeitplan, den wir irgendwie anhalten müssen. Wir können halt froh sein, wenn wir heute überhaupt einen Landesvorstand irgendwie zustande kriegen. Jetzt halt irgendwie noch, darüber abzustimmen, jetzt noch irgendwie so Teams wählen zu lassen. Wir müssen erstmal noch Leute kandidieren. Die Frage ist, woher wir die überhaupt hernehmen sollen. Wir haben nicht mal Leute für Landesschatzmeister, Landesschatzmeisterinnen, gibt es noch nicht mal Kandidaten für. Also ich sehe halt ziemlich... Achso, ja, einen. Lass mich mal so stehen. Deswegen sehe ich das jetzt hier ein bisschen als illusorisch und würde darum bitten, diesen Antrag abzulehnen. Gut, gibt es noch für oder gegenredige, geht es in den Antrag? Dann nicht. Dann stelle ich den zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir die Tagesordnung dahingehend verändern? Der hebe die dafür Karte. Wer ist dagegen? Der hebe bitte die dagegen Karte. Also ich sehe hier eine eindeutige Mehrheit für dagegen. Und somit ist dieser GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung abgelehnt. Dann gehen wir weiter in der normale Tagesordnung. Wir haben noch, also vorzugsweise, sollte noch Satzungsänderungen und andere Anträge, die eben den Vorstand betreffen, müsste natürlich vorgezogen werden. Da es dort auf der Tagesordnung keine gibt, entfällt dieser Punkt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Tätigkeitsbericht des Landesvorstands, Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Landesvorstandes. Dann würde ich einmal bitten, die jeweiligen Landesvorstande zum Tätigkeitsbericht hier nach vorne, den kurz abzugeben. Ich erinnere daran, wir haben im Augenblick noch eine Redezeitbeschränkung von zwei Minuten. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssen wir einen GO-Antrag stellen, dass das verlängert wird. Im Augenblick, also da haben wir vorhin beschlossen, die Zeitbegrenzung für alles, gilt es natürlich, du möchtest einen GO-Antrag, dann heb die Hände und stell den GO-Antrag. Also ich stelle den GO-Antrag, dass wir jetzt nur für diesen einen Tagesordnungspunkt die Redezeitbegrenzung aufheben, damit die in Ruhe gemacht werden können, die Vorträge. Gut, gibt es gegen diesen GO-Antrag Gegerede? Also ich wiederhole nochmal, der GO-Antrag lautet dahingehend, dass jetzt für die Rechenschaftsberichte, die Tätigkeitsberichte und diese Dinger die Redezeit für diesen Tagesordnungspunkt jetzt aufgehoben ist, die Redezeitbeschränkung. Danach für die andere gilt sie weiterhin. Keine G-Gerede und deshalb nach GO, wenn keine G-Gerede erhoben wird, gilt das als angenommen. Ohne Abstimmung brauchen wir nicht Abstimmer. Also ist jetzt für diesen Tagesordnungspunkt die Redezeitbeschränkung aufgehoben. So, also mein Tätigkeitsbericht findet sich einmal in zusammengefasster Version im Wiki, ansonsten auch auf meinem Benutzerprofil auch ausführlich, fast taggenau. Ich war zuständig für die Bereiche Wahlkampf, Material, Organisation und Koordination der Vorstandsarbeit. Zu meinem Amtsbeginn ging es gleich los mit der Bundestagswahl. Da ging halt ziemlich viel Zeit auch in die Organisationen rein. Ich habe im Rahmen der Bundestagswahl auch die wöchentlichen Sitzungen der PGBTW 13 besucht. Dann habe ich mich regional in Halle noch betätigt, habe Infostände organisiert und auch betreut. Ich habe Plakate aufgehangen, wieder abgehangen, Flyer verteilt. Und danach ging es halt auch direkt weiter mit den ersten Vorbereitungen für die Kommunal- und Europawahl, wobei mein Schwerpunkt dann auf der Europawahl lag. Bei der Materialverwaltung mussten in vielen Fällen erst Angebote eingeholt und verglichen werden. Ich habe dann die einzelnen Regionen abgefragt, ob und in welchem Umfang sie sich an der Bestellung beteiligen möchten. Die Bestellungen habe ich dann auch im Wiki alle dokumentiert. Nach dem Eintreffen der Sammelbestellung ging das große Zählen los. Ich habe dann die einzelnen Bestellungen für die Region abgezählt und die Pakete dann im Land verschickt oder koordiniert, dass das mit dem Auto irgendwie abgeholt werden kann. Dann gab es ganz viele Anfragen zu Material und Budget. Ich habe dann auch auf Wunsch einzelner Bürger, habe ich für die dann auch Pakete fertig gemacht und habe die verschickt mit Flyer und Kugelschreiben und Pähnchen. Darüber hinaus habe ich halt das Landesmateriallager in Halle betreut. Ich habe das aufgeräumt, Inventur gemacht, Eingänge eingetragen, Ausgänge eingetragen. Und das Lager wurde dann aufgelöst, das habe ich halt auch mitbetreut. Und ein Teil des Lagers ist jetzt auch bei mir, den Rest hat dann der Anze übernommen. Bei der Organisation habe ich mich um Demonstrationen gekümmert. Ich habe mich am Krypto-Swap beteiligt, auch angestrengt, dass das Gläser in eine Mobil nach Halle kommt. Hat leider nicht geklappt. Dann habe ich noch Sonstiges. Also ich war immer bei den Vorstandssitzungen und Joe Fix am Montag, eigentlich bei fast allen dabei. Ich habe das meistens protokolliert. Ich war am Anfang meiner Tätigkeit auch immer in den Marina-Mumbles. Ich habe auch die Marina in Kassel besucht. Ich habe Interviews gegeben. Ich habe mich im Vorstand dann mit rechtlichen Angelegenheiten befasst. Also zum Beispiel Beantwortung von Fragen des Schiedsgerichtes oder bei Ordnungsmaßnahmen habe ich zum Beispiel dann die Beweissammlung übernommen. Über die gesamte Anzeiten hinweg. Aber zum Ende hin verstärkt fiel mein Fokus auf die Koordination der Vorstandsarbeit. Das heißt, ich habe da vor allem bei externen Anfragen immer versucht, die Abstimmungsprozesse im Auge zu behalten, dass sich die einzelnen Vorstandsmitglieder beteiligen und dass dann auch wirklich jeder abstimmt, sodass wir zum Ergebnis kommen. Das war am Ende hin sehr mühsam, weil dort teilweise sehr viele Aufforderungen nötig waren, bis wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Und außerhalb der Vorstandstätigkeit habe ich Stammtische zum Beispiel Magdeburg und Halle besucht, war bei den Tagungen der Randgruppe immer Mammel mit dabei und habe andere Flashmobs und Demonstrationen zum Piratenthemen besucht. Dankeschön. Dann bitte das nächste Mitglied. Hola. Rechenschaftsbericht für den Zeitraum vom 23.11.2013 bis zum 12.07. Vorstandsversammlung habe ich besucht, Teilnahme an diversen Vorstandssitzungen und auch im Geofix. Ich habe versucht, die Dinge ordentlich vorzubereiten, habe den Moderator gespielt, habe mich auch gefreut, dass zum Schluss dann die Leute die Anträge ins Viki gestellt haben. Auch danke nochmal an Christian, dass er das dann auch eisern durchgezogen hat, weil das hat mir echt Zeit aberspart und fand ich halt auch sehr transparent, weil jeder dann die Anträge auch vorlesen konnte. Gut, ja, dann war ich in der PG AG Wahlen mit dabei. Danke an Sinex und Anne, die das initiiert haben. Bei der ersten Sitzung habe ich gesagt, ey, Leute, warum fangen wir damit jetzt schon an? Es wird sowieso keiner kommen und wenn, dann erst aus dem Wald kommen sie aus dem Wald, die Piraten. Wenn es fast zu spät ist, genau so ist es auch passiert. Ja, ansonsten muss ich sagen, fand ich cool, dass es danach geklappt hat mit der Geldverteilung, mit der Solidaritätsmäßig und so, das fand ich sehr gut. Das ist für mich Basisdemokratie, was ihr da gemacht habt. Danke an alle, die beteiligt waren. Jo, zwischendurch war ich dann mal für den RV Anhalt Salzland tätig, solange es den noch gab. Da war ich dann kommissarisches Vorstandsmitglied, war ein paar Mammelsitzungen dabei, die wir gemacht haben als kommissarischer Vorstand. Den ganzen Einlagenskram gemacht für die Urwahl. Danke an Karl für die Unterstützung und dann natürlich die Urwahldurchführung und dann auch die Auflösung des RVs. Danke an Thilo, der leider nicht da ist und auch an Lenny, die da immer dabei waren. Jo, Sitzung politischen Geschäftsführer, die fanden immer jeden Dienstag in Mammel statt. Zu Anfang war ich jedes Mal da, waren sehr langatmig, habe die dann irgendwann auch abgebrochen, dahin zu gehen, weil kam nicht so richtig was raus und irgendwann so 23, 24 habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt, gebe ich ganz offen zu. Manchmal waren ein paar gute Ideen dabei, aber leider Gottes haperte es daran, dass ich einfach keine Leute gefunden habe, die mit mir diese Ideen umsetzen wollten. Jo, Marina Kassel war ich auch mit dabei, dieser war bezüglich Sacharbeit und Impulsgeber. Das war für mich persönlich ein Reinfall. Positiv bei der Marina Kassel fand ich die persönlichen Kontakte und auch da wieder das übliche Spiel face to face ist echt durch nichts zu ersetzen. Bericht wollte ich machen, aber es hat ja sowieso keinen so richtig interessiert, was da los war und daher habe ich das dann auch sein lassen, also war okay. Gut, der ganze Marina Kassel lag ja unter dem Orga-Streik-Sache, die da noch war. Wir hätten es aussitzen können, ohne zu reagieren, das haben wir leider nicht gemacht, wir haben uns mitbeteiligt, fand ich scheiße, hat viel Zeit und Nerven gekostet, was da teilweise wieder über die schriftliche Kommunikation lief, war echt Mist. Wir hätten auch als einziger Landesverband einfach sagen können, hey, was interessiert uns der Orga-Streik, wir machen weiter. Haben wir nicht gemacht, war doof. Jo, dann war ich so ein bisschen Mail-Beantwortungsbeauftragter und freiwilliger Mail-Spam-Verteiler im Vorstand, habe ganz viel Schriftverkehr gehabt, Mammel und auch Telefonate mit Vorstandsmitgliedern. Jo, dann haben wir noch die Sache mit dem Bundesschiedsgericht, da habe ich mich etwas bei der Sammlung des Materials beteiligt, leider weniger gemacht als Anne, als ich sollte oder von mir erwartet worden ist, da habe ich Anne auch ein bisschen im Stich gelassen, sorry nochmal, entschuldige bitte, stehe zu allen Verfahren, die ich unterstützt habe, weil ich diese Person für eine Gefahr für diese Partei halte und ja, das war das Thema. Dann war Räumung, Piratenlager und Computerkram in Halle, das musste kurzfristig geräumt werden, da möchte ich mich nochmal bedanken bei allen Piraten und Nicht-Piraten aus Halle, die trotz sehr kurzfristiger Einladung, nämlich erst am frühen Morgen abends vor der Tür standen und geholfen haben. Mein Knie und ich, wir danken euch und wir werden euch das auch nicht vergessen. Entsorgung, den Computerkram haben wir dann entsorgt, das hat dem Landesverband auch kein Geld gekostet, war halt nur schade. Gut, dann war ich beim Stammtisch Dessau, da gibt es glaube ich nicht mehr allzu viel zu sagen, nur so viel im Nachhinein habe ich mich von beiden Seiten, die beteiligt waren, ich sage jetzt mal Seiten, verarscht gefühlt und ich fand es teilweise sehr hinterlistig und auch boshaftig, was da passiert ist. Na ja, gut, dann war ein Harz, AV, GV Harz war ich mit dabei, da habe ich dann irgendwas mit Geld gemacht und blöde Fragen gestellt. Dann noch was Persönliches, die Christine hat ja leider und aus persönlichen Gründen unseren Landesverband verlassen, auch die Partei verlassen und das hat mich persönlich sehr getroffen und ich hoffe trotzdem, dass wenn der große Rettungs-, also der große Zusammenbinder-Christin nicht mehr da ist, dass der Harz nicht implodiert, sondern so weitermacht wie bisher. Das würde ich mir sehr wünschen. Gut, dann hatten wir noch so eine Ausstellungsversammlungs-Orga-Krams. Ja, waren viele Telefonate und Mails zuständig, nötig und Treffen und so weiter und so fort. Dass AV Halle und AV Dessau schief liefen, ist natürlich der Vorstand schuld gewesen, weil die Leute halt es nicht gebacken kriegen, selber irgendwas zu machen, sondern immer auf den Vorstand warten. Gut, da stellt sich natürlich für Dessau, stellt sich für mich immer noch die Frage, warum alteingesessene Piraten es nicht hinbekommen haben, die Neupiraten mal bei dem nötigen Formwahl zu unterstützen. Habe ich bis heute nicht verstanden, auch weil wir alteingesessene Piraten auch nochmal persönlich getroffen haben, wo sie uns hätten sagen können, hey Leute, wir wollen das und das machen. Gut, andere Regionen haben es geschafft, allein ihre AVs durchzuziehen, ohne zu zucken, ohne dass man was gehört hat, außer dann von einem erfolgreichen Ergebnis, fand ich richtig cool. Jo, dann hatten wir noch einen Moderationsjob, den ich noch mitgenommen habe. Ich habe mich nicht darum geprügelt, aber ich habe es halt durchgezogen mit den Zensurvorwürfen, die ich bekomme oder bekommen habe oder vielleicht auch noch weiterhin bekomme, kann ich mittlerweile leben. Ich suche das Gespräch mit den einzelnen Personen auch nochmal direkt und dann klären wir das face-to-face, weil da habe ich die Erfahrung gemacht, es läuft einfach besser so. Gut, Sonstiges. Ich habe mich viel über Vorstandsmitglieder geärgert, die nicht auf mir jetzt geantwortet haben. Also bei uns war nicht alles eitel Sonnenschein. Ich hatte viele Telefonate mit Mitgliedern, Interessierten und auch ehemaligen Mitgliedern. Das längste davon waren 2,5 Stunden. Danke, Eimo. Und es war nicht mal langweilig. Ja, Anker-Dunscheid-Berg-Lesung in Halle. Das war zwar eher privater Natur, aber es wäre schön gewesen, wenn ein paar mehr Leute als nur zwei da gewesen wären. Materiallager-LSA-Inventur habe ich gemacht, weil das war nötig, weil wir relativ schnell die Sachen gepackt haben und die waren dann halt alle durcheinander, musste ich halt alles nochmal auseinanderklamüsern. Habe dann diese Zentrallager-Pakete gepackt und ausgeliefert und abgeschickt. Ich denke, es ist auch alles angekommen, jedenfalls hat sich keiner offiziell beschwert. Wiki habe ich aktualisiert, ist fast auf Stand. Ich bin gerade dabei, die ganzen Sachen jetzt in Kartons ordentlich zu verpacken und zu verkleben und zu beschriften, sodass, wenn sich ein neuer Materialverantwortlicher findet, der das dann sofort abholen kann und wegstellen kann. Ja, Kryptus-Bau-Palle war ich. Fand ich schade, dass da auch viele nicht da waren, besonders weil die Themenauswahl sehr, sehr breit gestreut war, wo auch Lokalpolitiker oder Kandidaten für Lokalpolitik echt was mitnehmen hätten können. Leider nicht da. Viele Mammeltreffen habe ich besucht, war ich dabei. Mal offiziell mit Einladung, mal inoffiziell, mal, also inoffiziell dann über Twitter. Mal kurzfristig, zufällig, war an Bundessitzungen dabei, ständige Mammelversammlung war ich öfters drin und was sonst noch so los war. Gut, ja, nebenbei, gehört jetzt vielleicht nicht ganz zur Arbeit, war ich auf dem BPT jetzt in Halle mit tätig im Frontoffice. Habe Infotische besucht, meistens in Magdeburg, beziehungsweise ich habe da auch dahinter gestanden. Wahlkampf, Plakate hängen, Plakate abhängen, Stammtischbesuche und so weiter und so fort. Zusammengefasst zu sagen, war schön. Es hat manchmal was auch zum Kotzen. Ich habe Hilfe bekommen, auch wenn ich es manchmal nicht erwartet hätte. Ich habe gelernt, dass Geld per manchen den Verstand aussetzen lässt und das hat echt verblödet. Danke an den Harz nochmal für die immerfreundliche Aufnahme. Hat Spaß gemacht mit euch. Altmark, speziell den Olaf und dem nervigen René. Börde persönlich an TP und an den Sepp. Aber Börde gesamt für eure politische Arbeit, die ihr macht. Dessau, Wittenberg, sorry, verspreche ich mir, da gibt es nichts zu danken. Stammtisch Halle, dem originalen Stammtisch, danke für die immerfreundliche Aufnahme. Und den coolen Diskussionen, die wir da führen durften. Stammtisch Magdeburg natürlich und auch alle Besucher, die auch da waren, egal ob Pirat oder nicht Pirat. Tilo natürlich und Sebastian, den ich leider zu lange ignoriert habe, aber er war dann trotzdem immer ansprechbar und so. In meinem Landkreis, dem Lenny, der immer da war, auch kurzfristig und der echt mit einer bewundernswerten Ruhe meine Stimmungsschwankungen ausgehalten hat. Und auch an Oscar Blu, der trotz Stress beruflicher Art, warum er wahrscheinlich auch heute nicht da ist, immer da war, wenn ich ihn gebraucht habe und mir geholfen hat. Ja, Daumen drücken tue ich für alle Abgeordneten und ich wünsche euch allen viel Erfolg bei eurer politischen Arbeit. Danke an alle Leute, die Geld, Zeit, Nerven investieren in diese Partei. Ja, und nochmal, nein, ich weine nicht, ich gebe mir Mühe. Besonderen Dank nochmal an alle Vorstandskollegen, die ich bis auf Zick und Karl alle vollgekotzt habe. Da können die wahrscheinlich noch ihr Kinder davon erzählen. Und die es definitiv mit mir und meinen Launen nicht einfach hatten. Ja, besonders Anne hat es sehr oft getroffen. Gut, also wie gesagt, danke nochmal an alle, die mich unterstützt haben in der Zeit als Vorstand. Und macht was draus. Applaus 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 So. Hallo, also da ich ja immer jemand bin, der so mehr im Hintergrund ist, stelle ich mich nochmal kurz vor. Mein Name ist Karl-Martin Zirrmann. Ich war jetzt für ein halbes Jahr Generalsekretär im Landesverband. Ich wurde ja erst nachgewählt auf dem letzten Landesparteitag in Eisleben 2013, nachdem Alexander Zinser, mein Vorgänger, zurückgetreten war. Ich bin ja damals angetreten als ungelehrtes Personal, wie ich es damals in meiner Kandidatenbefragung formuliert habe. Ich musste mich am Anfang sehr einarbeiten in das Thema. Ich fand allgemein, Verwaltung war für mich die ganze Zeit als normales Mitglied eher so nicht näher definiert, kannte ich alles gar nicht, Landesvorstandsarbeit auch nicht. Deswegen war das alles für mich eher eine neue Welt. Während meiner Amtszeit war ich zuständig für allgemeine Mitgliederverwaltung, Aufnahme und Austreten von Mitgliedern, Bearbeitung von Anfragen an das Generalsekretariat und das Bestandhalten der Mitgliederdaten, Unterstützung der Mitglieder des Landesverbandes bei Organisierung von Mitgliederversammlungen. Ich war der Ansprechpartner für die AG IT im Landesverband und auch für die Aufrechterhaltung des Datenschutzes innerhalb des Landesverbandes zuständig. Gut, erstmal zur Mitgliederverwaltung. Als ich anfing mit meinem Amt als Generalsekretär, hatten wir im Landesverband 578 Mitglieder. Aufgrund von Streichungen Ende des Jahres 2013, die nach Mahnlaufungen, die im Laufe des Jahres durchgeführt wurden, hatten wir mittlerweile 396 Mitglieder. Des Weiteren habe ich auch weitere Mahnungswellen in 2014 durchgeführt, bis jetzt zwei. Ich halte es auch generell für sinnvoll, das weiterzuführen. Ich werde das auch meinem Amtsnachfolger nahelegen. Ich habe halt auch versucht, regelmäßig die Mitgliederstatistik des Landesverbandes zu aktualisieren. So war einmal monatlich. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Denn im Rahmen der Unterstützung von Mitgliederversammlungen habe ich vor allem Anfang des Jahres die ganzen Aufstellungsversammlungen, Gebietsversammlungen zur Kommunalwahl 2014 unterstützt, je nachdem, wie es angefragt war, unzählige Einladungen verschickt und Versammlungsleitungen, Wahlleitungen organisiert, wenn es nötig war. Denn eine der traurigeren Aufgaben, die ich hatte während meiner Zeit als Generalsekretär, war die Auflösung des Regionalverbandes Anhalt-Salzland. Das war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe da akkreditiert auf der Regionalversammlung und später dann auch die Urwahl dazu durchgeführt. Erstmal vielen Dank an Andreas und Thilo. Wir haben das ja zusammen durchgeführt. Ich fand es allgemein eher so traurig, dass Strukturen so kaputt gehen. Strukturen finde ich allgemein ziemlich wichtig und das ist eigentlich auch etwas, was in der Partei sehr fehlt. Wir haben eher eine Nichtstruktur, als Arbeitsstrukturen ziemlich wichtig wären. Abgesehen davon war ich jetzt ja auch für die Organisation seitens des Landesvorstandes für diesen Landesparteitag hier zuständig. Die Einladung, Erinnerungen und Organisationskram, den es dazu gab. Hier vorab nochmal Entschuldigung für die Erinnerung, die letzte Woche nochmal rausging. Habt ihr ja wahrscheinlich gemerkt, dass da ein falscher Vorname drin stand. Ja, es kommt halt davon, wenn man halt nur die Vornamensspalte in der CSV-Datei alphabetisch sortiert, aber nicht zusammen mit der E-Mail-Adresse. Datenschutzgründe, genau. Aus Anonymisierungs- und Datenschutzgründen habe ich das natürlich gemacht. Das war natürlich reine Absicht. Dann kommen wir auch apropos Datenschutz, dann kommen wir gleich dazu. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen Datenschutz bei meiner Arbeit aufrecht beachtet. Ich habe da zwar ab und zu mal kleine Pannen gehabt, die habe ich aber immer unseren Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet und halt nach seinen Empfehlungen gehandelt. Als Ansprechpartner der IG-IT haben wir regelmäßig Mitgliederlisten an die IG-IT versandt zum Abgleich mit dem Landesliquid. Des Weiteren habe ich versucht, in Folge des Orga-Streiks eine Dezentralisierung der IT-Infrastruktur voranzutreiben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen eigenen Mumble-Server als Landesverband, auf den man halt notfalls ausweichen kann, falls das wieder vorkommt. Eigentlich geplant war auch noch ein eigener Pet-Space, aber ich weiß gar nicht, wie der Stand ist. Allgemein war diese ganze Orga-Streik-Kram ziemlich stressig. Ich weiß auch, das war eine ziemlich schlaflose Nacht, die ich dabei hatte. In Folge des Rücktritts unserer Schatzmeisterin durch einen Landesverbandswechsel war ich jetzt für die letzten Wochen noch verantwortlich für die finanziellen Angelegenheiten des Landesverbandes. Tatsächlich war das halt mehr so eine Formsache, weil nach Parteiengesetz muss halt in der Geschäftsordnung des Landesvorstandes jemand stehen, der dafür zuständig ist. Ansonsten ist halt der Landesvorstand handlungsunfähig und übergangsweise haben wir uns halt dafür entschieden, dass ich halt dann formal dafür zuständig bin, aber über eine Beauftragung hat weiterhin Konstanze Berg bis zum Landesparteitag die Aufgaben gewissenhaft wahrgenommen. Ansonsten war ich noch im Rahmen meiner Funktion als Generalsekretär auf dem Verwaltungstreffen. Anfang des Jahres, also wenn man das nicht sagt, das Verwaltungstreffen ist halt so ein zwei-, zweimal ein Jahr stattfindendes Treffen aller Verwaltungsmenschen in der Partei, sowohl auf Bundes-, Landes- und auch auf Kommunalebene, die sich da halt zusammentreffen und halt Arbeitsabläufe bestimmen und Erfahrungen austauschen, wie man halt am besten arbeiten kann. Das war halt sehr interessant. und leider habe ich im Laufe meiner Zeit die Moderation und die Bearbeitung der Anfragen bezüglich Dinge, die das Schiedsgericht betreffen, eher schleifen lassen. Hierbei muss ich mich halt auch an unsere Landesvorsitzende Anne Funke entschuldigen, war ich halt ziemlich nachlässig. Am Ende meiner Amtszeit habe ich leider doch nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen wollte. Ich wollte halt eigentlich noch bis zum Landesparteitag die letzte, alle Mahnungswellen, die geplant waren, durchführen und noch eine Streichung, noch eine zweite Streichung durchführen, damit wir tatsächlich eine saubere Mitglieder-Datenbank haben. Des Weiteren war auch geplant die Einführung eines Dokument-Management-Systems im Landesverband, damit wir halt leichteren, zentraleren Zugriff auf unsere Dokumente haben, auch in digitaler Form. Und das ist halt leider auf der Strecke geblieben. Als Fazit habe ich halt noch für mich, dass halt auch in der Mitgliederverwaltung die Krise in der Partei sehr gut ablesbar ist, anhand der Zahlen, rückläufigen Mitgliederzahlen, anhand der Strukturen, die sich halt aufgelöst haben in der Zeit. Und für mich persönlich war halt die Zeit sehr lehrreich. Ich habe viel gelernt, viele neue, sehr coole Leute kennengelernt. Aber muss halt zum Schluss kommen, dass ich für so ein Vorstandsamt nicht geeignet bin. Also die reine Verwaltungsaufgaben finde ich halt durchaus machbar. Das mache ich halt auch gerne. Aber das Ganze drumherum, diese ganzen Formalien sind halt eher nichts für mich. Ich hatte dazu auf der Kandidaturseite im Landesviki auch dazu einen längeren Absatz verfasst. Da hat vielleicht der eine oder andere gesehen. Ja, so. Zum Abschluss möchte ich noch einen Dank aussprechen an alle Mitglieder des Landesvorstandes. Insbesondere möchte ich noch danken Konstanze Berg, Alexander Zinser und Max Mischauer, die mich geduldig eingearbeitet haben und mich immer unterstützt haben während meiner Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Applaus Ich möchte ihn hier kurz gern verlesen. Meine Aufgaben laut Geschäftsordnung umfassten die Zusammenarbeit mit der Presseabteilung des Landesverbandes sowie Ansprechpartner für den nördlichen Sachsen-Anhalt-Börde und vor allen Dingen Altmark. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Presseabteilung und der SG Presse des Landesverbandes habe ich als wichtigste Aufgabe gesehen Langsamer. Okay. Da habe ich als wichtigste Aufgabe gesehen eingehende Anfragen der Presse zu Themen und Interviewwünschen den entsprechenden Empfänger zuzuleiten sowie inhaltliche Unterstützung zu geben. Die Aufgabe wurde dabei von mir im Personalunion als Mitglied des Pressesprecher-Teams umgesetzt. Der Vorstand wurde von mir über die laufenden Themen Anfragen per gesonderte Mail oder im Rahmen der Vorstandssitzung unterrichtet und da auch die Mitglieder. Als Ansprechpartner der nördlichen Region besuchte ich natürlich regelmäßig die Stammtische hat aber auch damit zu tun dass ich dort war in der Altmark und Mitglied bin des Regionalverbandes von daher war es ganz nett mit der Aufgabe. Ich habe aber auch den Kontakt zur Börde gesucht und auch gefunden zumindest regelmäßig telefoniert zum Stammtisch habe ich es nur einmal geschafft leider. aber ich denke mal auch dort haben wir am Telefon einiges klären können zumindest wo es auch ging um die Kommunalwahl. Auf den Vorstandssitzungen habe ich eigentlich auch versucht dieses Thema insgesamt Region zu besetzen und die Themen der Region dort auch zu vertreten. Im Rahmen der Kommunalwahl betreute ich als zuständiges Vorstandsmitglied und Wahlkampfkoordinator den Kandidaten zur OBE-Wahl Karsten und zusätzlich war ich zu dem Bereich der GO Mitglied der SG Presse und des Presse-Teams des Landes und dieser Funktion habe ich auch einen Vorschlag zur Zentralisierung der Kommunikationsstrategie eingebracht und auch wir haben ihn intensiv eigentlich in den letzten Wochen ein, zwei Monaten diskutiert. Weiterhin war ich Kommunalmandatskandidat für die Kreistagswahlen Ständer und Gemeinderat in Goldberg und aktuell versuche ich zusammen mit den Mandatsträgern also unseren Elfen die wir sind eine dauerhafte Zusammenarbeit zu koordinieren dass wir uns da besser austauschen. Dankeschön. Ja hallo ich bin noch nicht für die großen Worte zuständig deswegen mache ich das ganz kurz ich war jetzt ein Jahr lang Beisitzer im Landesvorstand ich war bei 41 Stammtischen und kleineren Versammlungen ich war bei zwei Bundesparteitagen jetzt zwei Landesparteitagen drei Gebiets- und Ausstellungsversammlungen einem Kreisparteitag ich war bei drei Wahlkämpfen mit aktiv und bin dann einem selber angetreten im Stadtrat Wernigerode ich war bei der Hege und Querkorn letztes Jahr in Dresden ich war bei der Freiheits- und Angst-Demo ich war beim Drei-Länder-Treffen in Leipzig ich war beim Verwaltungstreffen in Forchheim und ich war bei jeder Kultur- und Kulturausschuss und Stadtratssitzung in Wernigerode ich war hauptsächlich zuständig als Vertretung sozusagen für unseren Generalsekretär da habe ich ich war für die Pflege der Mitgliedsdaten sowie die Bearbeitung der Aufnahme und Austrittsanträge mit zuständig und kurzzeitig sogar komplett zuständig als Alex zurückgetreten war ja das war es eigentlich ich möchte noch sagen ich stehe zu 100% in der einen Entscheidungen die der LAFO getroffen hat wie er sie getroffen hat und warum und möchte mich gerne bei allen Landesvorständen die bei mir in der Amtszeit mitgeholfen haben sehr bedanken bei Anne Anze Zick Karl Alex Motza und René es war nicht immer leicht mit mir aber wir haben es durcherhalten Dankeschön Fragen so ich darf oder muss auch noch wenn ich mal kurz brauche das könnte daran liegen dass ich mich auch klar entziffern muss wofür war ich denn zuständig ich habe mich laut GO um die Beschlussdoku gekümmert die Protokolle der Vorstandssitzung entsprechend ins Weg geschmissen das war kein großer Aufwand zum Glück aber es gab da durchaus noch Verbesserungspotenzial bei der Arbeitseinteilung bei der Selbstmotivation ja ich habe bei den Wahlkämpfen so weit wie möglich mitgeholfen aus Krankheitsgründen konnte ich da leider gerade am Anfang nicht so aktiv sein beim Orga-Kram deswegen haben wir auch die AV in Magdeburg verpasst ja ich war bei der Orga eines Symposions mit dabei das war auch noch zur Wahlvorbereitung zur Kommunikation ich durfte zwei Interviews geben einmal zu einem polnischen Blogger das war sehr interessant auf Englisch und jetzt vor kurzem nochmal dem offenen Kanal in Magdeburg ich war bei einer Podiumsdiskussion zum direkten Demokratie dabei und noch einmal auf dem CST auf der Bühne durfte uns also ein bisschen repräsentieren ja ich darf auch demnächst übrigens nochmal allerdings dann nicht mehr als Vorstandsmitglied sondern einfach nur noch als Pirat ich fange an zu zittern ja ich habe versucht so möglich bei der Gemeindedemokratie mitzuhelfen dass wir da in Magdeburg den Rechten in dem Weg zumindest symbolisch im Weg stehen dass wir den Stadtteil blockieren meine Mitarbeit bei BlockMD die etwas aktiveren Blockade ist leider eher als Gestalter zu betrachten aber ich habe es versucht achso und ich durfte noch bei einigen anderen Veranstaltungen präsent sein zuhören ein bisschen zeigen dass wir auch noch bei der Politik dabei sind ja was habe ich nicht geschafft die Kontakte zu anderen Parteien den überpolitischen Kontakt also überparteilichen Kontakt der hat leider nicht so funktioniert da hat der Zeitmangel vor allem zugeschlagen mit der Geschäftsstelle die wir einführen wollten das hat leider auch nicht geklappt das war mit mein Arbeitsbereich ja die menschliche Zusammenarbeit zu stärken ich habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten bemüht wie es so schön heißt wie viel Erfolg das mögen die Leute bitte selber beurteilen aber ich habe es immer noch nicht geschafft einsortiert also von daher auf Vorbereitung von Aktions- und Gedenktagen das hatte ich mir am Anfang mit in die Uhr schreiben lassen das hat nicht geklappt das haben wir hinterher gestrichen Artikel für die Homepage schreiben hat leider auch nicht so wirklich geklappt da war noch viel Luft nach oben zu den Gründen ja es war jetzt im Stream aber ich möchte es nicht überwiegen also ich hatte zwischendurch eine kräftige depressive schub das war nicht unbedingt förderlich für die Arbeitsleistung auch so der Dreiklang Arbeitsleben Politikleben und Privatleben habe ich nicht geschafft über einen Hut zu kriegen da werde ich demnächst hoffentlich das Ganze besser ordnen können um dann wieder das alles auch zu meiner Zufriedenheit zu erfüllen ja und dazu kam halt der klassische Teufelskreis von Scham und Schuld wenn man etwas nicht geschafft hat traut man sich nicht wieder ranzugehen das hat dafür geführt dass ich es nicht geschafft habe meine selbst gesteckten Ziele und vielleicht auch die Erwartungen der Leute zu erfüllen die Schlussfolgerung die ich daraus gezogen habe ist halt dass ich jetzt kein Vorstandsamt anstrebe auch nicht als Beisitzer sondern mich lieber als Aktivitätshörnchen wieder versuche ein bisschen repräsentieren mithelfen aber projektbezogen dass ich dann das Projekt wieder abhaken kann wenn ich fertig bin mein Privatleben möchte ich ein bisschen neu sortieren das ist zwar eher eine passive Aktion das sortiert mich vermutlich mehr neu als dass ich es sortiere und dann halt zu schauen welche Freiheiten sich bieten dass ich da wieder aktiv werden kann auch für die Piraten und natürlich auch Selbstorganisation gucken welche Arbeitsweisen passen zu mir wie kann ich das was ich mir voran schaffen ärztliche Hilfe zählt auch dazu ist auch eine Schlussfolgerung die ich ja rausgezogen habe aus dem letzten Jahr dass es dann wieder besser läuft so was danach für die Entlastung vielleicht noch ganz wichtig ist was ist noch offen bei mir der CTSD Magdeburg im August da ist noch ein bisschen was zu tun da werde ich halt reden da muss ich noch begleiten das wird auch weiterhin zu tun bleiben auch wenn ich jetzt nicht wiedergewählt werde was ja nicht möglich ist da ich nicht kandidiere und ich muss noch eine Inventur machen beziehungsweise ein paar Plakate entsorgen keine Sorge das mache ich nicht blind wer Plakate haben möchte kann sich bei mir melden ich habe da noch ein paar übrig da ist schon eine Meldung dann wird eine Inventur gemacht dass das auch von anderen sauber verwendet werden kann das Material was bei mir liegt dass es bekannt ist dass es da ist dass es nicht nochmal organisiert werden muss Danksagungen lasse ich mal sein das mache ich wenn dann persönlich weil ich gar nicht Leute vergessen würde und die sind sauer auf mich warum ich ihnen nicht gedankt habe aber jemand anderes ja danke für die Aufmerksamkeit das war's das war jetzt alle Mitglieder des Vorstandes dann kommen wir zum Bericht der Rechnungsprüfer so ich kann es relativ kurz machen also normalerweise ist es so dass wir etwa im Quartal oder alles halbe Jahr dann spätestens eine Prüfung durchführen in diesem Fall war es so dass wir ja zum letzten Landesparteitag vor einem guten halben Jahr eine Prüfung gemacht hatten und die nächste letzte Prüfung war dann jetzt zum Bundesparteitag das Problem ne ich fange andersrum normalerweise ist es so dass wir eine Prüfung machen kurz vor bevor die äh bevor die Zeit endet an der jemand ein Vorstand ist und da fallen immer bestimmte Sachen auf die werden dann korrigiert und dann machen wir nochmal eine zweite Kontrolle und dann ist das Normalfall in Ordnung in diesem Fall ist es so dass wir die zweite Kontrolle nicht durchführen konnten da uns die Unterlagen nicht gezeigt wurden und wir haben auch die letzten zwei Monate von 2013 nicht gesehen rein vom Kontostand her ist jetzt nichts direkt auffällig aber da die Unterlagen gefehlt haben müssen wir rein formal die Empfehlung aussprechen den Vorstand nicht zu entlasten fragen gibt es irgendwelche frage zum Bericht der Rechnungsprüfer rinnen das scheint nicht der Fall zu sein doch dahinter dann bitte nach vorne wo liegt denn der Grund dass ihr die Unterlagen nicht einsehen konntet ich glaube da ist es besser wenn dann die Schwarzmeister die gerade nicht da ist was dazu sagt also ich kann jetzt natürlich auch bloß den Grund nennen der uns genannt wurde wie gesagt normalerweise ist es so dass wir halt irgendwann Termin ausmachen zu der Prüfung in dem Fall hatte sie gesagt dass sie aus Anwesenheitsgründen und weil die ganze Kram ist mit Bundesrechenschaftsbericht und sonst was alles so wenig Zeit hat dass wir es einmal auf dem Bundesparteitag halt hätten machen sollen haben wir ja gemacht meine ich was schon ein bisschen ungünstig ist weil man da halt kein Rohr hat und dann hätten wir dann heute die Unterlagen dann nochmal abschließend sehen müssen die sind schlicht nicht hier sie hatte noch gesagt das ist das was mir gesagt wurde mehr kann ich dazu nicht ausführen Dankeschön noch Frage 3 2 1 ich sehe keine dann würde ich sagen ist der Rechnungsprüfer hiermit ein Lasse jetzt kam noch auf herzlichen Dank jetzt kam noch auf dass die also zurückgetretene Schatzmeisterin auch anwesend ist da ich jetzt nicht weiß die noch nicht entlastet war ist würde die natürlich auch mit in der Entlastung drin sein und das heißt sollte man sie vielleicht ja auch die Gelegenheit geben noch ein Tätigkeitsbericht zumindest über den Zeitraum abzugeben in dem sie tätig war vor ihrem Rücktritt ich glaube sie wird gerade von draußen kult hoffen wir dass sie dazu bereit ist aber da die Zeit voranschreitet können wir ja einen schon vorweg ziehen als nächstes käme die Entlastung der Vorstandsmitglieder hier die Frage es besteht die Möglichkeit die Gesamt also alle zusammen zu entlasten oder natürlich auf Einzelentlastung zu bestehen deshalb frage ich jetzt die Versammlung möchte die Versammlung den gesamten Vorstand gesamt entlasten dann bitte jetzt die Ja-Karte dann machen wir jetzt erst mal einmal zu dieser Frage bitte nur die Dafür-Karte 11 dafür und jetzt der Gegenprobe die Dagegenkarte deutlich mehr 20 also wird nicht gesamt entlastet dann müssen wir Einzelentlastung machen Dankeschön jetzt weiß ich nicht Sollen wir noch auf die Ja denn übergebe ich jetzt kurz an der Wahlleiter damit er ein paar Wahle verpflichten kann Bei der Anzahl Anwesenden würde ich sagen und auch aufgrund dessen dass nur zwei Wahlurnen vorherrschen bitte zweimal zwei Wahlhelfer wer könnte sich das vorstellen das zu machen Wunderbar ich sehe drei Hände sehe ich noch eine Vierte ich sehe vier Hände wunderbar dann kommt mal bitte vor und holt euch eure Wahlurnen langsam langsam kommt hier kommen eins zwei drei haben wir jetzt vier da fehlt doch noch jemand Warte Kortik aber jetzt kommt er also wie ihr seht haben wir jetzt vier Wahlhelfer die vom Wahlleiter vorgeschlagen ist besteht von irgendjemand Einspruch dass diese als Wahlhelfer eingesetzt wäre wenn kein Einspruch besteht oder ich keinen sehe dann hättet ihr jetzt für die Versammlung vier Wahlhelfer Gibt es eine Gegenstimme ich sehe keine damit sind sie offiziell als Wahlhelfer anerkannt Da gibt es einen Geohantrag Ja ein Geohantrag Die Frage ist stimmen wir jetzt einzeln ab welchen Stimmen wir jetzt einzeln ab welchen Vorstand wir entlasten und welchen nicht Richtig Muss das geheim passieren Nein das muss nicht geheim passieren Bei einer Wahl also wenn eine Urne aufbaut dann Wahl Entlastung ist keine Wahl das ist eine Abstimmung das ist eine Entlastung die muss nicht geheim abgestimmt werden Gut Ja Warum stimmen wir dann jetzt geheim ab also was bereiten wir jetzt vor Wir bereiten die Wahl des neuen Vorstandes vor in der Zeit in der ich Zeit gegeben habe eventuell dass die zurückgetretete Schatzmeisterin auch noch Zwecks Entlastung beziehungsweise zu Wort kommen kann das hat sie bis jetzt leider nicht wahrgenommen und deshalb würde ich sagen es ist genug Zeit Stimmt Hat Ihren Täter Okay dann das ist uns nicht mit du brauchst nicht das reicht ja wenn sie bekannt gibt dass sie den also der ist zu Protokoll geben dann tragen du bitte vor also vom Wahlleiter noch die Bitte die Wahlhelfer können sich noch hinsetzen aber dann bitte die Wahlurne bei sich behalten Okay Frau Webeck außerhalb des Protokolls ich könnte nachher von den Wahlhelfern bitte noch mal die Namen gebrauchen fürs Protokoll damit das sauber drin ist ich habe nicht alle im Kopf und ich möchte sie gerne richtig schreiben so dann versuche ich mich mal als Vorleser Tätigkeitsbericht Amtszeit vom 30.6.2013 bis 30.6.2014 Das war ja schon meine zweite Amtszeit insofern musste ich nichts Neues übernehmen Ich habe den üblichen Schatzikram gemacht ganz viel im Stage gebucht und Geld ausgegeben Der Rechtschaftsbericht 2013 ist abgegeben Ich habe noch keine Rückmeldung vom Wirtschaftsprüfer Wenn meine Nachbarer Fragen dazu bekommen kann ich die natürlich beantworten Ich bin ja immer noch in der Bundesverwaltung tätig Der LV ist bis Anfang Juni gebucht Ich habe mich auch bereit erklärt die Bucherei kostenfrei bis zum LPT weiterzumachen Da das der LV dann halbwegs taggleich gebucht sein sollte So das der LV schuld Im Rahmen meiner Vorstandsfähigkeit habe ich 4.114 Mails von und an den LV gelesen In der Schatzmeisterei waren es ca. 1.200 Davon habe ich etliche 100 beantwortet, x Vorstandssitzungen und Joffix besucht Zusammen mit Alex und Karl haben wir die erste Streichung durchgeführt Und unsere Mitgliederzahlen zu bereinigen Die zweite Streichung sollte in den nächsten Tagen erfolgen In dieser Amtszeit ist in Folge meiner Tätigkeit in der Bundesverwaltung vieles liegen geblieben Was ich gerne kontinuierlich gemacht hätte Besonders die Kassenbücher und die virtuellen Kontostände Diese hätte ich gerne abgeschafft Wegen meines Umzugs in den LV Berlin Habe ich aber darauf verzichtet Einen entsprechenden Satzungsänderungsantrag zu stellen Im Unterschied zur letzten Amtszeit Wo die Probleme oft innerhalb des LAFO lagen Hat das diesmal sehr gut funktioniert Da kam mehr Stress durch den LV selbst Was letzten Endes auch dazu geführt hat Dass ich zurückgetreten bin und den LV gewechselt habe Danke an meinen LAFO Es war eine tolle Zeit mit euch Dankeschön Da haben wir den auch noch zu Protokoll nachgeholt Dann kommen wir jetzt eigentlich zur Entlastung Da hier bereits im Vorfeld Einzelentlastung gewünscht wurde Dann fangen wir mit dem ersten Vorsitzenden an Ich sehe hier einen GO-Antrag Und zwar, ich habe gerade mit der ZIC gesprochen Und sie meinte, sie hat ihren Tätigkeitsbericht schriftlich vorgelegt Hat aber nicht vor, vor der Entlastung wieder den Versammlungsraum zu betreten Mein GO-Antrag wäre daher, dass wir sofort die Entlastung des Vorständes vornehmen Du warst die ganze Zeit draußen Ich teile dir mit Dieser GO-Antrag Können wir in der Form Im Grunde genommen Wir können jetzt abstimmen Aber das ist unnötig Weil wir sind im Augenblick bereits bei der Entlastung Der Vorstände Wir sind mitte drin Und auch noch zu deiner Information, die du nach draußen tragen kannst Sie hatte ihren Tätigkeitsbericht zum Protokoll gegeben Der wurde hier gerade von Mutzer das Protokoll verlesen Sodass auch der gesamten Versammlung bekannt ist Okay, also führen wir jetzt die Entlastung durch Also stimmen wir jetzt über die Entlastung ab Jetzt stimmen wir über die Entlastung ab Und wir hatten vorhin eine Abstimmung Wo du auch draußen warst Wer da eine Abstimmung Ob der gesamte Vorstand gesamt entlastet wäre kann Dem hatte die Versammlung nicht zugestimmt Sodass wir jetzt einzeln entlastet Gut, dann ziehe ich meinen GO-Antrag zurück Vielen Dank Dankeschön So Wenn ich keine weiteren GO-Anträge oder sonstige Anträge sehe Dann kommen wir jetzt zu der Entlastung Dann als erstes geht es um die Entlastung des ersten Vorsitzenden Da frage ich die Versammlung Wollt ihr Es ist ja immer noch eine politische und eine finanzielle Entlastung Beziehungsweise ist ja gut Ich frage jetzt einfach Wollt ihr den Vorstand entlastet? GO-Antrag Also ich würde gerne noch eine Befragung des Vorstands machen Weil ja sicherlich einige Punkte da noch offen sind Also wir haben da auch finanzielle Sachen Die noch nicht ganz geklärt sind Und für eine Entlastung wäre das ja für den Gesamtvorstand schon durchaus interessant Auch wenn der finanzielle Teil vielleicht eher die zwei mit Schatzmeisterei betreffenden Personen betrifft Also die einzelnen Vorstände haben ihren Rechenschaftsbericht abgegeben Wie ihr gerade seht Es gab hier gerade eine Erklärung Die zurückgedehende Schatzmeisterin möchte nicht vor Entlastung den Raum legen Sollte man eigentlich Und es ist nirgends eigentlich vorgesehen Hier noch eine Fragerunde zu den Tätigkeitsberichten durchzuführen Aber ich kann gern die Versammlung fragen Das wäre natürlich ein GO-Antrag Auf Änderung der Tagesordnung Weil da müsste man die Fragerunde nämlich einführen Weil wir sind gerade in einem TO-Punkt Der die drei Punkte bis zur Entlastung durchführt Wir sind jetzt beim dritten Punkt Dieser Gesamt-TO-Punktes Da müssen wir es dort noch einführen Das könnte man durchaus fragen Aber ich mache es mal anders Ich stelle jetzt mal eine Frage vom Meinungsbild Wie ist die Meinung in der Versammlung Sollte solch eine Befragung noch durchgeführt werden Wie ist die Meinung der Versammlung dazu Ja oder Nein Ich teile mir selber für das Meinungsbild mit Dass die große Mehrheit mit Nein votiert hat Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich zur Entlastung des Gut, dann, erster Vorsitzender Möchtet ihr den ersten Vorsitzenden entlasten? Hier sehe ich eine deutliche Jetzt wird es weniger Oder die Nein-Karte Ja, aber es ist überwiegend Also es ist eigentlich eine deutliche Mehrheit für Ja Damit ist der erste Vorsitzende entlastet Dann kommen wir zum stellvertretenden Vorsitzenden Möchte die Versammlung den stellvertretenden Vorsitzenden entlasten Dann bitte jetzt die Ja-Karte Bei zwei, vier, fünf, sechs, sieben Bei sieben Gegenstimmen ist auch der stellvertretende Vorsitzende entlastet Dann kommen wir jetzt zum Generalsekretär Möchte die Versammlung den Generalsekretär entlasten? Bei sehr wenigen Gegenstimmen ist auch der Generalsekretär hier mit entlastet? Dann frage ich die Versammlung Will die Versammlung den Schatzmeister? Jetzt frage ich erstmal, wir müssen das einzelfragen, weil es zwei sind Beziehungsweise der Gensek ist ja eigentlich mit Du hattest teilweise die Schatzmeistertätigkeit aufgenommen Bist damit also auch in der Tätigkeit entlastet Dann die Frage zu der stellvertretenden Schatzmeisterin Wollt ihr diese stellvertretende, also bitte stellvertretende, die zurückgetretene Schatzmeisterin Entschuldigung, die zurückgetretene Schatzmeisterin Wollt ihr, will die Versammlung die zurückgetretene Schatzmeisterin entlasten? Das machen wir so, Entschuldigung Dann bitte jetzt erstmal die Nein-Karte runter Und nur die dafür-Karte hoch Zwölf das Protokoll Und jetzt bitte die dagegen-Karte hoch 22 Das ist ein eindötiges dafür Damit ist die zurückgetretene Schatzmeisterin nicht entlastet Für das Protokoll Dann kommen wir zu Zu den Beisitzer Denn der zuerst vorgestellte Beisitzer Hier auch die Frage Wollt ihr diesen Beisitzer entlasten? Ja, ich habe auch den Namen hier Andreas hat angefangen, oder? Also dann sage ich jetzt Max Max Mischor Möchtet ihr Max Mischor entlasten? Ist eindeutig bei zwei Gegenstimmen ja Er ist entlastet Und dann kommen wir zu Andreas Ich sage einfach Mozart, das gefällt mir besser Okay, möchtet ihr ihn entlasten? Auch bei drei sichtbaren Gegenstimmen? Ja, ich bin auch du entlastet Also ich bin auch entlastet Und damit Ja, und dann haben wir noch René Frage eine Versammlung Wollt ihr den Beisitzer René Entlastet Auch hier große Mehrheit Mit weniger Gegenstimmen auch entlastet Herzlichen Dank Damit haben wir diesen Formalteil Dann auch hinter uns gebracht Okay Ja Dann Ja Also jetzt kommt noch ein Antrag Ich müsste glaube ich einen Tagesordnungsänderungsantrag stellen Aber ich würde gerne noch uns mich beim Landesvorstand bedanken mit einem kleinen Präsident Das darf ich nur für die Arbeit die Sie gemacht haben Herzlich gerne machen Vielleicht können die Vorstandsmitglieder kurz nach vorne kommen Darf ich in der Zeit bis die sich einfinden noch einen kleinen Formalfuh einfügen Dann können wir das mich schon Na Na Kleinen Moment Kleine Formalfuh einfügen Da wir jetzt zur Wahl der Vorstände kommen Und nach EuroGO gibt es die Möglichkeit bis zu fünf Beisitzer zusätzlich zu wählen Ein Meinung Nein Ein Meinungsbild Wollt ihr jetzt bereits darüber abstimmen? Okay Okay Das ist das Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank. 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 Dann eröffne ich hiermit die Kandidatenliste für den 1. LV. Also ihr könnt jetzt hier nach vorne, ihr müsst nicht auf eurem Sitzen stehen bleiben. Und das ist die Kandidatenliste für die Kandidatenliste für den 1. LV. Und das ist die Kandidatenliste für den 1. LV. Wenn ihr das Pech habt, werdet ihr vorgeschlagen, ihr müsst dann aber nicht annehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zwar vorgeschlagen wurde Andrea Bogner, Anne Funke, Nico Tate und Roman Ladek. Möchte jemand von euch, bitte Ruhe, ich mache es sonst ernst und schreie CDU. Ja, ich sehe schon, wie man hier zu mir kommt. Ja, ich sehe schon, wie man hier zu mir ist. Gut, Stand der Dinge ist jetzt, dass bis auf Andrea Bogner alle abgelehnt haben. Damit stehen zur Wahl, wenn ich die Kandidaten, wenn ich die Kandidaten, wenn ich die Kandidatenliste geschlossen habe, wird gewählt, dann kann wer zufälligerweise hinterher noch auf die Idee kommt, er hätte lieber kandidieren wollen. Zum jetzige Zeit, wenn es jetzt keine weiteren Vorschläge, wenn es jetzt keine weiteren Vorschläge gibt oder Kandidaten, die von sich aus kandidieren würden, losen wir jetzt die Reihenfolge aus, in der sich diese drei Kandidaten vorstellen können. Gut, dann schließe ich die Kandidatenliste in 3, 2, 1. Gut, dann schließe ich die Kandidaten. Gut, dann schließe ich die Kandidaten. Gut, dann schließe ich die Kandidatenliste in 3, 2, 1. Okay, wir haben die Reihenfolge ausgelost. Gut, CDU. Ich habe ernst gemacht, ja. So, wir haben ausgelost und dann eröffne ich hiermit die Kandidatenvorstellung und bitte als erstes, also ja, und zwar ausgelost in der Reihenfolge Markus Hüniger, Thorsten Tuminski und Andrea Bogner. In der Reihenfolge könnt ihr euch vorstellen und hiermit eröffne ich die Kandidaten. Wir haben einen GO-Antrag, ja. 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 Dann bieten die Dafür-Karten. Bei 6 Nein-Stimmen ist das angenommen, eine 40 akkreditierte, das dürfte Ding. Dann gilt ab sofort bis zur Änderung für die Vorstandswahl diese Redezeit. Gut, dann dürfen wir den ersten Kandidat, Markus Hünninger, bitte ans Mikrofon. Frage an unseren Biber-Mensch mit der Redezeitbeschränkung, den Timer ist schon drauf. Super, super schnell, herzlichen Dank. So, hallo, guten Tag an alle. Ich war dagegen, dass ich hier fünf Minuten quatsche. Ihr habt das so gewollt. Jetzt muss ich euch hier fünf Minuten bereden, ich weiß. Aber so erklärt sich ja gleich, in welche Richtung ich hier spreche und in welche nicht. Grundsätzlich ist es so, dass ich mich nicht hier bewerbe, weil ich unbedingt einen Posten haben will, sondern bis sich jetzt aus meiner Sicht kein Kandidat gezeigt hat, den ich für geeignet hielt, den Zwist innerhalb unseres Landesverbandes aufzuheben, sowie Aktivität, die bis jetzt nicht vorhanden war, zu reaktivieren. Das hat sich jetzt aus meiner Sicht geändert. Und da ich euch natürlich auch nicht belästigen will und nicht das ausnutze, wie es beim Bundesparteitag war, dass manche Leute ihre Redezeit nutzen und dann hinterher sagen, ich ziehe zurück, mache ich das etwas früher. Ich will nur sagen, dass es wichtig ist, dass ein Schiff mit einer vernünftigen Mannschaft einen Kapitän hat und umgedeht genauso der Kapitän eine vernünftige Mannschaft bekommt. Weil sonst geht das Schiff in die Richtung weiter, wie es jetzt fährt. Und ich glaube, das ist von allen Anwesenden hier nicht im Sinne der Sache. Ich danke euch und ziehe für Andrea zurück. Halt, 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 halt. Auch mit Rückzug, da du auf der Liste stehst. Dort ist genug Vorstellungszeit. Die Frage übert sich wohl. Und wir müssen natürlich, ich denke, nach Rückzug sind keine Fragen an den Kandidaten. Du stehst nach wie vor auf dem Wahlzettel. Also ich kann dich jetzt nicht mehr zurücknehmen. Ich verstehe jetzt aber deine Aussage dahingehend, dass du nicht möchtest, dass man dich wählt und du bittest darum, dich nicht anzukreuzen, weil du wärst auf dem Stimmzettel Nummer 1, Feld 1. Okay. Dann bitte ich jetzt Torsten Tominski ans Mikrofon. Ich denke, wir haben mit Andrea hier eine gute Kandidatin. Deshalb wählt mich nicht. Ich war froh, dass sie jetzt doch noch draufgekommen ist. Und ja, vielleicht wird das ja nordkoreanisch, das Abstimmungsergebnis. Also ich denke, in dem Fall auch keine weitere Befragung. Und du hattest genug Zeit, dich vorzustellen. Du bleibst natürlich auch auf dem Wahlzettel. Gut. Dann haben wir jetzt dritter Kandidat, Andrea. Ja, also erstmal schönen Dank an die beiden. Aber ihr braucht nicht so viel Angst vor mir zu haben. Ja, ich stelle mich jetzt mal vor. Andrea Bogner, 53, verheiratet, zwei Kinder. Ja, ich lebe auf dem Bauernhof, habe viele Tiere. Das ist das Private. Ehe läuft auch ganz gut. So, politisch bin ich schon lange, lange tätig, fraktionslos gewesen. Habe mich 2011 oder 2012, für mich spielt Zeit immer nicht so eine Rolle, für die Piraten entschieden. Ich bin zur Bundestagswahl angetreten, im Börde und Jerichoer Land und habe für die Direktkandidaten der Piraten ein super Ergebnis, ganz, also deutschlandweit geholt. Bin ich natürlich auch stolz drauf, sage ich auch. Ja, dann, wobei ich im Vorfeld wirklich sagen muss, ohne meine Börde, ohne unseren Kreisverband, und da macht man jetzt denken, was man will, ob Kreisverband oder nicht, werdet niemals so gut gelaufen. Und nun, zur Kommunalwahl sind wir auch angetreten, haben von elf Mandaten in Sachsen-Anhalt sechs geschossen, zwei oder drei Ektar von, und ich habe kein Mandat angetreten, bewusst nicht angetreten, weil in der Börde sind so tolle Leute aktiv und engagiert. Als wir uns damals kennengelernt haben, zum Beispiel, habe ich gesagt, ich als alter Hase kann nicht sagen, so und so ist es. Ich habe gesagt, geht in die Ortschaftsratssitzung, in die Stadtratssitzung, und das haben die alles gemacht. Sich über ein Jahr wirklich selber ein Bild, selber eine Meinung, und also ich bin mir so sicher, dass das alles super läuft bei uns, und ich will damit nicht angehen, sondern bei uns herrscht wirklich Harmonie, und nur so kann es eben laufen. Und die Börde hat mich eben soeben gefragt, ich bin auch hier nicht mit dem Ziel hierher gekommen, Vorsitzende zu werden. Sage ich auch ganz sofort, die Börde hat mich vorgeschlagen, und natürlich würde ich das machen, ja. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ach, im Vorfeld, ich bin kein Internetfreak, Mumble, Dumble und so, ist nicht mein Ding. Ich bin ganz, ja, ich bin, es nützt doch hier nichts, euch etwas vorzulügen. Ich lerne das, ich mach das. Für manche Sachen bin ich zu alt oder zu blöd oder was, weiß ich nicht. Aber, ich habe da sehr nette Leute, die mir da hilfreich zur Seite stehen, und das Felde-Weferling ist auch mit dem Internet nicht so ganz so toll bestückt. Nennen wir es mal so. So, also, klar, ich kann hier alles, ich würde mich bemühen, bin ich mir so ja ziemlich sicher. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, legt los. Wenn es Fragen an die Kandidatin gibt, bitte vor an das Mikro. Kannst du losgehen? Jo, okay, Andrea, also, heilen Respekt vor deinem Erfolg. Wir haben schon mehrmals miteinander telefoniert, kommuniziert. Ich finde das ganz toll, was du machst, und ich akzeptiere voll deine Einstellung, die du hast, hinsichtlich der technischen Mittel. Für mich als ehemaliges Vorstandsmitglied, muss ich sagen, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man zum Beispiel Mumble benutzt, um Vorstandssitzungen zu gewährleisten. Es ist total schwer, den Vorstand vis-à-vis jedes Mal, einmal, alle 14 Tage zusammenzukriegen. Wie siehst du das? Wie willst du das hinbekommen? Tja, wenn das Internet geht, dann mache ich das. Lockstatt, Rätseling, guckt nach, es gibt dort wirklich große Probleme mit dem Internet. Und ich kann nur jetzt nicht sagen, oh, ich mache das, ist doch gar kein Problem, René, wenn es wirklich ein Problem ist. Und da muss man sich dann eben was einfallen lassen. In welcher Form ich das machen kann, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich bin ja kein bockiges Kind. Du hast gerade gesagt, dass es in der Bürde so schön friedlich läuft. Wie Shitstorm-resistent schätzt du dich ein? Also gerade, wenn man jetzt die aktive Mailing-Liste verfolgt hat, hat man ja auch mitbekommen, da gibt es auch Beleidigungen gegenüber Vorstandsmitgliedern, Unterstellungen, Lügen, die verbreitet werden. Wie würdest du mit sowas umgehen? Also ich habe zwei Lebensmottos. Das eine heißt Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Und das zweite lautet, wer mich beleidigt, bestimme ich selber. Der nächste bitte. Hi Andrea. Für mich wäre es mal ganz interessant, beziehungsweise wahrscheinlich auch für die Versammlung, zu erfahren, wie du selbst dich als Vorsitzende definierst. Beziehungsweise das Amt für dich definierst. Korrekt. Okay. Das ist eine gute Frage. Also kann man, glaube ich, in dem Satz sagen, in der Kürze liegt die Würze, und zwar ein Miteinander und kein Gegeneinander mehr. Und das wäre zum Beispiel für mich, also ja eigentlich mittelgrößtes Ziel. Wir brauchen hier nicht irgendwie die Thesen aufstellen und die. Wir müssen miteinander sein. Und ich habe von draußen gerade gesagt, die Piraten sind eine junge Partei. Und das ist so, wir wollen ein Haus bauen. Und manche Piraten fangen an, das Dach zu machen, obwohl das Fundament noch gar nicht fertig ist. Und das alles unter ihren Hut zu kriegen. Was mich an der Börde immer ein bisschen gestört hat, ist, dass man nie was von dort gehört hat. Als Vorstand, hast du das ja schon gehört, ist man sehr im Kreuzfeuer des Transparenzforderungen. Und daher würde ich dich fragen, wie du das in dieser Hinsicht verbessern möchtest. Also für dich ganz selbst. Meinst du jetzt die Transparenz der Börde oder ich als Vorsitzende? Nein, dass du als Vorsitzende transparenter bist als die Börde. Jo, da könnte man jetzt rumzicken, weil ich natürlich eine andere Meinung dazu habe. Sagen wir so, das sagt auch schon dieser Satz, dieses Miteinander. Miteinander bedeutet auch Präsenz zu zeigen. Ja, und für mich wäre es zum Beispiel ganz wichtig, und ich betone, ich greife hier so kein persönlich an, weil das tut mir leid, klingt blöd, aber unter meinem Niveau. Ich finde, man sollte, ach so, ich habe vergessen, ich komme aus Berlin, wie man vielleicht hört. Dass man wirklich vor Ort ist, dass man echt zu diesen Stammtischen, ob man die gut findet oder nicht, aber nur so kann man rausfinden, was ist überhaupt los bei den Piraten. Warum wandern so viele ab? Warum passiert nichts? Warum passiert da was? Das wäre auch einer meiner Ziele. Hast du irgendeinen Plan, wie man die toten Regionen wieder beleben kann? Hast du dir da schon mal irgendwie Gedanken drüber gemacht? Da kam jetzt so mein Berliner Humor, und dann würde ich jetzt sagen, junge Leute und ein paar Kinder und so. Aber gut, das ist jetzt... Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Du hast dich ja nicht vorbereitet, aber hast du da vielleicht schon irgendwie was im Kopf? Nee, ich bin nicht vorbereitet, aber ich kann ja ziemlich gut aus dem Steh greifen. Region wieder zu beleben, ist ja bei uns jetzt, Übersfelde ist da hinten, das ist sehr betroffen zum Beispiel. Haben wir auch viele Vorschläge gemacht, zum Beispiel, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, das geht jetzt hier alles aus dem Steh greifen. Junge Familien fördern, das heißt Bauland zum Beispiel, die Eigentümer, der die Stadt ist, preiswerter, zinsgünstiger abzugeben oder Prämien zu zahlen. Keine Zwischenfrage, lass die Antworten. Nee, das ist die falsche Antwort nicht, aber das war nicht meine Frage. Nee, ja, schön. Aber ich war jetzt erschreckt, irgendwas mit Zinsen. Ich meine da eigentlich unseren Landesverband, die Regionen, wonach aktive Regionen waren, die sind ja, viele sind ja nicht mehr existent. Ja, und unser Landesverband, die Regionen, was weiß ich, Region Dessau, Brunnen, Mannsfeld. Ja, ein ganz großes Problem, schwer, ganz schwer zu bewerkstelligen, fällt mir so spontan, wenn ich ehrlich bin, keine Lösung ein, weil man, ich rede jetzt mal ganz offen, die Piraten sind so ein zerrubter Haufen, ja, und wenn man die jetzt wieder, was können wir tun? Und da denke ich mir, das erste Mal in Harmonie und gut zusammenarbeiten, dann kommt der nächste Schritt daraus, wenn wir gut zusammenarbeiten, werden wir Erfolge erzielen. Erfolge putschen einen auf und dann geht das weiter. So würde ich das sagen. Anders, eine klügere Antwort fällt mir nicht ein. Was hältst du vom Richtungsgesenk der Bundespartei? Da läuft doch alles Paletti. Also ich sehe es so, bis zum letzten Bundesparteitag war ich immer da gewesen und für mich ist ja Kommunalpolitik sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und ich habe bei den Bundesparteitagen eins gelernt, das muss ich jetzt mal ein bisschen diplomatischer ausdrücken. Also das ist nicht mein Ding und was wollen wir jetzt machen? Entweder rotten wir uns alle zusammen und kommen in eine Halle mit 100 Leuten zum Bundesparteitag und sagen, ey Kinder, Malle oder was? Oder wir haben doch hier genug zu tun. Ich sage persönliche Meinung, was geht mich der Bundesparteitag an? Wir haben hier genug Baustellen. Inwiefern hast du dich mit der Arbeit eines Landesvorstands schon auseinandergesetzt und darauf bezogen gleich, wie viel Zeit denkst du ist täglich notwendig und wie viel Zeit könntest du täglich aufbringen für diese Arbeit? Also, die Arbeit eines Vorsitzenden und Landesvorstands ist die Hauptaufgabe, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir alle zusammenfinden. Und wie viel Zeit man dafür braucht, muss ich jetzt so vergleichen, weiß ich, da habe ich wieder ganz Strafen von René angekickt. Das ist wie Kinder, ein Kind kapiert gleich eine Schleife zu machen und das nächste Kind braucht eine Stunde dafür. Das kann ich dir nicht sagen. Und deswegen kann man nicht sagen, ich werde jeden Tag 2 Stunden und 13 Minuten und 27 Sekunden für den Vorstand opfern. Kann ich jetzt nicht sagen. Man muss erst mal sehen, wie es läuft. Gut, da kann ich ja, 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 nein, du kriegst, du kriegst ja für jede Antwort eine Minute. Ja, ich habe es. Ja, also, um dir noch eine Minute zu verschaffen, stürzt schon der Nächste an das Mikrofon. Aber bevor der jetzt redet, da das der Letzte jetzt gedauert hat, bis der an dem Mikrofon war, würde ich vorschlagen, eine Frage an die Versammlung. Sollen wir die Redeliste jetzt schließen? Dann bitte die Ja-Karte. Blau. Blau. Gut. Ich bin eh farbenblind, also. Gut. Bei wenigen Gegenstimmen wird die Redeliste geschlossen. Bevor wir sie schließen, wer sich noch jetzt noch anstellen will, 3, 2, 1. Da winke ich mit den Armen oder laufe ich hin. Ich sehe keinen. Damit ist die Redeliste geschlossen und du hast das Wort. Liebe Andrea, glaubst du, mit einem vernünftigen Vorstand, den dir jetzt die Versammlung zur Verfügung stellt, die Probleme, die gerade aufgeworfen wurden und das, was du nicht kannst, dann lösbar für die Aktivierung des Landesverbandes umzusetzen? Markus, das kann ich dir natürlich nicht versprechen, weil es gibt ja so eine Menschen und so eine Menschen und die muss man eben versuchen zu nehmen, wie sie sind und das Beste draus zu machen. Und man darf nicht vergessen, ob ich jetzt ein Problem, was weiß ich nicht, mit Gerda Müller hatte oder nicht, das spielt keine Rolle. Man sollte, was für mich das oberste Ziel auch mit ist, eben ruhig und sachlich. Man kann nicht auf so einem Niveau mit Beschimpfungen, mit dies und das und jenes, ist so und so nicht mein Ding, das würde ich auch unterbinden. Aber ansonsten, sag ich mal, das kommt nicht nur auf mich an. Es kommt natürlich darauf an, wie ich die Sache vielleicht leiten kann, aber es kommt auf die anderen darauf an, ob sie es annehmen, ob sie mitmachen und vielleicht können die auch nicht mit mir, das kann auch sein. Es war schwer vorstellbar, aber möglich ist alles. So, fertig. Gut, danke dir. Das war die Abschlussmorte. Halt, eine Frage noch. Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Hattest du genug Zeit, ich hätte gerne noch mal in den Arbeiten. Ja. Hattest du genug Zeit. Hattest du genug Zeit. Gut, denn jetzt nochmal, weil die Frage aufkam, zwei der Kandidaten hier haben die ja zurückgezogen, und zwar die Nummer eins und die Nummer zwei. Die bleiben im Augenblick auf der Liste und auch auf dem Wahlzettel. Das bedeutet, ihr könnt die sogar ankreuzen. Wir wären bei der Auszählung, die einfach diese Kreuze einfach nicht mitzählen. Wir zählen eben nur die Kreuze für Kandidat drei aus. Das beeinflusst das also nicht und macht den Wahlzettel auch nicht ungültig oder sonst irgendwas. Es wäre eigentlich nur die Kreuze ausgezählt und das hat ja auch keinerlei Auswirkung auf das Quorum, sodass es so durchgeführt werden kann. Wir machen das so, um keine Verwirrung zu stiften, weil von Anfang an eins, zwei, drei und die Wahlzettel, es könnte durchaus sein, dass bereits ganz am Anfang jemand auf dem Wahlzettel schon die drei angekreuzt hat. Wenn man die jetzt rausstreiche würde, dann wäre nur ein Kreuz an der Nummer eins gültig und das würde den gesamten Wahlzettel ungültig machen, damit man das nicht gewährleisten können, bleiben die auf der Liste und können angekreuzt werden. Gibt es noch Fragen hierzu? Okay, dann bitte meine Wahlhelfer an die für Sie vorgesehenen Plätze. Und bitte einmal die leeren Wahlurnen vorzeigen. Die leeren Wahlurnen, genau. Einmal hochheben und genau, damit alle sehen, dass die leer sind. Wunderbar, vielen Dank. So, dann, wie gehabt, Markus Hünninger und Torsten Tuminski baten darum, nicht gewählt zu werden. Ihr habt trotzdem die Möglichkeit, sie zu wählen. Sie baten aber darum, dies nicht zu tun. Auf diesem Stimmzettel, ja, Fruchtgeschmack Orange würde ich sagen, Stimmzettel Nummer eins. CDU. Ich habe den Wahlgang noch nicht eröffnet. Bitte leise. Ihr faltet den Wahlzettel bitte so, dass zu erkennen ist, welcher es ist. Also, so falten, dass die Wahlhelfer das sofort sehen. Ihr zeigt Ihnen euer grünes Freundschaftsband vor und die blaue Karte, damit Sie sehen, dass die Nummer darauf stimmen. Und dann könnt ihr euren Stimmzettel in die Wahlurne werfen. Ihr habt Kugelschreiber zum Abkreuzen. Gut, dann eröffne ich um 14.38 Uhr den Wahlgang 1 zum ersten Vorsitzenden. Ihr dürft jetzt. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis. Mein Tipp für morgen ist ein 8 zu 2. Wir haben 40 abgegebene Stimmen, davon sind 39 gültig, eine ungültige. Sieben Enthaltungen auf Andrea Burgner entfallen 29 Stimmen. Das Quorum ist erreicht. Du wurdest gewählt, nimmst du an. Glückwunsch. Applaus So, dann großes Drücken, großes Herzen. Und damit es zügig vorwärts geht, übergebe ich gleich wieder an den Wahlleiter, denn diesmal Wahl des Zweiten Vorsitzenden. Und dann an dich, Thomas. Um das jetzt ein bisschen zu beschleunigen, mache ich es folgendermaßen. Egal für welchen Posten ihr kandidieren wollt, kommt bitte zu mir vor, dann nehmt das jetzt alles gleich auf und dann arbeiten wir das danach hinterher ab. Also ob ihr jetzt für stellvertretende Genseck-Schatzmeister oder Beisitzer oder für den Ersatzschützrichter oder Rechnungsbewerber kandidieren wollt, kommt bitte vor, dann nehmt das auf. Und die Kandidatenliste ist hiermit eröffnet. Und die Kandidatenliste ist hiermit. 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 Vielen Dank. 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 Ich kenne meine Schwächen. Vielen Dank. 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 Dann haben wir als nächsten Kandidaten, hätten wir René. Und die Zeit läuft. Ja, also ich hatte das Vergnügen, heute hier schon öfter zu stehen. Ich bin auch ein bisschen mit dem Puls hoch, sodass ich nicht so schön reden konnte, wie ich eigentlich wollte. Ich will nicht viel sagen, außer wir sind keine Einzelkämpfer. Die Stärke liegt bei uns im Team. Das habe ich im alten Vorstand mitgekriegt, das merke ich auch im Regionalverband, das merke ich auch dort in der Börde, wo ich war. Wir sind ein Team und ergänzen uns durch Stärken, durch Schwächen. Und das trifft auch eben auf den Vorstand zu. Und die Piraten werden in Sachsen-Anhalt gebraucht, mehr denn je. Die CDU hat sich super bequem gemacht, die SPD schlaviiert sich da auch so durch. Und wir haben einfach die Chance, durch die Kommunalmandate einiges zu bewegen, zu zeigen, dass wir nicht nur Theorie machen, sondern auch Praxis. Und jetzt ist es wichtig, dass wir diesen Schwung, den wir haben, der gar nicht so klein ist, mitnehmen in die Landtagswahl. Und das sehe ich eigentlich auch als große Herausforderung für diesen Vorstand, der jetzt kommt, für den ich mich bewerbe, die Landtagswahl jetzt vorzubereiten. Dankeschön. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Dann bitte ans Mikrofon. Du hast es ja in der Altmark augenscheinlich geschafft, als Person da vor Ort präsent zu sein. Siehst du da Möglichkeiten, dass auch aufs Land, also Verbindung zu Medien und so weiter, das hast du ja sehr gepflegt. Ihr habt ja die Erfolge nicht umsonst gehabt, sondern ihr habt ja praktisch daran gearbeitet. Kann man da irgendwelche Dinge übernehmen, übertragen? Also im Grunde genommen ist dieses Thema Präsenz ein Thema der Konsistenz. Das ist das auch, was der Regionalverband insgesamt dahinter verbogen hat, sozusagen, dass er auch mich regelmäßig als Kandidat aufgestellt hat. Ich habe dreimal kandidiert, viermal kandidiert, Landtagswahl, Bundestagswahl, Kreistag und Kommunal. Gut, ins Letzte habe ich dann auch mal geschafft. Aber das ist eine Frage der Konsistenz, wo man es immer wieder macht und das ist leider so. Die Menschen mögen das, wenn man einen Wiedererkennungswert hat. Und da hat mich der Regionalverband unterstützt und da bin ich auch sehr dankbar. Ja, also erstmal als Hinweis, da gab es noch zwischendurch so eine Verbandsgemeinderatswahl, die du ganz vergessen hast. Die Frage ist, gerade in den Punkten, du bist bei den Wahlen sehr aktiv, das ist auch gut. Also wir haben dich auch mit Absicht dahin geschickt, damit du auch gut bleibst und gut wirst und die Leute dich kennen können, auch wählbar bist, dadurch, dass halt mehr Leute dich kennenlernen. Du hast relativ viele Aufgaben übernommen, unter anderem eben doch die Pressesprecherei, die halt im letzten Zeitpunkt halt nicht so gut geklappt hat. Du hast jetzt ein Kommunalmandat und meinst du nicht, das ist ein bisschen viel, jetzt nochmal einen Landesvorstand zu machen? Ich habe das mitgenommen aus dem Bundestagswahlkampf, wo ich die Möglichkeit hatte, sozusagen mit Politikprofis zu reden, die sich schon mehrmals da beworben haben oder aktiv waren, dass ich mitgenommen habe. Ich habe mich gewundert, die sind im Gemeinderat, Stadtrat aktiv, die sind im Kreistag aktiv und die sind im Bundestag aktiv. Und für die war es unwahrscheinlich wichtig, dass sie gesagt haben, sie nehmen Themen aus dem Gemeinderat mit, um dann gestalterisch im Bundestag aktiv zu werden. Genauso habe ich für mich entschieden, ich muss sozusagen vor Ort kommunal auch aktiv sein in der Politik, um Themen mitzunehmen für das Land. Das sehe ich zum einen so, zum anderen, ja, Pressesprecher würde ich nicht nochmal machen jetzt, also als Bündelung. Das war jetzt auch eine Frage vom Team her, dass wir gesagt haben, es gab jetzt nicht viele, die sich beworben haben. Das würde ich nicht mehr machen, ansonsten habe ich soweit alles runtergefahren, was ich an außerschulischen Verpflichtungen habe, dass ich hoffe, dass ich damit dann auch vernünftig klarkomme. Eine Frage zu deiner Selbsteinschätzung. Ich hätte gerne mal von dir gewusst, was dich so aus deiner eigenen Perspektive so von dem zweiten Bewerber zum stellvertretenden Vorsitzenden so unterscheidet. Was unterscheidet mich? Gut, ich habe einen Spitznamen, den ich komischerweise nur beim Piraten habe, so ein bisschen jedenfalls bei uns im Vorstand war ich so ein bisschen der Flauschbär. Ich bin nicht immer so, also ich habe auch kannte, ich habe auch meine eigene Meinung vertreten, ich habe auch Abstimmungen vehement dagegen versucht zu argumentieren, aber insgesamt vielleicht auch, wenn man jetzt das Mammeln nachhört oder auch meine Stellungnahme für die Kandidatur, als wir aufgenommen haben. Aber ich stehe zu Entscheidungen, wenn der Vorstand sozusagen eine Entscheidung getroffen hat, dann vertrete ich die mit, auch wenn ich dagegen war. Das ist für mich wichtig. Und da diskutiere ich nicht rum, da ging es eben um ein Gerichtsverfahren und da hieß es, hast du, ich sage, der Vorstand hat, dann habe ich auch. Auch wenn ich vielleicht nicht abgestimmt habe, was ich danach mitgekriegt habe. Also das ist für mich, denke ich mal, der wesentlichste Punkt. Hallo, ich würde gerne hören, was deine Vision ist in deiner politischen Arbeit und was dich motiviert. Was mich motiviert, ist leider das, was ich auf Arbeit miterlebe, dass ich sehr viel mitkriege, wie Politik funktioniert, aber mehr in der Ministeriumsebene und dort einfach den Punkt habe, auch im Kommunalrat, wo ich jetzt bin, dass vieles untereinander schon vorab gesprochen wird und dieser Wille, Bürger einzubinden, auch wenn man immer wieder sagt, ja klar, machen wir, wir fragen die, wir informieren die. Es wird nicht gemacht und ich hoffe einfach, dass wir dann, ich sehe einfach die Piraten als sinnvoll an. Ich sehe, dass wir sie brauchen und gerade mit dem Thema, wo andere die auch aufnehmen, sei es die Grünen, sei es die CDU, SPD, die sagt, wir machen Transparenz, wir machen das mit Beteiligung. Ich glaube nicht, dass sie es ohne den Trieb, dass wir sie vorher treiben, auch schaffen. Bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste, gibt es Gegenrede, formell? Es gibt eine formelle Gegenrede, das heißt, wir stimmen darüber ab, ob die Rednerliste geschlossen wird. Wer möchte, dass die Rednerliste geschlossen wird, der die blaue Karte, sonst die gelbe? Blau. Blau, ich sehe eine Mehrheit, die Rednerliste ist geschlossen. Sobald, also ihr dürft jetzt noch in zehn Sekunden, dürft ihr noch ans Mikrofon spurten, wer noch eine Frage stellen möchte. So, sonst ist da hinten nach euch dreien die Rednerliste zu. Nur kurze Jan-Einfrage, Mailingliste moderieren? Jedenfalls nicht durch den Vorstand. Ich bin dafür, dass es da eine Umfrage gibt, ein Meinungsbild bei den Piraten beim Landesverband, ob wir eine Mailingliste moderiert haben wollen oder nicht. Ich bin der Meinung, dass der Landesvorstand dort korrekt gehandelt hat, wie es moderiert wurde, aber ich bin der Meinung, dass wir nicht moderieren sollten. Im schlimmsten Fall ist es so, wenn es wirklich dort zu harten Beleidigungen kommt und so weiter, kann eine OM beantragt, eine Ordnungsmaßnahme beantragt werden, das kann der Vorstand dann wieder machen. Aktuell, glaube ich, haben wir nicht das Personal, eine saubere Moderation hinzukriegen. Und der Vorstand ist damit der falsche Beauftragte. Lieber René. Wie siehst du das, dass man mit diesen alten Kamellen, mit diesem ganzen Chaos, was hier herrscht, Schluss macht und dass man gemeinsam nach vorne geht und das auch mit solchen Leuten konsequent durchzieht? Nicht, weil sie sich mal daneben benehmen, sondern, ich sage es jetzt mal wirklich krass, Asozialverhalten im Chat oder Ähnliches. Siehst du das genauso oder meinst du, da müsste man mehr Feingefühl, Diplomatie und Ähnliches anbringen? Also, ich sehe es so, dass man nie in der Kommunikation ausblenden kann, was man in der Vergangenheit erfahren hat. So viel Mühe man sich gibt, man wird es nicht komplett ausblenden. Das Beste, was man machen kann, ist, in bestimmten Punkten dann einfach auch schweigen und nicht gegen antworten. Es wird immer ein zweites Angebot geben müssen. Aber ich bin auch der Meinung nach, ein drittes Angebot hört es irgendwo auf. Würdest du die Arbeit in der SG-Presse weitermachen? In der SG bin ich gerne dabei. Ich formuliere gerne mit Texte, aber nicht als Pressesprecher. So, dann bedanke ich mich, René. Okay, hattest du angemessen Zeit, möchtest du noch was sagen? Alles in Ordnung. So, dann würde ich sagen, übergebe ich mal an den Wahlleiter. Gut, da bitte ich meine Wahlhelfer an die vorgesehenen Plätze und einmal die Wahlurnen leer hochhalten. Dass ihr das alles seht, gut. Stimmzettel, genau. Ich würde mal sagen, chlorverseuchtes Schwimmbad, Wasserblau ist das. Ihr habt Feld 1 für Markus, Feld 2 für René. Ihr könnt beide wählen, nur einen oder niemanden. Gibt es noch Fragen hierzu? Gut, dann eröffne ich um 15.17 Uhr den Wahlgang. So, liebe Piraten. Einmal ganz kurz Ruhe, bitte. Kurz Ruhe. AfD. Das funktioniert noch besser, ich wusste es ganz genau. Ihr Lieben, ihr hattet euch heute Vormittag dafür ausgesprochen, dass die Zählpausen dafür ausgenutzt werden, dass eure Mandatsträger auch mal das ein oder andere Wort an euch richten können. Hey, Leute. Das funktioniert ja noch besser. Dennis hat sich zum Beispiel schon mal bereit erklärt, er würde euch jetzt ein paar Worte, um aus seiner Arbeit mal ein bisschen für euch was zu berichten. Und ich bitte euch darum, wenn ihr gerne quatschen wollt, geht vor die Tür. Draußen ist Scheißwetter. Ich würde lieber Dennis zuhören wollen an eurer Stelle. Und Ruhe. Hört ihr mich? Ja. Also nochmal vielen Dank, dass ihr so alle zahlreiche erschienen seid. Und ich hoffe, dass es jetzt endlich mal einen Neustart gibt und wir uns auf den politischen Gegner konzentrieren und nicht auf uns oder auf unseren inneren Krieg. Also für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, mein Name ist Dennis Mau. Ich komme aus Wernigerode, aus dem Harz und habe es da mit unserem Team geschafft, leider nur ein Mandat zu erringen. Auch wir sind ein bisschen angeschlagen, was die Manpower angeht. Wir mussten auch Verluste hinnehmen, was jetzt in Bezug auf Christine Sprenger, da angeht. Und ja, ich hoffe, dass wir mit der kommunalpolitischen Arbeit ein Zeichen in Daxen-Anhalt setzen können, dass es auch Piraten in Daxen-Anhalt gibt, die für Bürgerrechte, Transparenz und mehr Mitbestimmung sich einsetzen und dafür kämpfen. Dann nochmal einen recht herzlichen Dank an die Plakate-Creators, an Alexander Magnus und Peter Walkow. Ohne die beiden wäre es, glaube ich, nie zu so einem Erfolg gekommen. Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass es jetzt vorangeht. So, wir haben ein Ergebnis. 40 abgegebene Stimmen, davon sind 40 gültig. Enthaltung 3, auf Markus entfielen 10 Stimmen, auf René 33. Du bist damit gewählt, nimmst du an. Dann geht es jetzt gleich weiter. Die Kandidatenliste ist eröffnet für den Schatzmeister. Genau, bisher stehen da für Ernst Romosa als Vorschlag ist bisher, falls es noch Kandidaten gibt oder andere Vorschläge, bitte bei mir melden. Ansonsten schließe ich dann die Kandidatenliste. Dann geht es jetzt gleich weiter. Gut, da sich bis jetzt niemand weiteres bei mir gemeldet hat und Ernst auch den Vorschlag als Schatzmeister zu kandidieren annimmt, bedarf es keiner Auslosung und Ernst kann sich somit sofort vorstellen. Hallo Versammlung, mein Name ist Ernst Romosa, bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Ja, habe drei Kinder. Ja, relativ. Bin gewählt worden in den Gemeinderat Ausleben und habe jetzt so langsam ein bisschen geschnuppert in Bezug auf Kommunalpolitik. Bin bei den Piraten seit eineinhalb, knapp zwei Jahren, war Mitgründungsmitglied vom Kreisverband Börde, bin Betriebswirt und Bautechniker, arbeite im sachbeständigen Bereich für Wert und Schäden an Gebäuden und würde mich jetzt bereit erklären, die Qual des Schatzmeisters zu übernehmen, wobei ich da auch einige Zweifel habe in Bezug auf die Buchhaltung, wie sie geführt ist, ohne Einblick zu haben, nur einfach dahingehend, dass die Kassenbücher seit 9. letzten Jahres nicht mehr weitergeführt sind. Zumindest das, was im Wiki steht, da ist September, also nach der Bundestagswahl war Schluss und ich habe mir bedenkt, was muss man da nachholen, wo fehlt es und das ist es. Ihr dürft Fragen stellen. Gut, noch kleiner Frau Malfusch, ich schließe hier mit die Kandidatenliste, was ich gerade eben vergessen habe. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Nee? Ah, danke schön. Und zwar kannst du dir eventuell vorstellen, dass das Amt des Schatzmeisters, der Schatzmeisterin, ein so umfängliches ist, dass man ohne Hilfe ein im Wiki geführtes Kassenbuch eventuell nicht weiterführen kann, weil einfach zu viel Arbeit anfällt? Ich kann mir vieles vorstellen, aber wir haben uns Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, wir müssen im Endeffekt zumindest die Basis darüber informieren, was Sache ist. Und wenn das Zugängigkeit macht, von irgendeinem Kontobericht oder ein Auszug als PDF. Wie fit bist du online? Wie fit bist du online? Kannst du mit Mumble umgehen? Kannst du da reden? Kannst du da nicht reden? Ich habe am Anfang etwas mehr und dann habe ich mich eine Zeit lang zurückgezogen. Ja, ich bin im Mumble, wenn mich Sachen interessieren oder wenn ein Termin vereinbart ist und so bin ich in der Regel da. Ich habe mit Liquid einige Schwierigkeiten gehabt. Geht inzwischen. Was ich mir noch nicht angeeignet habe, ist Wiki. Also ein Kassenbuch ins Wiki stellen wird für mich wahrscheinlich sogar schwieriger werden. Kommst du mit Online-Banking klar? Ja. Ja, das war die andere Frage. Kennst du dich mit Buchungssystemen aus? Ja, ich bin Betriebswirt und kenne einige Buchungssätze, kenne Bilanzen, brauche Zeit, um mich in die Sachen einzuarbeiten, ganz klar. Kann Analysen erstellen, und insoweit ja. Was ich nicht kenne, ist dieses Buch, also das System Sage, sagt mir nichts. Und wie gesagt, in der Hinsicht, und Parteienfinanzierung ist für mich eigentlich auch von der Sache her ein Fremdwort, aber wie gesagt, man muss sich halt da reinarbeiten und dann sieht man es. Außerdem ist mir von mehreren Seiten Hilfe angeboten worden und die werde ich dankbar annehmen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, dann ist die Redner es beendet. Ernst, du konntest dich gut vorstellen, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Gut, dann passt das. Dann übergebe ich mal wieder. Gut, es gibt nur Ernst als Kandidaten. Wenn ihr Ernst wählen wollt, dann das Feld 1, da wo neben dem 1 das Ja steht. Falls ihr nicht wählen wollt, die 2, ihr könnt euch auch enthalten. Gibt es Fragen hierzu? Gut. Wir benutzen Stimmzettel Nummer 3, frisch gekauftes Weihnachtsmannanzugsrot. Bitte so falten, dass man den Stimmzettel sieht, welche Nummer er hat. Und ich bitte meine Wahlhelfer hiermit erstmal, ich bitte meine Wahlhelfer, die Urne vorzuzeigen. Wunderbar. Dann bitte ich meine Wahlhelfer, sich bereit zu halten. Wir haben es gesehen, dass die Wahlurne leer ist. Ja, bitte wieder zusammenfalten. Und hiermit eröffne ich um 15.34 Uhr die Wahl zum Schatzmeister. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis. Es gab sechs Enthaltungen. Keine Nein-Stimme. 32 Ja-Stimmen auf Ernst. Ernst, du bist gewählt. Nimmst du an? Wer wird jetzt gewählt? Dann bitte jetzt, wer als Genseck kandidieren möchte. Bisher habe ich nur einen Vorschlag. Nämlich Max Mischor. Falls noch jemand kandidieren möchte, bitte sich bei mir melden. Vielen Dank. 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 die dort ein bisschen auf dem Tisch liegen, im Sinne von, dass die Beschlüsse auch alle online gestellt werden, etc., was für uns selbstverständlich ist, oder die Abstimmungsergebnisse, da war die Argumentation, das sei technisch nicht machbar. Innerhalb von 14 Tagen die Abstimmungsergebnisse online zu stellen, das fand ich dann sehr interessant, das wurde an die Verwaltung verwiesen und ich bin immer auf die Argumentation gespannt, was die Begründung wäre, dass das nicht geht. Wie gesagt, ich biete euch an, wer Bock hat, Lokalpolitik zu machen, ich brauche natürlich Unterstützung, oder wir als Fraktion brauchen Unterstützung, ich werde jetzt schön viele weitere Anträge machen, also Freifunk und Jugendarbeit, etc., und wenn da jemand noch mehr Sachverstand hat als ich und mitarbeiten möchte, kann er sich gern bei mir melden, das wäre super, danke, und Fragen natürlich auch. Fragen, Anmerkungen? Niemand? Keine Fragen, danke schön für diesen Vortrag und wir haben ein Ergebnis und dafür gebe ich wieder an unseren Wahlleiter. Wir haben 41 abgegebene Stimmen, davon sind gültig 41. Enthalten haben sich zwei Elf Nein-Stimmen und 28 Ja-Stimmen. Max ist damit gewählt. Wo ist er? Max, nimmst du an? Ja. So, damit haben wir eigentlich die Pflichtposte durchgewählt, dann kommen wir jetzt zur Wahl der Beisitzer, hier laut Satzung dürft ihr bis zu fünf Beisitzer gewählt werden, die Versammlung kann natürlich bestimmen, wie viele Beisitzer sie wählen möchte und deshalb die Frage an die Versammlung nach den Beisitzer. Ich mache das jetzt hintereinander, absteigend, immer erstmal in Approval und am Schluss stimmen wir dann über den Meisten bzw. über die Zweitmeisten nochmal ab, wie vorher bei konkurrierenden Anträgen oder so irgendwas, in derselben Form. Deshalb frage ich jetzt, A, für das Protokoll, wer oder bzw. möchte die Versammlung fünf Beisitzer wählen? Oder, A? Wer über das Wort damit, das kann man auch machen. Genau, ich wollte gerade sagen, also so wie du es erklärt hast, ist das bei den letzten mindestens zwei, drei Landesparteitagen nicht gemacht worden, sondern alle, die übers Quorum gekommen sind, wurden als Beisitzer gewählt. Gut, das können wir gerne machen. Dann ist aber, wenn ich das so gemacht habe, die Frage, also wenn keiner das Quorum, dann gibt es keinen Beisitzer. Das ist der Versammlung bewusst. Okay, dann können wir das durchaus so machen. Gut, in dem Fall können wir uns das ersparen. Ganz einfache Frage, da das jetzt strittig war. Eine Frage, hat die Versammlung, also Meinungsbild hat die Versammlung jetzt diese Vorgehensweise verstanden? Wer meint, dass es verstanden hat? Der Ja, als Meinungsbild. Gut, ich gebe mir wieder selber bekannt, das war fast nur positiv. Also Ja, und dann übergebe ich in dem Fall an den Wahlleiter. Mike, Holger und Markus kannst du schon aufschreiben für die Auslosung. Wunderbar. So, wir haben bisher drei Kandidaten. Das sind Mike Sandmüller, Markus Hünninger und Holger Dragon, der in Abwesenheit von Thomas Pfeffer vorgestellt wird. Außerdem wurde vorgeschlagen Anne Funke und Nico Tate als Vorschlag. Ihr könnt noch vorschlagen, ja. Gut, ich kann schon bei der anderen Seite nicht so. Ja, habe ich schon alles, ist schon weg. Ja, die haben sich ja gerade selber abgelehnt. Die waren schon nicht. Okay, also vorgeschlagen worden bis jetzt Anne Funke, Nico Tate, Roman Ladig, die alle abgelehnt haben. Vorgeschlagen wurde ebenfalls noch Torsten Tominski. Wo ist der? Möchtest du kandidieren? Gut. Gibt es noch weitere Kandidaten oder Vorschläge? Gut, dann schließe ich die Kandidatenliste in 3, 2, 1. Gut, dann schließe ich die Kandidaten. 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 So, wir haben ausgelost. Zuerst kann sich Markus vorstellen, danach Holger, danach Mike und danach Thorsten, dass ihr euch bitte entsprechend bereit haltet. Und damit bitte ich gleich mal Markus an das Mikrofon. Nummer eins ist Markus. Nummer zwei ist Holger. Der wird vorgestellt, Proxy ist Thomas Pfeffer, weil der ist heute nicht da. Holger, Trago. Dann Mike Sandmüller und als letztes Thorsten Tuminski. So, jetzt sind wir ganz böse. Bevor heute etwas ruhiger wird in der Versammlung, machen wir einfach nicht weiter. Weil wir lassen auch noch unseren Protokollant, beziehungsweise unseren Beamer-Bediener etwas Zeit, die Namen da aufleuchten zu lassen. Und jetzt könnt ihr die ganz stillschweigend alle schön durchlassen. Das zeigt, dass dann Ruhe ist und dann fangen wir mit der ersten Vorstellung an. Dankeschön. Gut. Dreimal erster. Ich belästige euch nicht weiter. Wenn Fragen sind, dann nochmal schnell her damit. So Markus, ich hatte eine Frage und zwar habe ich dich bis jetzt immer als sehr provokant und polarisierend erlebt. Besonders bei einem Stammtisch, hast du Roman glaube ich als hinterfotzig bezeichnet. Einfach so aus dem Nichts heraus für mich war das gewesen. Genau, das ist aber nur für dich gewesen. Ich frage mich, lass mich mal bitte ausreden. Ich frage mich, wird es weiter so sein oder wirst du da dein Verhalten ändern? Gegenüber Personen, die sozusagen sich hinstellen und vorher was mit abstimmen, dann ist eine Mehrheit entstanden. Selbst wenn es nur eine Stimme ist und hinterher behaupten, das wäre nicht mehr so. Und ansonsten auch immer scheinheilig und bigott daherkommen, da bleibe ich dabei. Das sind hinterfotzige Leute. Ja, was sind deine Ziele? Naja, ich wiederhole mich jetzt vorhin. Also es geht darum, die Landesverbandsarbeit zu aktivieren, was ich jetzt eigentlich mit Andrea und Ernst gut sehe. Und ich will einfach meinen Schärflein dazu beitragen. Also ich möchte aufhören zu kritisieren, weil ich jetzt in der Verpflichtung stehe, das nur mit zu ändern, was ich kritisiere. Welche persönlichen Konsequenzen ziehst du aus deinem Abschnitt bei der Kommunalwahl in Halle? Keine. Ich bin ja massiv behindert worden von Ihnen ja auch. Die anderen Kandidaten können sich auch gleich mal auf die Frage vorbereiten. Meine Provokationsfrage für heute. Wann hast du dich das letzte Mal für einen Fehler entschuldigt? Vorhin. Stimmt's, Luise? Ich muss immer so hoch. Warte, ich helfe dir. Pass auf, so, jetzt. Selbst ist die Frau hier. Pass auf, Markus, hier wird ja sehr viel vorgeworfen, was die Wesen ist und so weiter und so weiter. Mein Standpunkt ist ja nun, wir sollten mal langsam aufhören mit den alten Geschichten und nach vorne gehen. Siehst du dich, und jetzt mal eine ganz klare und ehrliche Antwort, in der Lage, ich weiß ja, dass du wirklich auch immer so extrem Klartextmensch bist und manchmal dann auch ein bisschen zu dolle Klartext. Und jetzt eine klare Frage. Siehst du dich selber persönlich in der Lage, wenn es jetzt hier heute zu einem Neuanfang kommt? Absolut. Auch, dass du diesen machst. Ja. Ja. Also, ich kann ja nicht, also ich lege das Maß ja an mir an, wenn ich also sage, ich kann mit jedem zusammenarbeiten, ohne mit dem befreundet zu sein, weil es unseren Zielen dient, dann... Ja, auch mit dir kann ich das. Du musst bloß deine Bigotterie weglassen, dann ist alles gut. Du kannst ein Dreivierteljahr nicht da sein und zur Wahl auftauchen. Das ist das, was blöd ist, was hier völlig verpönt ist. Wenn ich das aber mache und mich immer zur Wahl stelle, bin ich hier der Oberhirn nie. Ja. Okay. Ich sehe einen Antrag, einen Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es formelle Gegenrede? Eine formelle Gegenrede. Und dann die Frage an die Versammlung. Möchten wir die Rednerliste schließen? Dann bitte die Dafür-Karte, die blaue Stimmkarte. Und wer dagegen ist, die Dagegenkarte. Ich sehe bei zwei Dagegenstimmen, große Mehrheit, die Rednerliste ist geschlossen. Bevor wir sie schließen, wenn noch Fragen sind, der Kandidat ist zwar schon weggelaufen, aber... Wenn noch Fragen sind, dann jetzt zum Redemikrofon oder es ist zu... Gut, damit ist die Rednerliste geschlossen. Dann kommen wir zum zweiten Kandidaten, Holger Dragon, der als Proxy, der heute nicht selber anwesend sein kann, von Thomas Pfeffer vertreten wird. Hallo, also ich trete heute nicht zur Wahl an, sondern der Holger. Der Holger kann leider nicht, weil er einen Trauerfall in der Familie hatte und bitte das zu entschuldigen, aber er wäre sehr gerne hier gewesen. Also der Holger, der ist 57 Jahre alt und ein Diplomwirt. Er hat zwei Kinder und ist seit 2012 Priorat. Im Bördekreis war er bei den letzten Wahlen verantwortlich für die Koordination. Er hat bei der Bundestagswahl die Andrea schön nach vorn gepusht, die dann ein sehr tolles Ergebnis erreicht hatte. Und jetzt zum Wahlkampf für die kommunalen Parlamente war er auch sehr engagiert und hat da uns sehr unterstützt. Auch auf dem Straßenwahlkampf war er immer mit dabei. Und die Kommunalwahl haben wir natürlich auch erfolgreich abgeschlossen mit unseren Mandaten, die wir erreicht haben. Er möchte, wenn er in den Vorstand gewählt wird, die Arbeit der Piraten auf Landesebene besser strukturieren und die grundlegenden Themen wieder für die Bürger verständlich machen. Und so transportieren, dass die Bürger die verstehen und unsere Anliegen verstehen. Er wendet sich aber gegen spontane und nicht abgestimmte Aktionen, die den Piraten mehr schaden als nutzen und die Akzeptanz unter der Bevölkerung sinken lassen. Er würde gerne seine Erfahrungen, die er hat, in den Landesvorstand einbringen und dort ab kommendem Jahr dann die Landtagswahl, die 2016 stattfindet, vorbereiten und unterstützen und da eben die Erfahrungen aus den anderen Wahlkämpfen mit einbringen, so dass wir möglichst bestes Ergebnis auf der Landestagswahl erreichen können. Ich persönlich habe Holger als immer sehr engagierten Piraten kennengelernt. Er hat mich auf dem Straßenwahlkampf sehr gut unterstützt, war bei Infotischen immer mit dabei. Er pusht die Leute, er bringt die Leute nach vorne, er motiviert die Leute und ich finde, als Beisitzer hat er eine Chance verdient, auch das auf Landesebene zu machen. Danke. Gibt es Fragen an den Proxy? Ist jetzt natürlich schwierig, aber ich muss meine Frage jedem stellen. Also frage ich es mal so, kannst du dich als Proxy an ein Ereignis erinnern, an dem sich der Kandidat für einen Fehler entschuldigt hat? Mein Gedächtnis ist nicht allzu gut, aber ich denke, ich kann mich da dunkel daran erinnern, dass er auch sicherlich seine Fehler einsteht. Ich denke, jeder macht Fehler und Holger ist der Typ, der ja auch die Fehler einsieht und sich dafür dann natürlich auch entschuldigt, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Gut, da scheinbar keine weiteren Fragen sind, denn Schließung der Rednerliste, gibt es da Gegerede? Formell? Nein? Dann schließen wir in diesem Fall die Rednerliste und kommen zum nächsten Kandidat. Also, als Frage konntest du als Proxy Holger genug genügend vorstellen? Ist mit Ja beantwortet. Dann Mike Sandmüller als nächster Kandidat. Du hast das Wort. Hallo, ich bin der Mike. Was im Internet so steht unter dem Pseudonym Jud, das ist auch von mir in die Tastatur geheimert worden. Falls jetzt jemand noch nicht weiß, wer ich bin, dann sollte er mich dann auch besser nicht wählen, weil ich sage wirklich, es war jetzt lange genug Zeit. Ich glaube, ich bin auch recht auffällig und man kann mich mitbekommen. Wer mich kennt, kann mich wählen. Wer mich nicht kennt, lässt es einfach sein. Das finde ich besser. Wir haben so Buttons, steht drauf, denkt selbst, also macht euch ein Urteil. Ich habe jetzt hier auch keine große Bewerbungsrede vorbereitet mit, wohin wir wollen und welche Ziele und was ich alles machen will. Nee, ich möchte mir das einfach erst mal, ich stelle mich als Beisitzer zur Wahl. Ich habe vor, mir das erst mal zwei Wochen lang, sage ich mal, anzugucken. Auch gar nicht zu sagen, ich will jetzt den Plan machen und den Plan machen. Ich will jetzt mal schauen, was ist Tagesgeschäft? Wohin muss man reagieren? Wie teilt man sich die Zeit am besten ein? Ja, und ab hier gebe ich euch Zeit für Fragen. Ja, wenn du für den Beisitzer kandidierst, warum willst du deinen für den Beisitzerposten antreten, wenn du nicht weißt, was du da machen willst oder auch wie lange dabei bleiben möchtest? Ich habe schon Pläne, was man da machen könnte. Ich möchte aber vor allen Dingen erst mal schauen, was dort Tagesgeschäft ist. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit verplanen und sagen, ich habe jetzt das Riesenprojekt und das muss ich jetzt unbedingt durchziehen. Ich muss erst mal schauen, was da passiert. Ich kann ja da nicht reingehen mit Schollklappen, nur auf ein Projekt von mir konzentriert und vernachlässiges Tagesgeschäft. Erst mal schauen, was da kommt. Ich kenne die Arbeit nicht. Ich habe viel zu der Arbeit immer mal nachgefragt, teilweise auch kritisiert, also fast sogar mehr kritisiert. Aber ich möchte halt einfach mal wissen, wie das geht. Und da kann ich jetzt nicht reingehen mit ich habe das und das vor. Überraschung. Wann hast du dich das letzte Mal für einen Fehler entschuldigt? Gestern. Es war kurz nach fünf. Wirklich? Wirklich? Ja, wirklich. Jetzt habe ich meine Frage. Mike, welche persönlichen Eigenschaften, deine persönlichen Eigenschaften qualifizieren dich denn als Beisitzer im Landesverband? Da fallen mir tatsächlich keine ein, weil ich habe ja gesagt, ich habe jetzt auch keine Bewerbungsrede, wie super toll ich bin und was ich da machen könnte. Ich überlasse das eher, so mein Eigenbild ist, glaube ich, immer ein bisschen fehlerhaft bei jedem und ich überlasse das eher dem Bild, was andere von mir haben, ob ich da jetzt für den Posten geeignet bin oder nicht oder ob ich da was mit einbringe. Hallo Mike. Du hast ja gesagt, du hast rein theoretische Pläne, aber du möchtest das jetzt halt noch nicht sagen, weil du dir das anschauen möchtest, wie es im Landesvorstand läuft. Findest du nicht, dass das ein bisschen ist, als würde man wie die Katze im Sack kaufen, wenn man dich jetzt wählt und dann in zwei Wochen packst du irgendwelche Projekte aus und dann stellen die Leute fest, das wollen wir gar nicht, was weiß ich, du sagst ja nicht, ich will die Vorherrschaft im Landesverband an mich reißen, ist denn dein neues Projekt. Also von daher würde ich schon gerne wissen, was du so siehst an Dingen, die du machen möchtest im Landesvorstand. Also sonst weiß ich ja halt nicht, warum man dich wählen soll. Also ich hatte ja dazu auch einige Sachen im Wiki schon eingetragen, die ich halt jetzt nicht so vortrage. Also was für mich wichtig ist, schon eine ganze Weile ist halt das Thema Konzentration, also nicht so zerfledern auf unterschiedlichste Kommunikationsebenen, auf unterschiedlichste Themen, sondern wirklich konzentriert herangehen an viele Sachen. Zum Beispiel, ich habe seit Februar, nutze ich meinen Twitter-Account nicht mehr. Ich habe das weggelöscht, das ist für mich überflüssig, das bringt nichts. Das wäre so ein Thema, wo ich sage, da konzentriert sich ja was. Das nächste, was ich auch, ich stand auch im Wiki, also ich möchte mehr die Leute an die Hand nehmen und gucken, wo sind denn die Mitglieder, wo sind die Offliner, wo gibt es Möglichkeiten, die noch ein bisschen zu schulen. Ich hatte das auch schon angesprochen, Thema Mailing-Liste. Ich bin eher dafür, die Leute in ihrer Medienkompetenz zu schulen, anstatt den Leuten vorzuschreiben, was sie lesen dürfen und was nicht. Das soll schon jeder selber entscheiden. Da muss man die Leute an die Hand nehmen. Wir haben ziemlich viele Leute, die doch ein Stückchen weiter weg sind, die nicht den ganzen Tag 24-7 im Internet sind, die trotzdem mitmachen wollen. Ich möchte gewisse Hürden wieder senken. Ich finde das ziemlich schlimm, dass wir hier echt ein Problem haben, einen Schatzmeister zu finden, einfach weil es diese Sage-Geschichten gibt, weil das ziemlich verstrickt, verkompliziert ist. Sowas würde ich gerne mal wieder ein bisschen rausnehmen. Mike, bitte. Hallo Mike. Kannst du nochmal kurz deinen Werdegang beschreiben, was sich jetzt qualifiziert als für jemanden im Vorstand und wie viel Zeitaufwand du quasi bereitstellen könntest in der Woche oder so für die Landesvorstandsarbeit? Zeit hatte ich auch angegeben. Okay, ich muss jetzt leider ziemlich häufig aufs Wiki verweisen. Da hatte ich ja schon reingeschrieben, 10 bis 15 Stunden die Woche kann ich mir vorstellen. Ich arbeite im Wesentlichen am Computer, also ich kann da ziemlich viel wegschaffen. Wo ich zeitlich ein Problem habe, ist zum Beispiel Montagabend immer pünktlich bei diesen Sitzungen zu sein. Ich habe zwei kleine Kinder, da gibt es für mich zeitliche Probleme. Aber als Internetpartei sollte man auch asynchron arbeiten können, dass das nicht unbedingt alles nochmal in der gleichen Zeit sein muss. Ja, 10 bis 15 Stunden kann ich aufbringen. Reicht das? Als Verfechter einer freien Mailingliste würde ich dich gerne fragen, wie positionierst du dich zum Orgas-Streik und wie hättest du gehandelt, wenn du im Vorstand gewesen wärst? Halt, bevor du antwortest noch. Man antragt auf Schließung der Rednerliste. Formelle Gegenrede? Ja, zweimal formelle Gegenrede. Also die Frage an die Versammlung, soll die Rednerliste geschlossen werden? Dann die blaue Karte, wenn nicht die gelbe Karte. Also ich sehe eine deutliche Mehrheit für Schließung der Rednerliste. Damit wird die Rednerliste geschlossen. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, sich anzustellen. Jeder, der noch Fragen stellt, möchte, möge sich denn jetzt an die Rednerliste begeben. An die Schlange. 3, 2, 1. Damit ist die Rednerliste geschlossen. Und Mike hat jetzt seine Antwort. Du wolltest jetzt wissen, was ich von dem Orgasstreik halte. Also ich kann es nachvollziehen, was da passiert ist, dass da ein paar Leute dann diesen Schritt gegangen sind. Gut finde ich es auch nicht. jetzt hart gesagt, lustig fand ich schon fast, wie alle mit einmal innerhalb dieser 24 Stunden arbeiten wollten. Was machst du beruflich? Das ist ziemlich wild durcheinander. Also ich habe studiert, ein Magister auf Erziehungswissenschaften, Psychologie, Rechtswissenschaften, Religionswissenschaft. Ich habe zehn Jahre lang freiberuflich als Musiker, Discjockey-Produzenten sowas gearbeitet. Jetzt geht das nicht mehr wegen zwei kleinen Kindern. Mache ich jetzt gerade eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Ja, ein bisschen mehr persönliche Frage. Würdest du noch mal bei dir zu Hause ein paar Leute aufnehmen wollen, so übers Wochenende oder nicht? Ja. Also soll ich da mal noch näher drauf eingehen? Weil das kann auch gleich ein offenes Angebot sein. Wir hatten, ich wohne nun mal auf dieser alten Burg. Ich habe da eine ziemlich große Kirche, wo auch ein Studio und sowas drin ist. Ein paar Leute waren ja schon mal da. Wir hatten dort schon mal ein Bildungssymposium veranstaltet. Der Lenster war auch da. Es war eine recht arbeitsintensive Atmosphäre. Und momentan, also ich ziehe zwar gerade um, aber behalte ich diese Räumlichkeiten noch da oben. Und ja, ich kann die wieder zur Verfügung stellen für so ein Symposium oder so ein Treffen. Also man kann sich da mal wirklich in die Pampa begeben, abschalten, viel Natur und dort versuchen intensiv zu arbeiten. So, damit ist die Redner und die Liste erschöpft. Frage an dich, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja. Danke. Und dann der nächste Bewerber, Thorsten Tominski. Ich bitte die Versammlung noch mal etwas Ruhe zu bewahren. Das ist jetzt der letzte Bewerber. Das wird er noch aushalten. Und ihr solltet alle die gleiche Chance geben. Danke. Also ich kandidiere zwei Sitzer, weil ich sehe, der Vorstand hat Dienstleister zu sein für die Basis. Das wurde die letzten Jahre nicht angegangen, sowas. Ich habe es auch niedergeschrieben, dass in Vorstandssitzungen die Basis, die anwesend ist, dass da ein Meinungsbild eingeholt wird, dass der Vorstand sich daran noch mal orientieren kann. Ja, ich stehe für Dezentralisierung. Also jede Region soll auch für sich verantwortlich sein, ohne dass da irgendwie vom Vorstand, sagen wir mal, knüppelvolle Bände geschmissen werden, wie wir das auch hatten. Zum Beispiel mit Dessau, mit der AV. Also zumindest war das so das Problem. Wie gesagt, ich möchte als Dienstleister operieren. Ich bin das auch in Wittenberg gewohnt. Ich habe da auch schon viel gemacht. Wahlkampf, selber Kandidat, haben es ja nicht geschafft. Ja, das war es eigentlich. Gut. Sind Fragen an den Kandidaten? Dann bitte jetzt zum Frage. Dann Zwischenruf, Moment mit der ersten Frage. Dahinter kommt ein GO-Antrag. Ich sehe jemanden, Winke. Ah, du hattest eine Frage. Das war eine Frage, Winke. Gut. Dann darf ich jetzt Frage. So, jetzt kann ich nicht stoppen, aber ist auch egal. Also Thorsten, du hast gerade von Dezentralisierung geredet. Ruhe. So. Danke. Du hast gerade von Dezentralisierung geredet. Vorhin hast du aber gemeint, dass der Vorstand sich nicht um die Region gekümmert hat. Also, dass er die aussterben lassen hat. Wie vereinbarst du das miteinander? Ich meine, Dezentral bedeutet ja, die müssen sich selber kümmern. Ja, das hatte ich ja vorhin in der Diskussionsrunde, hatte ich das ja angesprochen. Dass halt nicht mehr kommt, da wollen irgendwo fünf Leute einen Kreisverband gründen, wir haben das nur mitbekommen. Es ist nicht gut. Also da, wo die Kreisverbände sind, die sollten ja auch kaputt geschlagen werden zum Teil und die haben es überlebt und die laufen. Ganz einfach. Dass der Vorstand einfach nicht sagt, ach, hier ist nicht nur drei Leute, fünf Leute. Also wie gesagt, dann lass dich einfach den Kreisverband gründen. Wenn es daneben geht, geht es halt daneben. Also der Versuch muss einfach gestartet werden. Okay, hallo Thorsten. Einleitend muss ich erstmal fragen, ich möchte eine Frage zu einer Initiative von dir im Landesliquid stellen. Da wir da Datenschutzbestimmungen haben, muss ich dich fragen, irgendwie darf ich da dein Pseudonym quasi auflösen, was du im Landesliquid hast. Das ist wahrscheinlich, ich bin auf dem Ort. Naja, ich will eine Frage zu einer Initiative von dir im Landesliquid stellen. Aufgrund der Datenschutzbestimmung muss ich dich jetzt fragen, ob ich dein Pseudonym auflösen darf. Mein Pseudonym sollst du auflösen? Ja, also wenn ich jetzt sage, du hast die Initiative erstellt, ist ja klar, du bist das. Aber da ja das Landesliquid zur Zeit mit Pseudonym funktioniert, muss ich dich aufgrund der Datenschutzbestimmung des Landesliquid fragen, ob ich das darf. Also mich outen, wer ich da bin. Achso, ja, kannst du machen. Okay, gut. Also du hattest da eine, also als Beisitzer, bist du noch mal vom Landesvorstand? Da muss ich noch mal kurz sagen, ich war mal hoppla die Poltern, das hatte irgendjemand, hat das gefegt, das fand ich gar nicht gut, hat er meine Liquid in die Synonymitäte, hat das genutzt, um im Forum damit rumzudollen, also das war ich auf keinen Fall. Okay, aber Liquid heißt so hoppla. ja, gut. Deswegen die Frage, als Beisitzer repräsentierst du ja auch mit den Landesverband mit und damit auch die programmatische Ausrichtung. im Landesliquid hattest du eine Initiative zur Löschung des Programmpunktes aus dem laufenden Wahlprogramm zur Unterstützung der geschlechtlichen Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit im laufenden Wahlprogramm des Landesverbandes. Der wurde halt größtenteils, also klar abgelehnt. Ich möchte gerne von dir wissen, wie du halt dazu stehst, allgemein zur Geschlechtergerechtigkeit in unserem Wahlprogramm. Kommt ein Schluss zum Ende. Ja, ich denke mal, das hatte ich auch begründet, weil ich darin halt gesehen habe in diesem Antrag, es wurde auch mal irgendwo diskutiert und ich habe keine Antwort bekommen, dass man halt, dass das dann die Toleranz so weit geht, dass ich als Menschen ein Tier heiraten kann oder Pädophilie, habe ich auch rausgelesen, halt als sexuelle Orientierung anerkannt wird. Ganz einfach. Und das finde ich nicht gut und das wurde ja nachher nochmal vom Motzer nochmal neu erklärt. Aber ich sehe das halt immer noch so, dass dieser Antrag ziemlich krass ist, weil es nicht, ich habe ja eigentlich nicht gesagt gelöschen, sondern explizit ausgeschlossen wird, bestimmte Sachen, dass man die einfach mit einbringt. Wann hast du dich zuletzt bei jemandem wegen einem Fehler entschuldigt? Das war nach der Kommunikation, Nationalwahl in Wittenberg. Da habe ich mich bei dem anderen Kandidaten entschuldigt, weil ich darauf gedrängt hatte, dass wir Themen statt Köpfe nehmen, weil wir bloß zwei Kandidaten waren. Das hat leider nicht funktioniert. Die Leute wählen halt Köpfe, keine Themen und da habe ich gesagt, nehme ich auf meine Kappe. Du warst ja Moderator. Wie viel Zeit hast du denn etwa für die Moderationsstätigkeit eingebracht? Als Moderator war ich glaube ich der aktivste Moderator, der sich fast jeden Antrag angenommen hat und musste die anderen noch drängeln, dass sie mal gehen. Ich schätze mal, es kam mal drauf an, wie viele Anträge gestellt worden sind. Da war vielleicht drei Stunden, vier Stunden, mehr war das nicht. Hallo Thorsten, kannst du bitte erklären, was dich qualifiziert für den Landesvorstand, wie viel Zeit du hast und was für ein Ziel du umsetzen möchtest? Ziele? Also Zeit hätte ich circa 20 Stunden locker, eventuell noch ein bisschen drüber. Ich stehe früh um vier Uhr auf, komme um zwei Uhr nach Hause, mache ich eine Stunde Mittag schlafen und dann habe ich eigentlich Zeit. Die Ziele jetzt als Landesvorstand meinst du, als Beisitzer, das habe ich ja eigentlich schon gesagt. Wir haben 2016 eine Wahl und da müssen irgendwo die Regionen wiederbelebt werden oder die, die einfach tot sind. Wir haben ein Problem. Halle, Magdeburg, das sind eigentlich die Zentren, wo wir zur Landtagswahl die Stimmen holen müssen. Wir brauchen nicht groß auf das Land, da sind zu wenig Leute und die sind sehr konservativ. Da müssen einfach die Stimmen gezogen werden und ich sehe einfach auch nicht, dass in Magdeburg viel los ist oder in Halle hat sich wohl jetzt auch relativ zerschlagen. Da müssen wir irgendwo ansetzen. Und es ist auch wichtig, neue Mitglieder zu integrieren und dass wir Ansprechpartner haben in der Region, dass das jetzt endlich mal irgendwie noch mal probiert wird. Ich glaube, wir hatten das schon mal probiert mit Piratenlotsen, das hat halt nicht funktioniert. Aber dass der Vorstand jemand einen Ansprechpartner in der Region hat und sagt, pass auf, wir sind zwei neue Mitglieder und wir geben dir jetzt die Auftragung, kümmere dich bitte um den, den laden ein oder sonst irgendwas. Zum Ende bitte. Achso, okay. Danke. Halt, wir haben noch einen Geoantrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da für formelle G-Geräte? Ich sehe eine formelle G-Geräte, dann stimmen wir darüber ab. Wer dafür ist, die Rednerliste zu schließen, der bitte hebe die blaue Karte mit dafür. und sonst schon die gelbe. Also ich sehe große Mehrheit für Schließe der Rednerliste, dann schließen wir die Rednerliste. Wer jetzt noch Fragen stellen möchte oder noch Fragen stellen möchte, der stelle sich bitte an der Schlange an. Ich zähle drei, zwei, eins und damit ist die Rednerliste geschlossen. Es gibt noch zwei Redner beziehungsweise Fragende. Genau. Hallo. Kannst du mir bitte erklären, was du mit Zerschlagung von Kreisverbänden meinst? Weil ich war auf der Versammlung, auf der Gebietsversammlung Magdeburg dabei und da waren die Mitglieder, die sonst auch immer da sind und haben gesagt gehabt, naja, für uns erschließt sich der Mehrwert des aktuellen Kreisverbandes nicht. Und deswegen verstehe ich das nicht bei deiner Argumentation. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern. Na, von Magdeburg weiß ich eigentlich, dass es auch nicht einstimmig war, wo die Auflösung, da gab es aber auch ein bisschen Theater innen drin, intern. Ich weiß es nicht, also es wurde damals massiv versucht, gut, das war auch Johannes Paul, kennen wir ja noch ein paar, also Regionalverband, da war schon eine komische Kiste da mit den Leuten, aber der wurde halt trotzdem versucht halt auch kaputt zu machen. Also es wurden halt viele Versuche und ich habe das halt auch aus der Bürde gehört von jemandem, dass da der halbe Vorstand angereist ist und blöde Fragen eigentlich gestellt hat, die nichts damit zu tun haben, nur um das Ding irgendwie versuchen zu verhindern. Oder Burgenlandkreis, Saalekreis war dann damals auch so, mit dem, das war ja nicht Regionalverband, das war, war das ja Regional? Achso, ja genau. Und das Ding wurde ja dann auch gecancelt. Okay, wir hatten damals die übelsten Probleme mit komischen Leuten, die zu uns gekommen sind, da wusste man nicht genau, wer das ist, aber wir müssen einfach davon wieder zurück. Bevor die nächste Frage gestellt wird, das ist schon noch eine Frage, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen jetzt noch einmal ruhig verhalten, damit die Chancengleichheit gewährt ist. Es dauert immer lang, dann kommen wir auch zur Wahl. Letzte Frage, letzte Antwort. Ich bitte euch noch ein bisschen um ein bisschen Disziplin. Danke. Auf der Mailing-Liste hat man von dir häufig Beleidigungen gesehen oder auch mal Nazi-Vergleiche oder dass halt Leute verspottet werden. Inwiefern ist das halt kompatibel mit einem Vorstandsamt? Wird sich daran was ändern, gerade wenn du Leute motivieren möchtest? Also als Moderator habe ich mich ja auch recht zurückgehalten und es ist halt das, wenn sich Frust aufbaut, innerpolitischer, ja wo soll ich denn loswerden? Ich kann nicht meine Freunde verbrügeln oder mein Kind anschreien. Dann sind das irgendwo Leute aus dieser Partei, wo ich einfach nicht mit einverstanden bin und deshalb gebe ich das auch raus. Andere fangen vielleicht an mit Alkohol trinken oder was weiß ich ja. Neben Christel, keine Ahnung. Aber da wo der Frust für mich entsteht, muss ich ihn auch einfach ablassen. Achso und zu dem Nazi-Vergleich möchte ich nochmal sagen, ich weiß gar nicht, was das soll. Also da kam jemand mit einer wirklich sinnlosen Verschwörungstheorie und zwar sollte diese Marina Weissmann, die ja jüdisch ist, religiös, die Faschisten in der Ukraine unterstützen in den deutschen Medien. Und da habe ich schon am Anfang geschrieben, das ist der größte Scheiß, den ich je gelesen habe und habe einfach mal aus einem Zug einfach mal mit einer Verschwörungstheorie dagegen gesetzt. Also das war Satire. Und dass ich mir dann immer vorschreiben lassen muss, das ist keine Satire. Entschuldigung, wenn man Satire einfach nicht versteht, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Und ich habe das mehrmals erklärt, aber das will ja nicht verstanden werden. Das ist das Problem. Danke. Damit Frage an dich, hast du genügend Zeit, dich vorzustellen? Ja, und ich wollte noch mal sagen, ist jetzt bloß mal, wir haben nicht elf Mandatsträger, wir haben 14 Mandatsträger, 15, es gibt im Bogenlandkreis noch vier Piratenparteimitglieder, die mit dem Landesverband nichts zu tun haben wollen, die aber in kommunalen Ämtern drin sitzen, also die reingewählt worden sind. Gut. Die Wahlhelfer scharren schon mit der Hufe, ich übergebe an den Wahlleiter. Vielen Dank. So. Ja. Wir haben vier Kandidaten. Entsprechend der Liste Feld 1 für Markus, Feld 2 für Holger, Feld 3 für Mike und Feld 4 für Torsten. Wir nehmen Stimmzettel 5. In Staub verwelkt es Orchideenlila. Ich eröffne, ja, ein anderer, Gehontrag? Bitte Ruhe, ich verstehe kein Wort, bitte Ruhe. Bitte Ruhe. Also wenn ich jetzt an einem Kästchen kein Kreuz mache, gilt es als Nein-Stimme oder als Enthaltung für diese Person? Enthaltung? Ein abgegebener, gürtiger Stimmzettel erhöht das Quorum. Wenn du das Quorum erhöhen willst, gibst du einfach nur einen Stimmzettel ab. Punkt aus. Also, ihr könnt hier in einer Akzeptanzwahl keinen Kandidaten nicht wählen. Ihr könnt euch nur der Stimme enthalten. Ihr wählt den Kandidaten oder nicht. Und ihr könnt alle wählen, nur einen, zwei oder drei oder niemanden. Das ist der Sinn einer Akzeptanzwahl. Im Englischen Approval. Gibt es noch Fragen? Weil meine Wahlhelfer hier, die zucken schon. Die sind auf Zuckerentzug. Gut, dann eröffne ich um 16.37. Wahlgang Nummer 5. Bündnis 90, die Grünen koalieren mit der AfD. Gut, wir haben ein Ergebnis. 39 abgegebene Stimmen, davon sind alle gültig. Ich warte auf den Protokollanten, ja, immer mit der Ruhe. Alle gültig? Alle gültig. Zwei Enthaltungen? Markus hat 14 Stimmen, das Quorum nicht erreicht. Thorsten hat 17, das Quorum ebenfalls nicht erreicht. Holger hat 26 Stimmen, in Abwesenheit wurde er gewählt. Ich habe gerade telefonisch mit ihm, mir sei ein Einverständnis, dass er die Wahl annimmt. Er wurde mit 26 Stimmen gewählt und Maik mit 27 Stimmen, ebenfalls das Quorum erreicht, gewählt. Wo ist er? Nimmst du die Wahl an? Gut. Damit sind die Vorstandswahlen durch. Wir brauchen noch ein bisschen Aufmerksamkeit, weil wir haben noch, wir müssen noch zwei Wahlen, beziehungsweise eine Abstimmung und eine Wahl durch. Auf jeden Fall. Hier noch durchbringen. Das erste ist, wir müssen wieder Rechnungsprüfer bestimmen. Da ist die Frage, als erstes, die Rechnungsprüfer können in offener Wahl, also durch Abstimmung gewählt werden, Frage an die Versammlung, möchtet ihr die Rechnungsprüfer in offener Wahl wählen? Dann bitte jetzt die blaue Karte für Zustimmung, die gelbe Karte für Ablehnung. Ich sehe nur blaue Karte, somit ist für offene Abstimmung und dann die Frage, wer möchte sich als Rechnungsprüfer zur Verfügung stellen, beziehungsweise kandidieren oder gibt es Vorschläge, denn diese Vorschläge jetzt bitte einreichen oder die entsprechenden Leute sich melden. Könnt ihr auch per Handzeichen machen, dann ist es vielleicht schneller und einfacher. Du möchtest? Ein Wahlaufruf machen. Kleiner Hinweis, Volker kandidiert nicht mehr. Ich möchte es eigentlich auch nicht machen, ich werde es machen, aber ich werde wahrscheinlich selbst demnächst Geld beantragen, als wenn sich noch zwei andere melden würden, wäre das sehr in Ordnung. Einen brauchen wir auf alle Fälle noch. Gut, also mehr. Noch jemand, bitte. Ist ein toller Job, ihr habt nur einmal alle paar Monate was zu tun, ihr könnt den Schatzmeister rumkommandieren, ihr kriegt sogar Fahrtkosten. Gut. Wir haben jetzt zwei Kandidaten für die Rechnungsprüfung. Es ist noch Zeit, dass sich noch jemand meldet. Gibt es noch Kandidaten? Kandidaten oder Kandidatenvorschläge für den Rechnungsprüfer? Wir haben im Augenblick zwei Kandidaten. Etwas Ruhe bitte nochmal. Weil die Leute prüfen nachher, ob die Gelder stimmen. Das ist eigentlich nicht ganz unwichtig. Gut. Und da ich keine Vorschläge und auch niemand mehr hier vorstürzen sehe, der sich jetzt unbedingt um diesen Post reißt, dann schließen wir das Ganze. Wir haben zwei Vorschläge. Wir haben zwei Vorschläge. Zweimal Andreas. Einmal Morzinek. Andreas Morzinek. Und einmal Andreas Breitschuh, die sich zur Verfügung stellen würde. Deshalb die Frage an die Versammlung zuerst. Wollen wir die beiden Kandidaten in einem Wahlgang zusammenwählen? Denn jetzt bitte die blaue Karte für Zustimmung, die gelbe für Ablehnung. Bei einer Ablehnung sehr große Zustimmung. Dann die Frage an die Versammlung. Stimmt die Versammlung diese beiden Personen als Rechnungsprüfer zu und möchte sie sozusagen zu ihrer Rechnungsprüfer wählen. Wieder bei sehr großer Zustimmung und einer Gegenstimme sind die beiden Personen für das Amt des Rechnungsprüfers gewählt. Ich frage euch beide, Andreas, nimmst du die Wahl an? Schön ans Mikro kommen. Ich nehme die Wahl an. Rechnungsprüfer. Ja, ich nehme die Wahl an. Gut. Ich danke den Kandidaten herzlich. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Nachwahl eines Ersatzschiedsrichters für das Landesschiedsgericht. Auch hier. Eröffnung der Kandidatelicht. Ihr könnt also euch selber melden oder Vorschläge machen. Gab es... Gab es... Gab es... Moment, wir schauen gerade nach, ob im Wiki irgendwelche Kandidaten... haben Sie das in den nächsten Jahren? Nein, das ist tatsächlich so ein Kandidat. Ja, und dann gibt es das in den nächsten Jahren. Herr Präsident, bin ich auf die Seite des Ersatzschiedsrichters. Ich hoffe, Sie haben das in den nächsten Jahren. Ich habe das hier in den nächsten Jahren. Wir haben mittlerweile zwei Kandidaten vorschläge. Einmal Roman Habig und Thomas Hübner. Ist vorgeschlagen. Frage? Das ist keine eindeutige Willensbekundung, ja oder nein? Dankeschön. Somit haben wir im Augenblick einen Kandidaten auf der Liste. Noch Vorschläge oder Kandidatenmeldungen? Braucht noch jemand Bedenkzeit? Bitte mit den Armen wählen. Sieht auch nicht so aus. Gut, da wir nach GO ausreichend Kandidaten haben, da wir nämlich nur einen Ersatzschiedsrichter wählen müssen, soweit ich das weiß, können wir natürlich auch den Wahlgang eröffnen und deshalb gebe ich jetzt mal an den Wahlleiter. Bei der Wahl zu den Beisitzern wurde ein Wahlzettel abgegeben, bei dem hintendran Stimmzettel Nummer 6 hing. Es ist unwichtig, welcher Person das passiert ist, weil es wird jetzt länger dauern, diese Person zum Gänseck zu schicken, damit er sich komplett neue Akkreditierungsausrüstung geben lässt. Deshalb ziehen wir versalzen das Limettengrün ab vom Wahlblock und gehen über zu frischen Taubenexkrementenweiß. Stimmzettel Nummer 7. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Wie bitte? Ja, ein bisschen Spaß. Gut, die Kandidatenliste ist hiermit geschlossen. Nochmals der Aufruf aufgrund eines fehlerhaften oder versehentlich abgegebenen Stimmzettel Nummer 6, gerade eben, wird dieser abgerissen. Versalzenes Limettengrün. Stimmzettel Nummer 6. Wir gehen über zu frischen Taubenexkrementenweiß Stimmzettel Nummer 7. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Es gibt, ah, es steht gerade kein Name dann. Okay. Es gibt nur einen Kandidaten. Das ist Roman Ladig. Ihr könnt ihn wählen, indem ihr das Feld Nummer 1 ankreuzt. Ihr könnt ihn auch ablehnen mit Nein, indem ihr Feld 2 ankreuzt. Oder euch der Stimme enthalten. Ich sehe schon, meine Wahlhelfer halten die leeren Wahlurnen hoch. Ja. Und damit... Ach so. Ja. Ihr verwirrt mich gerade. Ja. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass der Kandidat die Möglichkeit besitzt, sich vorzustellen. Wenn er jetzt natürlich darauf verzichtet, können wir den Wahlgang fortsetzen. Er hat aber das Recht dazu und könnte sich jetzt natürlich noch vorstellen, wenn er das möchte. Hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Nein. Roman, hattest du genügend Zeit, dich vorzustellen? Ja. Gut. Dann eröffne ich um 16.59 Uhr den Wahlgang Nummer 6 mit dem Stimmzettel Nummer 7. Was? Die 7. Die 7. Die 7. Für die Wahlhelfer jetzt natürlich bei 6 kein Kreuz machen, sondern bei der Nummer 7 auf der blauen Dafür-Karte. Weil 6 findet ja keine Anwendung. Während dieser Auszählungspause würde ich eventuell den neuen Landesvorstand auch bitten, dass er vielleicht mal hier vorzukommen und dass die neue Landesvorsitzende hier vielleicht auch ein paar Worte an die Versammlung richtet. Damit ihr die jetzt auch ausreichend bejubeln könnt. Weil die haben jetzt ein ganz schweres Ja vor sich. Die sollte zumindest mal motiviert in das Ja reingehen. Also Expert... Ja. Er größer. Ja. Ja. Das ist ja... Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke mal, das rede ich auch für die Jungs, wenn ein Problem ist und hier einer nicht über Mumble oder Ähnliches erreichbar ist. Also meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse ist bekannt, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail und dann passiert auch was. Und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt tausende von Mitgliedern bekommen, sondern dass wir echt eine gute Zusammenarbeit machen und dadurch werden die Leute schon zu uns kommen. Das werden wir schon schaffen, hoffentlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ein Ergebnis. Vielen Dank. 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 fort jetzt mit dem Landesparteitag, mit dem Programmpunkt Satzungsanträge. Da haben wir gleich an erster Stelle, wie wir in der TO beschlossen haben, die Satzungsanträge SA4, Emanzipation der Basis, die ständige Mitgliederversammlung in Klammer SMV und SA5, Transparente und nachvollziehbare Mitbestimmung, auch SMV. Das wären die beiden Anträge. Ich bitte die beiden Antragsteller, den Antragsteller nacheinander die beiden Anträge vorzustellen und sich das schon bereit zu machen, weil wir haben hier einen Antrag, das ist das Mikrofon, Antrag auf Meinungsbild, auf ein Meinungsbild. Möchtest du es formulieren? Ja, also kann ich kurz machen. Also ich hätte gerne ein Meinungsbild zu der SMV, wer dafür ist, zu der SMV jetzt in dieser Form einzuführen und wer dagegen? Also ich, ja, haupt von der Straße gebracht, keine Ahnung, aber ich habe es verstanden. Ich wiederhole es nochmal von euch. Also das Meinungsbild heißt, wer von der Versammlung ist für eine SMV und wer von der Versammlung ist eigentlich dagegen, eine SMV einzuführen. Für SMV im Meinungsbild bitte die blaue Karte, für gegen SMV die gelbe Karte und ich teile dem Antragsteller mit, das Meinungsbild ist leicht positiv, also für SMV. Gut, dann weiter im Text mit dem Antragsteller dieser beiden konkurrierenden Anträge. Okay. Hallihallo. Ihr habt ja wahrscheinlich schon hier diese Flyer auf euren Tischen gesehen. Die meisten Leute hatten wir vorhin verteilt. Wir, die Gruppe unter dem Namen AG Wombat Katzen, haben hier einen Antrag zur Ständigen Mitgliederversammlung eingereicht. Wer noch nicht weiß, wer das ist. Was das ist? Ständige Mitgliederversammlung ist ein Konzept, das wir halt auch zwischen Landesparteitagen als Basisentscheidungen, Meinungsbilder, öffentlichen Stellungnahmen auch fassen können. Zurzeit haben wir die Situation im Landesverband oder auch in der ganzen Partei, dass wir zwischen Landesparteitagen gar keine Möglichkeit haben, die Meinung der Basis zu Themen belastbar abzufragen. Also die Basis kann sich, es gibt Kammern, kann sich zwar auf der Mailingliste äußern, aber auf der Mailingliste tummeln sich halt meistens auch nur dieselben vier, fünf Personen. Da kann ich halt, habe ich jetzt auch in meiner Zeit als Landesvorstand gemerkt, dass der halt nicht irgendwie die Meinung des Landesverbandes rausziehen kann. Lime Survey oder andere Tools oder auch das Landeslicket sind zurzeit, die Beschlüsse, die darüber gefasst sind, werden, haben keinerlei bindende Wirkung und sind halt auch nicht in der Satzung verankert, weswegen halt auch die Sachen, die da rauskommen, halt auch nicht als Meinung des Landesverbandes angefasst werden können. Deswegen gibt es die ständige Mitgliederversammlung, die halt sagt, wir tagen halt nicht nur zweimal im Jahr, sondern ständig als online-tagender Landesparteitag. Die Anträge, die wir haben, sehen halt vor, dass halt dieser SMV erstmal offizielle Positionspapiere, sonstige Beschlüsse und Programme abstimmen kann, so wie es ein Landesparteitag auch könnte. Genau, deswegen das wäre, das ist, was die beiden Anträge halt zu vereint. Der SEA 4 haben wir halt als Gruppe gestellt, Emanzipation der Basis und der SEA 5, der ist noch halt von mir, Transparenz und Mitbestimmung ermöglichen. Die unterscheiden sich halt insofern, dass, wie halt im Titel des zweiten Antrags festgesetzt, zu erkennen ist, dort mehr Wert auf transparente Entscheidungsfindung gesetzt wird. Die Entscheidungen, die dort stattfinden, in diesem Online-Tool, sind halt von außen hin sichtbar. Ja, also das fasst es halt grob zusammen. Deswegen, also es ist halt irgendwie so ein komplexer, großer Antrag. Ich würde mich halt freuen, wenn ihr halt noch Fragen dazu habt, im Einzelnen. Es ist halt so ein riesiges Satzungskonstrukt, das halt aber leider nötig ist, um sowas zu installieren. Deswegen würde ich jetzt mich auf die Diskussion stürzen wollen. Ja, ich würde dann einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Die erste Frage ist der Minderheitenschutz. Stopp, stopp, kleinen Moment. Gerade weil eben auch die Frage aufkam, Redezeit. Wir hatten vorhin die Redezeit verändert für die Kandidatenvorstellungen. Im Grunde genommen gilt jetzt noch im Augenblick zwei Minuten Redezeit für den Antrag Vorsteller. Und wenn jetzt sehr viele Fragen dazu kommen, Frage an die Versammlung. Gibt es GO-Anträge, diese Redezeit äquivalent eventuell zu der Kandidatenvorstellung bei der Wahlen etwa abzuändern? Ich setze mal ein Meinungsbild einfach auf. Sollen wir die zweiminütige Redezeit im Augenblick beibehalten? Oder ist die Versammlung der Meinung, dass hier im Augenblick eine Änderung nötig wäre? Für Beibehalte bitte die blaue Karte, für Änderungen die gelbe Karte. Ich sehe eigentlich im Augenblick bloß blaue Karte. So sehe ich also Meinungsbild ist positiv für Beibehalte. Dann verzichten wir auf den GO-Antrag und du kannst jetzt deine Frage stellen. Also im Parteiengesetz ist halt die, also dass die Minderheiten halt da eine Berücksichtigung finden müssen, gesetzt. Die SMV ist dem Landesparteitag ähnlich gesetzt. Wir haben heute vorhin die Geschäftsordnung verändert, dass wir halt hier auch einen Minderheitenschutz haben. Das setzen beide Vorschläge nicht voraus. Also bei dem einen ist der Minderheitenschutz bei 50 Prozent, bei dem anderen gibt es gar keinen Minderheitenschutz. Das heißt, das muss alles abgestimmt werden. Naja, also in dem einen Antrag irgendwie, wie du richtig gesagt hast, wir hatten das mit dem 50 Prozent halt auch in der Geschäftsordnung bis heute halt drinne. Daran orientierte sich halt auch die Regelungen, die es halt in diesem Antrag gibt. Wenn halt die onlinetagende Versammlung will, dass sich das halt auch wieder reduziert, kann halt das halt auch gemacht werden, halt ganz einfach durch einen einfachen Beschluss. Das ist halt kein Problem. Ich weiß aber halt auch, dass wir auf Bundesebene auch schon 10 Prozent Regelungen hatten zu Geheimabstimmungen, dass es halt nicht immer eine Person sein muss. Von daher würde ich das halt erstmal anzweifeln, dass halt eine Person schon ausreicht, um das zu beantragen, ausreicht. Ja, und im zweiten Antrag geht es halt darum, der da halt darauf setzt, dass Abstimmungen immer nachvollziehbar sein müssen, dadurch, dass die Abstimmungen öffentlich sind, weil sich sonst online halt Abstimmungen nicht nachvollziehbar umsetzen lassen. Also nur zur Rückfrage, es geht darum, dass 50 Prozent keine Minderheit mehr sind, weil wenn ein Antrag über 50 Prozent haben muss, um angenommen, also um eine Vertagung auszulösen, ist es definitiv keine Minderheit mehr. Und bei dem zweiten gibt es halt gar keinen Minderheitenschutz. Ich sage dazu nochmal, dass halt im Parteiengesetz nicht zum Minderheitenschutz steht, sondern zu nationalen Minderheiten, die berücksichtigt werden müssen in Parteien. Gibt es das in anderen Bundesländern bei Piraten? Also gibt es da Erfahrungen auf Ländler-Ebene? Also dieser Antrag basiert auf einem Antrag, der halt schon in Berlin so angenommen wurde. Im Landesfamilien bei Berlin Anfang des Jahres, die sind halt da gerade dabei, das umzusetzen, sind da halt aber noch nicht am Start. Aber man kann halt da sich an Erfahrungswerten zusammenknüpfen, wie die das halt aufbauen. Beziehungsweise, also habe ich auch schon Kontakte geschnüpft mit Dennis Sabin, der gerade im Landesvorstand Berlin dafür zuständig ist. Von da können wir uns gut zusammensetzen. Also ein positives Beispiel, wo die SMV funktioniert. Ich habe mal so durchgeguckt, Mecklenburg-Vorpommern hat die, aber die liegt auch auf Halde. Also gibt es irgendein Bundesland, wo das funktioniert, die das durchziehen? Also erst einmal, die Mecklenburg-Vorpommern hat ein anderes SMV-Konstrukt als wir. Also es heißt halt eh nicht, aber es ist halt anders umgesetzt da. Aber die Tatsache, warum das da halt nicht existiert, liegt halt daran, dass die Aktiven, die das umsetzen wollten damals, dass es halt eingeführt wurde in die Satzung, weggebrochen sind. Und halt aus Landesverbandintern Streitigkeiten, von denen wir ja hier ein bisschen Lied singen können. Neue Strukturen zu schaffen, braucht halt immer Arbeit. Und wenn halt sich niemand hinsetzt und das umsetzt, ist halt das eine Totgeburt. Und ich und andere Leute im Landesverband, hier Sinex zum Beispiel, sind halt gewillt, das halt auch umzusetzen im Landesverband. Und ich bin da halt sehr positiv eingestellt, dass wir das auch schaffen. Vielleicht auch die Rückfrage zur Umsetzung. Also wir haben derzeit eine Person in der Landes-IT. Da gab es letztes Jahr die Aussage, sollte ich in den Landesvorstand gewählt werden, würde er von seinem Amt zurücktreten. Also von dieser IT zurücktreten. Und du bist als wieder aufgenommen worden, bist zwischenzeitlich ausgetreten und wieder eingetreten in die Piratenpartei, wenn ich das richtig weiß. Und ihr beide sagt jetzt, ihr werdet das jetzt umsetzen. Die Frage ist, warum ist das denn in der Vergangenheit nicht umgesetzt worden? Die Vorbereitung, die jetzt dazu laufen muss. Beispielsweise, dass eben das Tool eine bessere Bedienung bekommt und dass die Benutzung besser erklärt wird. Weil das Tool ist ja letztendlich Liquid Feedback und das hätten wir ja die letzten Jahre schon machen können. Also wir schaffen das. Hinter uns steht eine ganze AG oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Wir werden das schon gemeinsam schaffen. Auf jeden Fall Karl und ich. Ja, Benutzbarkeit. Wir werden da nichts umprogrammieren oder so. Jetzt wird das Liquid Feedback Version 3 geben. Das ist viel benutzerfreundlicher. Müsst ihr euch mal angucken. Da sind viel mehr Hilfstexte. Also machbar ist das schon. Ja, könnt ihr bitte nochmal kurz erläutern. Es sind ja bestimmte Mindestquoren erwähnt in dem Antrag. Habe ich das richtig verstanden, dass im Prinzip, wenn diese Quoren erfüllt sind, im Prinzip, dann das Ganze beschlussfähig wird. Und somit, dass quasi, wenn diese Quoren, das ist ja ein Anreiz, dass dieses Quorum erreicht wird, dass man das Ganze auch im Prinzip aktiv wird. Oder könnt ihr die Quoren nochmal nennen? Also aktuell haben wir ja für 30 Leute im Liquid Feedback im Landesband. Und die SMV hat ja im Prinzip ein Quorum von bestimmten Prozentzahlen von Mitgliedern des Landesverbandes, ehe sie beschlussfähig wird. Also worauf sich Michelle bezieht, ist, dass halt in dem Antrag vorgeschrieben ist, dass halt schon eine gewisse Anzahl von Leuten für die SMV akkreditiert sein muss, damit sie überhaupt erstarten kann. Also es ist schon fortgesetzt, dass halt da nicht ein, zwei Hanseln irgendwie da halt schon drin sind und irgendwelche Sachen abstimmen, sondern es gibt halt drei Voraussetzungen für diese SMV. Irgendwie es müssen halt mindestens zwei Akkreditierungsveranstaltungen stattgefunden haben, damit halt Leute die Möglichkeit hatten, im Landesverband sich für dieses Tool zu akkreditieren. Genauso wie man sich auf einem Landesparteitag akkreditieren muss. Zweitens muss eine gewisse Mindestanzahl von Leuten akkreditiert sein. Und drittens muss eine SMV-Versammlungsleitung gewählt werden. Das würde auf dem nächsten Landesparteitag stattfinden, also frühestens in einem halben Jahr. Also bis dahin haben wir genug Zeit, Leute im Landesverband mitzunehmen. Da wird halt keiner abgehängt. Da wird jetzt hier nichts irgendwie hintenrum durchgedrückt. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Danke. Moment, ich habe einen GO-Antrag. Ja, ich habe einen GO-Antrag, die TO zu ändern und diesen Antrag nach hinten zu verschieben. Einfach aus dem Grund, der sollte halt noch viel ausführlicher diskutiert werden. Es ist jetzt schon relativ spät und eine große Zahl von Menschen muss jetzt einfach auch schon gehen. Also dieser Antrag wurde schon viel diskutiert. Er wurde auch schon in unserem Landesliquid behandelt. Dort haben sich 30 Leute an der Abstimmung beteiligt. Das sind gerade mehr als zurzeit noch ungefähr so viele Leute wie hier im Saal sind ungefähr oder vergleichbar viele, wie sie sich hier akkreditiert haben. Und dort hat dieser Antrag 80 Prozent der Stimmen erreicht. Ich kann daraus halt ablesen, dass es halt durchaus positive Meinungen zu diesem Antrag gibt. Ein gutes Statement, aber darf ich dich unterbrechen? Das ist nicht notwendig. Ein GO-Antrag auf Änderung der TO ist schriftlich einzureichen. Wenn du diesen GO-Antrag stellen möchtest, dann bitte hier schriftlich einreiche. Mündlich muss er abgewiesen werden und wird nicht behandelt. Wir machen weiter mit der Frage zum aktuellen Satzungsänderungsanträge. Also wie wird mein Abstimmungsverhalten, wenn ich mich daran beteilige? Wer kann da einsehen? Sind das jetzt nur Mitglieder oder von außen jeder? Also ich weiß gar nicht, ob es in der Satzung oder Geschäftsordnung steht. Also in einem steht es auf jeden Fall, dass nur die Mitglieder einsehen können, wer wie abgestimmt hat. Also von außen kann man sehen, okay, wie viele haben dafür, wie viele haben dagegen gestimmt, aber nicht, wer genau dagegen oder dafür gestimmt hat. Also mit Klarnamen ist Zwang, ja. Also Klarnamen Zwang. Genau, also in dem Antrag steht drin, dass der akkreditierte Name auch hinterlegt wird, also der Klarname. Dass jeder nachvollziehen kann, okay, diese Person existiert, diese Person hat so abgestimmt. Also ja, aber nur für Mitglieder ist dieser Klarnamen sichtbar. Also das hat halt den Hintergrund mit, dass der wirkliche Name angezeigt wird, ist halt wichtig, damit halt jedes Mitglied selber nachzählen kann, selber nachvollziehen kann, wie das Abstimmungsergebnis zustande gekommen ist. Also wer halt will, kann halt recherchieren. Das nennt sich halt das Wahlcomputerproblem. Es lässt sich halt nicht ohne weiteres online das Prinzip der Wahl ohne nachbilden. Geheime Wahlen sind halt online nicht möglich. Und alleine deswegen schon muss die Abstimmung öffentlich sein. Und deswegen, also wenn wir halt online irgendwas abstimmen wollen, damit wir halt ermöglichen, dass auch Leute, die nicht Zeit haben, zum Landesparteitag zu kommen, die kein Geld dafür haben, oder weil sie berufstilie sind oder aus welchen Gründen halt auch immer, unter Basis halt auch eine Stimme zu geben zwischen Landesparteitagen, dann müssen diese Anträge öffentlich abgestimmt werden. Ja, dann habe ich dazu mal gleich zu diesem Satzungsänderungsantrag und Verbindung mal eine politische Frage. Die Piratenpartei ist ja mal näher treten als die Partei für Privatsphäre, Datenschutz, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wie weit sind beide Anträge in dem Augenblick kompatibel mit der Klarnamens- oder Akronympflicht, wo ja auch jetzt eben beschrieben wurde, dass das eindeutig rückführbar ist, wer wann wie abgestimmt hat. Und du hattest selber auch gesagt, du hast sehr viel mit Datenschutzbestimmungen und Datenschutzschulungen etc. zu tun. Wie ist da in dem Zusammenhang auch der Datenschutz gewährleistet? Moment, vor deiner Antworten an den GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da formelle Gegenrede? Ich sehe eine formelle Gegenrede. Also stimmen wir mal darüber ab. Frage ich die Versammlung. Will die Versammlung die Rednerliste schließen? Dann bitte die blaue Dafür-Karte. Möchte ich diese Versammlung weiterverhandeln? Dann die gelbe Dagegen-Karte. Jetzt wird es schwierig. Das ist also nicht zu überblicken. Deshalb, es ist ganz, ganz knapp. Deshalb bitte ich die gelbe Dagegen-Karte erstmal runterzunehmen. Also wer jetzt die Rednerliste schließen möchte, bitte nur die blaue Dafür-Karte hochheben. Also elf. Jetzt bitte die gelbe Dagegen-Karte. Die Rednerliste also nicht zu schließen. Also elf zu zehn. Und damit wird die Rednerliste geschlossen. Ich bitte alle Redner, die jetzt noch zu dem Thema sprechen möchten und frage stellen möchten, sich jetzt an die Schlange zu begeben. Ich gebe diesmal ein bisschen länger Zeit, dass alle auch wirklich die Gelegenheit haben, sich anzustellen. Und dann würde ich in drei, zwei, eins die Rednerliste schließen. Sie ist damit geschlossen. Und ich zähle mal durch. Wir haben noch zwei, vier, sechs, sieben Redner. Jetzt darfst du bitte weiter antworten. Zum Thema Datenschutz. Also wenn sich der Landesverband, das höchste Organ des Landesverbandes, was der Landesparteitag ist, sich dazu entschließt, sich auf einen solchen Arbeitsablauf, der halt öffentliche Abstimmung erfordert, also wenn wir uns halt darauf einigen, dann ist das natürlich datenschutzkonform, weil sich der Landesverband sich darauf geeinigt hat, so zu arbeiten. Und niemand zwingt hier jemanden, hier positiv abzustürmen. Zweitens, wir sind halt nicht nur angetreten als Transparenzpartei, also beziehungsweise als Privatsphärenpartei, wir sind halt auch angetreten als Partei, die Mitbestimmung erlöglichen möchte. Und gerade deswegen sollten wir hier einen Schritt wagen, der halt neue Beteiligungsformen ausprobiert, testet. Und ich denke, wir sollten da halt nicht uns scheuen und vorschnell hier Angst haben aus vorauseilendem Gehorsam, weil ja irgendein Gesetz vielleicht dagegen verstoßen könnte. Was heißt, ihr nehmt also in Kauf auch gesetzeswidrige Beschlüsse zufassen? Also ich bin davon überzeugt, dass das nicht gesetzeswidrig ist. Ich sage aber halt, ich finde halt aber die Stimmen, die halt sagen, dass es gesetzeswidrig ist, halte ich halt schon für, also finde ich halt, kann ich halt in dem Sinne halt nicht nachvollziehen. So, mal kurz entspannen. Ich oute mich gerade so ein bisschen als nicht informiert, deswegen hätte ich gerne noch von euch gewusst, so ein bisschen auch gerne ausführlich, welche Arten von Anträgen mit dieser SMV beschlossen werden können. Also das hatte ich vorhin kurz erwähnt. Seinix irgendwie ergänzt mich, wenn ich was weiteres sage. Also Positionspapiere, sonstige Beschlüsse, Wahlprogramme. Ja, und also auch Grundsatzprogrammanträge, wenn wir halt so etwas halten. Also keine Personenabstimmung und auch keine Satzungsänderungsanträge. Wenn wir Satzungsänderungsanträge dort abstimmen, dann ist das nur eine Beschlussempfehlung, mehr nicht. Also so wie es jetzt mit dem Liquid Feedback ist. Aber der Rest ist verbindlich. Ja, ich möchte vielleicht kurz eine kleine Fürrede für diesen Antrag oder für dieses Konzept der SMV benennen. Wir sind, wie Karl schon sagte, damals als Transparenzpartei und Mitbestimmungspartei eingetreten oder angetreten. und wir haben das meiner Meinung nach bis heute verpasst, uns irgendwelche Mittel zu suchen und Mittel zu finden. Und ich glaube halt, dahingehend müssen wir eigentlich dieses Versprechen nochmal einlösen. Wir sehen halt irgendwie, dass das jetzige Liquid Feedback, wie es benutzt wird, meiner Meinung nach deutlich konstruktiver benutzt wird, als es die Mailingliste jemals sein könnte. und dass sie auch konstruktiver ist, als so mancher Teil eines Landesparteitages. Wichtig ist für mich auch zu sagen, dass wir damit ja eigentlich Erfahrungen sammeln wollen. Und wenn wir herausfinden, dass das Gesetzeswidrig ist, ja mein Gott, dann ist es halt so, dann haben wir das rausgefunden. Dann heißt ja nicht, dass das Programm weg ist, dann können wir es halt einfach auf dem Landesparteitag wieder beschließen. Und zwei Punkte noch. Die eine ist, es gibt momentan von uns ja auch hier auf dem Landesparteitag keine Alternative dazu, außer einen Landesparteitag. Es gibt kein BEO, es gibt kein SM, irgendwas. Wir haben einfach momentan, oder keine Ohrenabstimmung, wir haben keine alternativen Konzepte momentan. Also deswegen wäre das jetzt sozusagen die Möglichkeit, endlich mal Farbe zu bekennen. Und vielleicht noch so ein bisschen als Motivation, Liquid Feedback 3.0 ist gerade veröffentlicht worden. Das heißt, es wird auch wiederum nutzerfreundlicher sein. Es wird weiter daran entwickelt. Und ich denke, dass wir damit auch eben unseren Nutzerkreis erhöhen können und dass wir die Leute auch quasi mitnehmen können und sie an dieses System heranführen können. Kann ich kurz darauf erwidern? Okay. Ich stimme Stefan zu und wollte noch sagen, das Wort Pirat kommt vom griechischen Wort Paira, was Wagnis bedeutet. Lasst uns die Wagnis-Partei sein. Genau. Ich wollte noch mal kurz rekapitulieren. Wir hatten auf dem Bundesparteitag in Neumarkt auch schon mal eine Diskussion, ob wir eine SMV wollen oder nicht. Und damals ist es gescheitert daran, dass wir uns nicht auf ein Tool einigen konnten. Und es war quasi ganz knapp, dass wir uns nicht auf das Tool einigen konnten. Aber bundesblühtig haben wir uns damals schon gesagt, so prinzipiell, ja, SMV ist der richtige Weg. Wir haben uns halt bei fünf verschiedenen Tools nicht auf eins einigen konnten. Deswegen war damals kein Antrag im Prinzip angenommen worden. Ich finde es gut, wenn wir quasi das Landesverband diesbezüglich vorangehen würden und auch eine Alternative anbieten würden. Weil wir können immer viel erzählen von Mitbestimmungen etc., aber so lange wir das nie probieren, wird das auch niemand nachmachen oder jemand anders die Erfahrung sammeln. Wir haben halt im Prinzip jetzt die Möglichkeit, das zu machen. Und wenn es herausstellt, dass das Tool Liquid Feedback nicht das Richtige ist, dann kann halt die SMV ein anderes Tool beschließen. Das ist ja explizit da, dass die SMV auch über seine eigene Geschäftsordnung abstimmen kann etc. Also ich würde halt auch befürworten im Prinzip, wenn das erstmal auszuprobieren und wenn die Erfahrung halt positiv oder negativ ist, dann halt darauf zu reagieren. Aber nicht von vornherein irgendwie zu sagen, nee, das interessiert mich nicht und Landesparteitag ist schon immer super und dann war immer schon super alles geschafft und so. Ich habe nochmal eine Frage zu den Klarnamen. Und zwar, wir hatten oder haben vielleicht noch Mitglieder, die aufgrund ihrer beruflichen Situation sich nicht öffentlich äußern können. Wie möchtest du dich schützen? Also eine Mitgliedschaft ist ab 12 Euro zu haben. Wenn da jemand neugierig ist, ein Chef, wie reagiert der? Wenn man jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal den kirchlichen Arbeitgeber, du arbeitest da, stimmst hier für Laizismus, also Trennungsstaat, Kirche, Religionsunterricht raus, die Leute müssen ja Angst haben und die können ja dann einfach nicht mit abstimmen. Wenn man einfach ganz billig eine Mitgliedschaft haben kann, wie sollen die geschützt werden? Um sie nicht auszuschließen, um sie einzubinden. Wenn jemand dann mit der Mitgliedschaft einfach gucken kann, was hat der abgestimmt? Bei dem SEA 4, also dem Emanzipationsantrag, ist das ja gar nicht möglich. Also können ja nur Mitglieder gucken, wer das ist, die jeweilige Person. Und von daher kann das da halt gar nicht, ich sehe gar nicht, wie das da passieren kann. Ansonsten würde ich halt noch sagen, allgemein zu dem Thema, das politische Engagement leider halt immer, in einer Gesellschaft, wo ich für Verbesserungen kämpfe, immer auch Konsequenzen für mich selber haben wird. Und wenn ich gerade ein Werkzeug, der Basis in die Hand gebe, die der Basis mehr Macht gibt, dann heißt das halt auch gleichzeitig, dass diese Basis mehr Verantwortung tragen muss. Und dazu gehört halt auch, mit seinem bürgerlichen Namen zu seiner Meinung zu stehen. Ich möchte noch ergänzen. Ich möchte noch ergänzen. Ja, also es kam ja schon mal dieser Vorwurf, denn, also wie Karl gerade schon sagte, man muss Mitglied sein, um den Namen zu sehen. Dann kam so der Vorwurf, okay, der Chef kann ja auch Mitglied sein und dann das Abstimmungsergebnis sehen. Aber das kann er ja auch hier, der kann sich ja auch hier reinsetzen und zugucken, wo du, wann, wie du deine Karte hebst. Ja, Livestream oder gut, zeigt nicht immer auf denjenigen in der Versammlung. Aber der könnte hinten stehen und die ganze Zeit zugucken und auch sehen, was du abstimmst. Ja, das ist aber was anderes. Wenn ich dann hier drinnen sitze und da hinten sitzt mein Chef, dann gehe ich wieder oder stimme nicht mit ab, wo ich wüsste, er hätte was dagegen. Es ist ja auch familiär, kann das ja auch Probleme bedeuten. Also, ich finde schon, Bevor es weitergeht, darf ich kurz unterbrechen. Es ist ein GO-Antrag da auf Wiedereröffnung der Rednerliste. Gibt es da eine Gegenrede? Formal. Gegenrede. Wir stimmen darüber ab, ob die Rednerliste eröffnet wird. Blau für Ja. Ob die Rednerliste wieder eröffnet wird. Blau für Ja. Gelb für Nein. Thomas, hilf mal. Die Karten bitte so mit der Breitseite zu uns zeigen. Bitte jetzt nur mal die blauen hochhalten einmal. Hattest du eben nicht noch eine blaue? Die gelben jetzt bitte einmal. 13 Ja, 15 Nein. Der Antrag ist abgelehnt. Okay, ich darf also noch. Für mich ist ganz wichtig, also ich finde es zum einen schade, dass wir leider erst so spät zu diesem Antrag kommen, weil er doch sehr, sehr wichtig für uns ist. Für mich ist auch wichtig, das, was auch ein Vorredner schon hier gesagt hat, wir sind die Piraten. Wir wollen mit neuen Instrumenten vorangehen. Wir wollen auch was ausprobieren. Und da muss man auch immer sagen, wie viel Schaden würde jetzt gemacht, wenn wir vielleicht ein Instrument ausprobieren, was nicht hundertprozentig alles sicher hat. Das wird sich zeigen. Aber was ist eben einfach, wenn wir der Gesellschaft was schaffen wollen, dann müssen wir auch zeigen, dass Sachen funktionieren. Manchmal vielleicht auch dadurch, dass wir sagen, es funktioniert nicht. Aber wenn wir es nicht probieren, wird es kein anderer probieren. Ich habe auch meine Bauchschmerzen mit diesem Antrag. Ich habe meine Bauchschmerzen dahingehend, wie ist es wirklich, wenn ich eben zu bestimmten, ganz wichtigen Fragen sage, ich möchte das wirklich absolut geheim machen. Geheim eben wirklich, wie ich es hier nur machen kann, mit einer Ohnenwahl. Ob das wirklich auch ist, dass ich das wirklich für wichtige Programme machen kann. Dass es also nicht missbraucht wird. Das andere ist eben, wir haben gerade mit Andrea auch eine Chefin jetzt, die eben mit Technik gegebenenfalls auskommt. Aber die Börde ist eben, ich sage jetzt mal als Beispiel, nicht technikaffin, um es so zu sagen. Dass wir die nicht abhängen. Die, die wir sagen, die auch U40 sind, Ü40 sind, aber eben mit bestimmten Sachen nicht so klarkommen. Ich komme immer noch mit, retten meine Schwierigkeiten. Dass wir die nicht abhängen. Das ist mir wichtig. Und dass wir dann, wenn wir dann auf dem nächsten LPT genau klären, wie es gemacht wird, dafür auch eine Lösung finden, dass diese Gruppen mitkommen. Zum Thema Gruppen nicht abhängen. Diese SMV arbeitet nach den Prinzipien der Liquid Democracy. Liquid Democracy heißt, ist, dass ich bestimmen kann, inwieweit ich Zeit und Aufwand in ein solches System investiere. Ich kann halt bei jeder Abstimmung selber abstimmen. Natürlich, dafür muss ich natürlich viel Zeit einbringen und mich halt auch einarbeiten in das System. Ich kann aber halt auch meine Stimme komplett delegieren. Das ist halt technisch gesehen einfach ein automatisches Ausrichten meines Abstimmungsverhaltens nach einer anderen Person. Und dadurch kann ich, selbst wenn ich halt keine Zeit habe oder nicht so technisch affin bin, aber dann halt durch Anleitung jemand, der mir halt zeigt, wie ich delegiere, kann ich trotzdem Einfluss nehmen, zum Beispiel als jemand, der sich sehr für Kommunalpolitik interessiert, aber nicht auch für Landespolitik, die kann so eine Person trotzdem Einfluss nehmen auf die politische Gestaltung des Landesverbandes, auch wenn diese Person nicht so viel Zeit in Landespolitik einbringen kann. Das ist ja gerade das Tolle an Liquid Democracy, dass wir so die Zeit- und Geldelite, die wir teilweise auf Parteitagen haben, in der Piratenpartei leider, können wir halt dadurch überwinden. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dafür das wagen würdet. Punkt 5.2. Die ständige Mitgliederversammlung stellt über das verwendete System zur Antragserarbeitung und Abstimmung hinaus zusätzliche Diskussionsplattformen zur Verfügung, die alle Mitglieder der Piratenpartei nutzen können. Dazu folgende Fragen. Wieso glaubt ihr, dass die ständige Mitgliederversammlung dazu überhaupt, ich sag mal, technisch in der Lage ist, das zu tun? Und wieso sollen es mehrere sein? Und warum soll es gut sein, wenn es noch mehr Kommunikationswege gibt? Also man kann halt schlicht in dem System einen Antrag stellen, wir verwenden das Tool oder wir verwenden als Diskussion vorrangig Real-Life-Veranstaltungen, also dass halt vor allem Präsenz viel diskutiert wird, kann halt ein System einfach beschließen. Also genauso wie ein Landesparteitag auch beschließen könnte, dass der Landesverband vorrangig über gewisse Medien diskutiert. Das geht an der Frage vorbei. Es geht darum, warum ihr zusätzliche Kommunikationskanäle haben wollt, die von der Mitgliederversammlung gemanagt werden. So steht das hier in diesem Absatz drin. Da steht nicht, dass es zusätzliche sein müssen. Sie kann sich auch darauf einigen, dass es dieselben sind. Über das verwendete System hinaus, zusätzliche. Ja, über das Abstimmungstool hinaus, über Liquid Feedback hinaus. Das wäre dann halt als Diskussionstool hinaus, kann halt die SMV bestimmen, wir diskutieren über Meldung, wir nehmen BPT-Arguments, wir nehmen nur Präsenzveranstaltungen. Das meint es mit über das System hinaus. Frage beantwortet oder nicht? Ich ergänze am besten mal kurz. Also Liquid Feedback sieht es ja nicht vor, dass dort groß diskutiert wird. Liquid Feedback ist dazu da, um Anträge vorzubereiten. Dort, gut, man kann eine Anregung stellen, aber das war es dann schon. Und dann über diese Anträge abzustimmen. Es hat keine Diskussionstools, keine Diskussionsmöglichkeiten. Deswegen ist dieser Absatz drin, dass wir weitere Diskussionstools benutzen wollen. Bisher haben wir das auch so gemacht, dass Ombau meistens einen Link zu irgendeinem externen Pad, also es ist ein automatischer Link gewesen und dort konnte auch automatisch diskutiert werden. Natürlich können wir denn noch während des halben Jahres oder noch länger diskutieren, ob wir vielleicht eine offizielle Plattform wollen, wo wir offiziell diskutieren können, wollen, wie auch immer. Damit ist die Rednerliste erschöpft. Möchten die Antragsteller noch ein paar abschließende Worte zu den beiden Anträgen machen? Fünf, vier. Möchten Sie noch was sagen? Ja genau, wir haben jetzt ja hier viel darüber gehört, über die Diskussion. Ich würde mich halt sehr freuen, wenn wir halt so ein solches System im Landesverband bekriegen können und damit halt auch Vorbildfunktion für die Restpartei, was Mitbestimmungen für Mitglieder angeht, machen können. Ich persönlich präferiere den Antrag SEA 5, der hier konkurrierend ist zu dem Gruppenantrag Emanzipation der Basis. Würde mich sehr über eure Stimme dabei freuen. Und nur noch abstimmen würde ich sagen, möchte ich nur noch einmal das wiederholen, was René gesagt hat. Wenn wir es nicht probieren, wird wer dann? Wenn wir es nicht probieren, wenn wir es nicht probieren, wenn wir es nicht probieren. Bei den Satzungsänderungsanträgen 4 und 5 handelt es sich um konkurrierende Anträge. Das heißt, es wird jetzt als allererstes darüber abgestimmt, über welchen der beiden abgestimmt wird. Das läuft dort, eurer GO läuft das so, dass ihr gleich die blaue Stimmkarte zeigen werdet, wenn ihr über 004 abstimmen wollt und die gelbe Nein-Karte, wenn ihr über 005 abstimmen wollt. Also, ich sage es noch mal, konkurrierende Anträge, wer dafür ist, dass über 004 abgestimmt wird, hebt die blaue Karte. Wer will, dass über 005 abgestimmt wird, hebt die gelbe Karte. Jetzt zusammen. Gut, das wird gezählt. 20 Gelder. Also, die überwiegende Mehrheit ist dafür, dass über 5 abgestimmt wird. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag Nummer 5. Zwei Drittel Mehrheit, Satzungsänderungsantrag. Wer ist dafür, dass Satzungsänderungsantrag Nummer 5 abgenommen wird, blaue Karte, wer dagegen ist, die gelbe Karte. Wer dafür ist, dass Satzungsänderungsantrag Nummer 5 angenommen wird, die blaue Karte, wer dagegen ist, die gelbe Karte. Zwei Drittel Mehrheit. Und oben lassen. Ja, lieber Landesverband Sachsen-Anhalt, der Antrag ist angenommen. Ihr habt eine SMV. Kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der. Ist noch was? Gibt noch was? Ein Witz. Ein Witz. Vielen Dank. Die Sitzung, weil wir nochmal über die Anzahl der Akkreditierten und mit der Stimmenzahl noch was klären müssen. Da gibt es noch ein paar rechtliche Voraussetzungen. Kleine Unterbrechung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, alles in Ordnung, alles wieder gut. Nichts passiert. Wir kommen auf den nächsten, der nächste Punkt auf der Tagesordnung ist der Satzungsänderungsantrag. 1, Verkürzung der Ladungsfristen zu Gebietsversammlungen. Der Antragsteller da? Alles klar. So, jetzt bin ich wieder da. Genau, Verkürzung der Ladungsfristen zu Gebietsversammlungen. Das ist eigentlich eine Alternative zu Stevens' Antrag, den er jetzt nicht mehr eingereicht hat. Die Intention ist, dass die Einladung zu den Gebietsversammlungen, die wir ja vor allem gerade bei den Aufstellungsversammlungen zu den Kommunalwahlen oder zur Bundestagswahl benutzt hatten, dass diese auf zwei Wochen anstatt vier Wochen wie bisher verkürzt werden. Das hat einfach den Grund, ja, manchmal muss man kurzfristig solche Gebietsversammlungen einberufen. Ja, also wir hatten ja das Problem gerade zu den Kommunalwahlen, dass nicht mehr alle Regionen es geschafft haben, so eine Gebietsversammlung einzuberufen. Gerade aus zeitlichen Gründen. Man muss ja halt immer rechnen, vier Wochen Einladungsfrist, okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Vorbereitung, damit der Genseck auch Zeit hat, das dann rauszuschicken. Und ja, ich denke mal, innerhalb von zwei Wochen schafft man das, dass Leute sich vorbereiten können auf diese Gebietsversammlungen, vor allem, weil das ja meistens in einer Region ist und da schaffen wir das schon eher, sich zusammenzufinden. Gut, das war's. Also Zusammenfassung, Verkürzung von vier auf zwei Wochen Einladungsfrist. Redebedarf zu dem Antrag, Fragen dann bitte ans Mikrofon. Pro Stimme für Kriegen, Rede, was auch immer. Okay, ja, ich bin dafür, diesen Antrag anzunehmen, war letztendlich auch ein Punkt, wir sind in unserem Kreis, im Erichauer Land, sehr wenig aktive Leute. Und es ist halt schwierig, denn die Leute so aktivieren und anzuschreiben, etc., wenn jetzt wieder irgendwie ein Meinungsbild oder im Prinzip die Lokalpolitik dort etwas passiert. Deswegen finde ich es gut, wenn wir dann sowas die Ladungsfristheit reduzieren würden, um halt gegebenenfalls eine Gebietversammlung zu bestimmten aktuellen lokalpolitischen Sachen zu machen, was auch wirklich aktuell gerade brennt zum Beispiel. Wir hatten ja bei uns im Erichauer Land, da haben wir zum Beispiel die Sachen mit dem Müll, vielleicht ein bisschen, und wir haben jetzt zum Glück auch einen neuen Landrat bekommen, mit dem man, denke ich mal, auch ganz gut zusammenarbeiten kann. Der ist so 35. Also ich bin auch dafür, und zwar hatten wir das im Harz, und zwar konnten wir zum Kreistag nicht eintreten, weil der Kreistag seine Satzung gerade zu dem Zeitpunkt geändert hat, wo wir unsere Gebietsversammlung hatten, und mussten Hütten dann vier Wochen Ladungsfrist haben müssen, die konnten wir leider nicht einhalten, hätten wir drei Tage gehabt, um jeweils 100 Stimmen für jeden Kandidaten zu sammeln, und das war in drei Tagen leider nicht möglich. Und deswegen unterstütze ich diesen Antrag und hoffe, dass es eine Mehrheit gibt. Danke. Noch weiterer Redebedarf? Sonst würde ich die Rednerliste schließen, wenn da jetzt kein Zeichen kommt, dass ich es abstimmen muss. Gut, dann mache ich zu. Möchtest du noch was Abschließendes sagen? Dann kommen wir zur Abstimmung des Satzungsänderungsantrags Nummer 1, Verkürzung der Ladungsfristen zu Gebietsversammlungen. Zwei Drittel Mehrheit wie gehabt, blau dafür und gelb dagegen. Ich sehe, es ist einstimmig angenommen worden, der Antrag ist angenommen. Satzungsänderungsantrag Nummer 3, Änderung des außerordentlichen Parteitages. Lass mich raten. Der Antragsteller ist da. Genau. Änderung des außerordentlichen Parteitages. Genau. Es ging darum, ihr habt das vielleicht mitbekommen, gerade im Bundesverband, dort sind Leute zurückgetreten, drei vom Bundesvorstand, und dadurch wurde der Bundesvorstand handlungsunfähig und es musste ein außerordentlicher Parteitag einberufen werden. So, und wie war das? Also, ein außerordentlicher Parteitag ist meistens so, dass dort nur die Vorstandswahlen sind. Das heißt, der Vorstand wird halt neu gewählt, damit er wieder handlungsfähig ist. Es werden aber keine Satzungsänderungsanträge oder sonst was zugelassen. Das ist halt ein bisschen doof. Das ist genauso bei uns. Also, bei uns ist das dann auch nicht möglich. Wir hatten das ja auch schon einmal, also mindestens einmal, dass der Vorstand handlungsunfähig wurde. Und ich möchte halt ermöglichen, dass auch auf diesem außerordentlichen Parteitag Anträge behandelt werden können. Auch Satzungsänderungsanträge. Ja, vor allem, wenn man sich schon ein Jahr auf diese Anträge vorbereitet hat und dann ein Vorstand handlungsunfähig wird. Und dann bedeutet dies, dass man dort diese Anträge nicht behandeln kann. Und ich möchte dies ermöglichen, also dieser Antrag hat ja, wie man hier sieht, ein paar Wörter geändert. Das heißt erstmal, wenn der Vorstand handlungsunfähig wird, dann muss ein außerordentlicher Parteitag einberufen werden. Also, Vorher stand kann drin. In einem anderen Absatz steht eh drin, dass er einen außerordentlichen Parteitag einberufen muss. Also, ist das schon mal vernünftig, finde ich. So, dann habe ich das geändert, dass es, also Vorher stand schriftlich, schriftlich bedeutet wirklich per Post oder per Fax. Aber bei uns ist es ja halt üblich, dass wir auch per E-Mail einladen. Also habe ich das in Textform geändert. Und dann die dritte Änderung. Dort steht dann einfach nur, also Vorher stand drin. Genau, er dient ausschließlich der Wahl eines neuen Vorstandes. Und ich habe das unter anderem geändert. Also es muss auf jeden Fall ein Vorstand gewählt werden, aber es können auch Anträge behandelt werden. Redebedarf zum Satzungsänderungsantrag Nummer 3. Dann bitte ans Mikrofon. Fragen, ja, nein? Wie würde das in der Praxis aussehen? Würde dann erst der Vorstand neu gewählt und dann? Oder welcher Modus soll da gefunden werden? Das ist ja nicht festgeschrieben, aber da steht, dass unter anderem, also es ist ja schon der Pflichtteil, dass der Vorstand neu gewählt wird. Also sollte sich die, also ich kann das jetzt nicht der Versammlung vorschreiben, steht ja so nicht drin, aber die Versammlung sollte schon erst den Vorstand wählen. Aber das steht nicht festgeschrieben. Meine Frage, warum lässt du den letzten Satz nicht einfach weg? Du meinst, naja, dann steht ja nicht mehr drin, dass der Vorstand gewählt werden soll. Ich meine, der außerordentliche Parteitag wurde eigentlich nur eingeführt, damit, dass der Vorstand halt neu gewählt wird. Und ja, wenn der ganz rausfliegt und der Vorstand handlungsunfähig ist, dann heißt das ja nicht, dass er gewählt werden muss. Naja, wenn Satzung nicht gilt, gilt Parteiengesetz. Und es muss einen neuen Vorstand geben, also das erklärt sich selber. Ich bin aber bloß dafür, dass so wenig wie möglich in der Satzung steht. Ist ja zu spät, okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar in der Frist von zwei Wochen. Mir ist jetzt nicht ganz so klar, was das bedeutet. Heißt das, innerhalb von zwei Wochen muss der Landesparteitag stattfinden? Innerhalb von zwei Wochen muss eingeladen worden sein? Also in diesem Absatz steht drin, dass dieser, also wenn er handlungsunfähig wird, dann muss er innerhalb von zwei Wochen die Einladung rausschicken. Wenn ich das jetzt hier gerade nicht missinterpretiere. Nur noch kurz als Nachfrage, das heißt, es gibt jetzt keine Frist, bis wann dieser außerordentliche Landesparteitag dann sein muss. Also es kann auch möglich sein, dass die Einladung zu einem halben Jahr oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, es steht irgendwo drin, dass es dann vier Wochen sein müssen, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, dann hast du das jetzt gerade ziemlich anders interpretiert als ich. Also hier steht, dass halt eingeladen werden muss, dies geschieht, bla bla bla, mit einer Frist von zwei Wochen. Ich verstehe das so, dass dort die Frist der Parteitag ist, in zwei Wochen drin steht. Denn sonst müsste ja innerhalb von zwei Wochen geschieht dies formuliert sein. Ja, ich sehe es anders. Ich meine, da steht dies geschieht. Also dies bedeutet ja, dass er einen außerordentlichen Parteitag einberufen muss. Also ein außerordentlicher Parteitag muss einberufen werden. Ja, in einer Frist von zwei Wochen. Also ich sehe das schon anders. Ja, das steht vorher schon drin. Ich wollte gerade sagen, Kurzbeitrag. Es ist in der alten wie in der neuen Form gleich beschissen. Also brauchen wir das nicht diskutieren. Können wir beim nächsten Satzungsänderungsantrag korrigieren. Hallo. Also Frist von zwei Wochen bedeutet, dass es die minimale Zeitspanne zwischen Parteimitglied bekommt E-Mail vom Vorstand und der Parteitag wird eröffnet. Und wie lang organisatorisch noch Vorlauf ist, das kann variieren. Wenn Hochwasser ist oder sonst was, dann kann es durchaus mal ein halbes Jahr da waren. Danke. Ja, keine Ahnung. Das ist dann vorher schon so drin. Lassen wir es einfach. Weiterer Redebedarf. Dann möchte niemand. Dann, wenn es keine Gegenrede gibt, schließe ich die Rednerliste. Möchtest du noch was Abschließendes sagen? Nein. Gut. Dann wird jetzt über den Satzungsänderungsantrag Nummer 3 abgestimmt. Zwei Drittel Mehrheit wie gehabt. Blaue Karte, wenn ihr dafür seid. Und gelbe Karte, wenn ihr dagegen seid. Ich bitte mal eben darum. Ja, ich sehe bei einer Gegenstimme, dass zwei Gegenstimmen, dass er angenommen wurde. Gut. So, kurzer Hinweis, wir haben es jetzt kurz nach 18 Uhr. Ihr habt vielleicht das noch am Vormittag mitbekommen, dass eine Maximalzeit von 19 Uhr, und das ist auch schon grenzwertig, hast du gesagt, gemacht werden kann. Was ich euch jetzt vorschlagen würde, ist, also ich würde jetzt zwei Sachen fragen, ob ihr jetzt halt partout aufhören wollt oder ob wir es zumindest noch mal um eine halbe Stunde erstmal verlängern. Nach einer halben Stunde können wir ja immer noch gucken, was da kommt. 18.30 Uhr ist, denke ich mal, auch noch ein Pensum. Deswegen würde ich mal ein Meinungsbild einholen. Wer ist dafür, dass die Veranstaltung jetzt gleich abrupt beendet wird? Dann bitte ich einmal darum, die blaue Karte zu zeigen oder die gelbe, wenn ihr dem nicht zustimmt. Ich sehe, dass das negativ ist. Dann bitte ich nochmal um das Meinungsbild, das wir jetzt noch bis 18.30 Uhr machen. Mindestens bis 18.30 Uhr. Okay, wir kommen dann zum, es ist positiv ausgegangen, wurde mit wenig Gegenstimmen angenommen. Wir kommen dann noch zum Wahlprogramm Punkt 2, Präferenzwahl bei der Wahl von Bürgermeistern und Landräten. Grüß dich. Ja, das müsste heute der letzte Antrag von mir sein. Also ich habe noch einen, aber der wird wahrscheinlich heute nicht drankommen. Genau, ich habe irgendwie auf einmal einen Antrag im Liquid Feedback entdeckt, den ich noch gar nicht eingereicht hatte. Der ist schon von Ende 2012, glaube ich. Oder Anfang 2012, keine Ahnung. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, also es gibt zur Zeit, oder es gab Kommunalwahlen und bei diesen Kommunalwahlen wurden Bürgermeister und auch Landräte gewählt. Aber, also manche wurden nicht sofort gewählt, weil sie nicht mindestens 50 Prozent der Stimmen erreicht haben, also keine absolute Mehrheit. Und ja, das bedeutete, es muss eine Stichwahl geben zwischen den beiden Bestplatzierten, also nochmal ein weiterer Wahlgang. Gut, und dieser Antrag, das ist ein Wahlprogrammantrag, der sieht vor, dass anstatt einer Stichwahl wird eine Präferenzwahl genommen, also schon bei der ersten Wahl. Das heißt, wenn, Moment, also die Bürgermeister oder Landräte dann zur Wahl stehen, die stehen dann auf der Liste und ihr könnt dann dort Zahlen eintragen von eins bis sonst was. Und dort, damit könnt ihr dann festlegen, in welcher Reihenfolge ihr diese Kandidaten bevorzugt. Und daran kann dann errechnet werden, welcher Kandidat gewählt werden soll. Also da wird dann das umgangen, also man hat ja diese Stichwahl eingeführt, dass nicht irgendwie, ja, dass dann Leute irgendwie mit, was weiß ich, 20 Prozent gewählt werden. Bei einer Präferenzwahl gibt man ja seine Präferenzen an und kann dadurch festlegen, okay, wenn ich jetzt, wenn dieser Kandidat nicht diese absolute Mehrheit bekommt, dann möchte ich den nächsten Kandidaten, diesen wählen. Also spart man sich dadurch eine Stichwahl. Genau, dieser Antrag ist angelehnt an den Vorschlag von dem Mehr Demokratie e.V. Der schlägt auch diese Präferenzwahl vor und, ja, die... Langsam zum Ende kommen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dafür stimmt. Fragen zu dem Antrag? Fürsprechen, Gegensprechen, wie immer einfach ans Mikro. Ich finde den Antrag sehr gut. Also ich weiß, dass in Wittenberg von den großen Parteien, CDU, Linke, SPD, Freie Wähler, die gehören ja auch dazu, dass das da auch schon in Erwägung gezogen wird, das zu machen, um halt auf diese Nachwahl zu verzichten. Und wenn wir das im Programm haben, finde ich das ganz gut, dann kann man mal ein bisschen angeben damit, also dass wir das schon haben. Test, ja. Meine Frage dazu wäre, wie viel Mehraufwand würde das unter anderem bedeuten, beziehungsweise, um das denn irgendwie rechnerisch rauszukriegen, ist dafür ein Computer nötig, Stichwahl Wahlcomputer? Ich muss gerade gucken. Okay, ich habe, glaube ich, die bestimmte Präferenzwahlmethode nicht angegeben. Also der Mehr Demokratie e.V. schlägt die Methode Instant Running oder Run Off. Oh, steht da, cool. Ach ja, genau, da steht es. Hat das vorgeschlagen, das ist eigentlich eine recht einfache Methode. Natürlich ist der Aufwand ein bisschen größer, als wenn man immer nur zählt, okay, wie viel Stimmen hat der bekommen, wie viel der und so weiter. Ja, es ist schon ein bisschen größerer Aufwand, aber ich denke mal, das macht diese Stichwahl schon wett. Also, ja, also. Wie bitte? Ist ein Computer dafür notwendig oder sinnvoll? Also jetzt werden ja, glaube ich, eh schon so ein Computer zum Berechnen benutzt, aber notwendig ist es nicht. Also es ist eine recht einfache Methode, die man auch per Hand machen kann. Also würde natürlich, glaube ich, das ein bisschen vereinfachen. Ja, ganz kurze Frage, nur mit bitte einer kurzen Antwort. Ist es deiner Einschätzung nach möglich, dieses Instant Running Off Voting Verfahren auf dem Wasser und innerhalb von drei Zeilen darzustellen, damit auch derjenige, der wählen muss, das versteht? Aber ansonsten bin ich dafür. Meinst du jetzt beim Ausfüllen des Settles? Genau, dass auf dem Zettel oben derjenige, der die Stimme abgeben soll oder darf oder möchte, da oben innerhalb von drei Zeilen oder weniger erklärt bekommt, wie er das macht. Das ist nämlich schon bei zwei Stimmen bei der Bundestagswahl manchmal ziemlich schwierig für die Leute anscheinend. Ja, siehst du, das ist schon wieder das Problem. Ich sehe ja schon, dass bei der Bundestagswahl ziemlich einfach. Also ich bin schon der Meinung, dass man das in drei Zeilen hinbekommt. Ja, kann natürlich sein, dass es nicht jeder versteht. Also man muss wirklich da nur die Zahlen anhand der, die Zahlen eintragen, wie man die Reihenfolge haben möchte. Und dann muss nur noch dastehen, okay, je größer, desto weiter vorne ist er oder andersrum. Gut, ich sehe keine weitere Fragesteller oder Redner mehr. Denn wenn kein noch dagegen spricht, dann schließen wir die Rednerliste. 3, 2, 1, die Rednerliste ist damit geschlossen. Frage an dich, wolltest du nur Abschluss? Nur ganz kurz. Also ich habe den Antrag eigentlich nur wieder entdeckt, weil ich dachte, wir hatten den schon mal beschlossen. Gerade als es jetzt hier bei den Kommunalwahlen gab, es auch in der Zeitung Artikel, wo stand, okay, wir müssen das vielleicht ändern, es ist so viel Aufwand, so eine Stichwahl zu machen. Es gab halt auch wieder die Vorschläge von dem Demokratie e.V. Und eigentlich wollte ich nur zeigen, okay, wir haben hier schon eine Lösung. Wir sind auch der Meinung, dass wir das haben, aber leider war das nicht so. Also sorgt dafür, dass es jetzt wirklich drin steht. Gut, Dankeschön. Dann steht da eine Abstimmung über diesen Wahlprogrammpunkt. Nichts mehr im Wege. Ich frage die Versammlung, wer stimmt diesem Wahlprogrammpunkt zu? Ich stelle fest, der ist mit eindeutiger Mehrheit ohne Gegenstimmen angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Das Wahlprogramm ist einfach eine Mehrheit, nur Satzungsänderungsanträge. Aber übrigt sich in dem Fall ja sowieso, weil ohne Gegenstimmen... So, dann kommen wir mal zum nächsten Programmpunkt. Das ist ein Programmantrag. Einrichtung einer neuen Rundfunkkommission. PP01. Ja, erstmal kleine Anmerkung, das ist kein Programmantrag, das ist ein Positionspapier. Sorry. Ja, weil aus dem ganz einfachen Grund, das ist noch nicht Endstadium. Also dies ist erstmal quasi eine Idee, die eine Art Diskussionsgrundlage bilden soll. Also gehe ich mal kurz drauf ein. Es geht darum, dass wir im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der eine Grundlage ist für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eine Kommission eingerichtet haben. Diese Kommission nennt sich KEF. Diese Kommission bewertet den Finanzbedarf der Rundfunkanstalten. Allerdings macht sie nur eine betriebswirtschaftliche Prüfung. Das bedeutet, haben diese Rundfunkanstalten einen höheren Finanzbedarf, bewertet diese Kommission lediglich daran, ob sie mehr Investitionen hatten und deswegen wirklich einen höheren Finanzbedarf haben oder nicht. Ob diese Investitionen Sinn machen oder in irgendeiner Weise für die Beitragszahler sinnvoll sind, wird nicht bewertet. Das ist nicht ihre Aufgabe. Und deswegen, da auch die Rundfunkgremien, also der Fernsehrat, der Rundfunkrat, ihre Aufgabe in diesem Bereich nicht, aus meiner Sicht, nicht so nachkommen, wie sie es eigentlich sollten. Denn ihre Aufgabe ist genau die Bewertung der Investitionen. Wie wir wissen, in diesen Gremien gibt es großen Parteienproport, also sehr viel Einfluss von Parteien, sehr viel Einfluss von gewissen Gruppierungen, die angeblich die komplette Gesellschaft vertreten. Da sind dann zu nennen Gewerkschaften, Kirchenvertreter etc. Und aus meiner Sicht nehmen diese Gremien ihre Arbeit nicht mehr in den Umfang wahr, in dem sie ihn wahrnehmen sollten. Deswegen die Kommission, deren Aufgabe soll es sein, quasi diesen Finanzbedarf auch anhand des Rundfunkstaatsauftrages, den wir im Rundfunkstaatsvertrag festschreiben oder der immer festgeschrieben ist, bewerten. Ganz wichtig, sie handeln genauso wie die KEF. Das heißt, das ist nicht verbindlich. Die geben lediglich ein Gutachten bzw. eine Empfehlung raus, die quasi sagt, dieser Finanzbedarf ist anhand des Rundfunkstaatsauftrages sinnvoll, also es wurden gute Investitionen quasi gemacht oder es ist halt nicht sinnvoll. Denn nochmal direkt zum Antrag, also das ist die Grundprämisse. Jetzt nochmal zum Antrag selbst. Wie setzt sich das zusammen? Also ich habe ja in den Gremien quasi schon die Gesellschaft vertreten, also muss ich ja in der Kommission jetzt quasi Ähnliches abbilden. Ich habe mir gedacht, die Gesellschaft direkt wieder abzubilden, hat ja so nicht ganz funktioniert. Wir sehen in den Gremien, dass die Parteien übermäßig viel Druck auf andere Gesellschaftsgruppen ausüben bzw. selbst ihre Ministerpräsidenten und so weiter reinwählen. Deswegen soll die Kommission aus meiner Sicht zu zwei Teilen bestehen. Ein Teil ist direkt von Medienschaffenden besetzt plus Wissenschaftler, das heißt Medienwissenschaftler, Produzenten und Journalisten, am besten gleichrangig und auf der anderen Seite aus Beitragszahlern. Und dort, so schreibe ich es, habe ich es im Positionspapier geschrieben, soll auf einen sozialen Querschnitt geachtet werden. Würdest du bitte langsam zum Schluss kommen? Okay. Ja, soll auf einen sozialen Querschnitt geachtet werden, dass auch das Gros der Beitragszahler vertreten ist. Also quasi auch ein direkt demokratisches Element eingebunden werden. Gut, dann gibt es Frage, Anregungen für Sprache. Befür würden wir mit dem Antrag indirekt eigentlich die Rundfunkgebühr, weil wir waren ja mal für eine Kulturflätträt und wollten ja die GIZ eigentlich mehr oder weniger abschaffen. Weil das liest sich jetzt, ich finde das ja ganz gut, aber es liest sich halt, als ob wir die GIZ beibehalten wollen, so wie sie ist und Abstand nehmen von der Kulturflätträt. Also damit ist weder die GIZ, also die gibt es an sich in der Form sowieso schon nicht mehr. Ja, genau. Ich befürworte hier nicht eine bestimmte Ausgestaltung eines Rundfunkbeitrages. Ich befürworte aber einen gewissen Beitrag, also dass jemand für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlt. Ja, von mir erstmal die Anmerkung, ich denke auch, dass man dort bestimmte Sachen verändern sollte. Allerdings die Frage an dich, warum muss das jetzt tatsächlich noch ein dritter Rat werden? Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat ja schon eindeutig bei dem Rundfunkrat gesagt, dass die Zusammensetzung so nicht in Ordnung ist, beziehungsweise warum sollte man denn den KEF nicht mit den Rechten ausstatten, dass er halt auch den Auftrag prüft, also diesen Staatsauftrag prüft und dann nicht nur eine Empfehlung abgibt. Du meinst jetzt das Gutachten der KEF quasi aufwerten, indem es verbindlich wird, oder? Ja, beziehungsweise auch, dass der Staatsauftrag geprüft wird. Da muss ich widersprechen, weil das würde in die Programmautonomie der Rundfunkanstalten eingreifen. Wir haben nicht das Recht, das Programm der Rundfunkanstalten vorzuschreiben. Deswegen muss es empfehlenden Charakter. Vielleicht noch zum ersten Teil? Den habe ich jetzt nicht mehr. Mit der Zusammensetzung von dem originalen Rundfunkrat, wie es jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht. Achso, ja, der wurde ja leicht verändert. Ja, wie gesagt, ich habe ja hier eine komplett andere Zusammensetzung. Also ich finde mein Modell ja eigentlich als Zusatz eher. Also ich sage nicht, dass wir die Gremien abschaffen, die bleiben bestehen und die sollen nach der neuen Zusammensetzung auch zusammengesetzt werden. Diese Kommission ist jetzt auch nicht wirklich ein größerer Mehraufwand, weil die KEF, deren Zahlen, das sind ein paar Tausende von Euro. Das ist verglichen mit dem, was wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk an Zahlen hantieren, Peanuts. Ja, grundsätzlich finde ich den Antrag auch ganz gut. Ich frage mich immer so, das ist halt, also finde ich sozusagen eine schwierige Frage, wie man denn diese jeweiligen Personen auswählt. Also sozusagen werden die jetzt gewählt, von wem werden die gewählt, wer wählt die aus, weil halt gerade, das ist ja sozusagen der Politiker, die in verschiedenen Gremien sitzen, sie sind ja sozusagen legitimiert durch eine Wahl irgendwie. Also wie kann man die Personen legitimieren oder wählen, die dort reinkommen? Hast du da schon eine Idee? Ja, ich weiß. Ja, ich habe es direkt im Antrag drin, dass die von den Länderparlamenten, also von den Parlamentariern ernannt werden, aber unter den Gesichtspunkten, sie sind nicht an staatlichen Institutionen beteiligt und unparteiisch. Meine Frage ist nochmal, wir sind ja auf dem Landesparteitag, ist das nicht eher Bundespolitik dann? Ja, genau. Das ist Landespolitik? Ja, Landespolitikengesetz. Ich dachte dann, dieser Beitrag ist dann nur für Sachsen-Anhalt, wo die Leute drinnen sitzen, oder für Deutschland? Nein, also generell wird das am Ende auch auf Bundesebene, das ist das weitere Ziel. Deswegen ist es hier auch nur als Positionspapier und kein Programmpunkt. Es ist ein Angebot, ein erstes Diskussionsangebot auf Landesebene, weil du musst die landesmädigen Gesetze immer als erstes angreifen quasi. Das meinte ich ja. Naja, sagen wir mal, angenommen wir wurden es 2016 im Landtag schaffen und da wurde wieder irgendwas, Rundfunkbeitrag, irgendwas geändert, was dann halt im Bundesrat abgestimmt werden sollte und wir sagen, wir sind dagegen, gegen einen neuen Rundfunkbeitrag, was weiß ich auch immer. Das hatte ich ja vorhin schon mal gefragt, beißt sich das dann nicht mit diesem Antrag, dass wir ja Kommission einsetzen wollen und so und so? Du kannst so leicht nicht dagegen stimmen, das ist es ja. Wenn die KEF Tatsache bewertet, dass der höhere Finanzbedarf existiert, dann kannst du als Parlamentarier viel tun, du hast keine Begründung dagegen. Du brauchst eine neue Begründung und da wäre diese Kommission zum Beispiel eine Möglichkeit, die ein Gutachten erstellt, die Investition war Quatsch. Dann hat der Parlamentarier wieder die Möglichkeit, ey, eure Investition war Quatsch. Aber das politische Ziel muss dann auch sein, das wieder abzuschaffen. Keine Zwiegespräche und nicht mehrere Fragen bei einem, bitte. Ja, eine Frage, woher wollen wir die neutralen Sachverständigen nehmen? Es gibt keine neutralen Sachverständigen. Zweite Frage, lass uns doch ein Schöpfensystem machen. Das heißt, wird per Los entschieden, aus denen die Zahlen? Neutral wäre eine Möglichkeit und neutral habe ich nicht reingeschrieben, aus genau solchen Gründen. Gut, so wie es aussieht, ist die Rednerliste auch hier erschöpft. Ich würde die schließen, wenn nicht etwas dagegen spricht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann schließe ich hiermit die Rednerliste und gebe dir nochmal eine Gelegenheit für ein letztes Wort. Verzichtest du drauf? Gut. Dann schreiten wir zur Abstimmung über dieses Positionspapier. BP01, Frage die Versammlung. Wer würde dieses Positionspapier annehmen? Also stimmt dafür, dieses Positionspapier aufzunehmen? Positionspapiere reicht eine einfache Mehrheit. Das ist also klar erkennbar, eine einfache Mehrheit weit drüber. Somit ist dieses Positionspapier angenommen. Wir schreiten weiter in der Tagesordnung zum SEA 06. Änderung der Regelung bei Handlungsunfähigkeit des Landesvorstandes derzeit in Diskussion. Der steht so auf der Tagesordnung. Der wäre doch eigentlich konkurrierend gewesen. Der Antragsteller bitte mal zu uns. Der Antragsteller bitte mal zu uns. Also gut, der Antragsteller ist nicht da. Ich sehe da sowieso ein gewisses Problem. Weil auch dieser Antrag, nämlich genau den Paragraf 9 Absatz 3 über den außerordentlichen Parteitag ändern will. Diesmal in anderer Form. Den hätten wir vorhin konkurrierend abstimmen müssen. Man kann ihn jetzt abstimmen, weil wenn er nicht konkurrierend ist und es jetzt nachträglich kommt, würde er natürlich den vorher abgestimmten SEA 003 natürlich überstimmen bzw. überschreiben. Weil dieser als erstes abgestimmt worden ist, dann wäre der eigentlich richtig hinfällig. Jetzt die Frage als erstes. Da der Antragsteller nicht da ist, gäbe es jemand, der diesen Antrag übernehmen möchte? Dann stelle ich jetzt ein Meinungsbild zur Diskussion und frage, ob das Ganze zu heilen, ob die Versammlung einverstanden damit wäre, dass einer aus der Versammlungsleitung oder jemand diesen Antrag übernimmt und dann zurückzieht. Ob das ein Weg wäre? Ein einfaches Meinungsbild, ob so eine Handlungsweise der Versammlung entgegenkommen würde. Ein Ja oder ein Nein? Also bei sehr geringer Beteiligung sehe ich eigentlich ein positives Meinungsbild. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, da der Antragsteller jetzt nicht da ist, dass wir diesen Änderungsantrag vortragen, ihr dann direkt darüber abstimmt bzw. natürlich Fragen stellen könnt, die natürlich keiner groß beantworten kann. Oder wir vertagen diesen Punkt, was natürlich bedeuten wird, da wir heute nicht mehr alle Punkte schaffen, dass er damit eigentlich hinfällig wäre und rausfällt, weil, so wie ich weiß, in der GO drinsteht und in der Satzung drinsteht, dass alle Punkte, die nicht behandelt wären, dann verfallen und nicht auf den nächsten Landesparteitag verschoben wären. Alles natürlich unglückliche Geschichte. Ich würde sagen, die beste Methode ist, wir lese den Antrag kurz vor und die Versammlung kann darüber entscheiden, ob sie denn durch ihre Abstimmung, wie man es behandeln soll. Ich habe eine Verfahrensfrage. Liebe Versammlungsleitung, meine Verfahrensfrage, wenn der nicht da ist, dann muss man einfach fragen, muss man da nicht einfach fragen, wer möchte übernehmen und wenn es keiner übernehmen will, dann... Das kann man machen werden und dann fällt auch hinterunter, kann man auch machen. Wie gesagt, aber es besteht halt auch die Möglichkeit, ein Antrag, da er ja schon lange einlängst, dass ein Antragsteller im Grunde genommen auch das Recht hat, dass der Antrag einfach mündlich vortragen wird, weil er ist ja eingereicht, dass ich wie vorhin zu Protokollgeber eines Rechenschaftsberichtes gebe. Dann kann man das auch in der Richtung sehen und das würde vielleicht unter Umständen sein Antragsrecht verletzen. Das sollte man ja möglichst unterlassen, bzw. wenn es anders zu umgehen wäre, wäre es natürlich die saubere Lösung. Aber wir können es durchaus so tun, wenn... Ja, also ich kann es halt nur so mit dem Übernehmen... Ich glaube, egal wie wir es machen, der Antrag wird eh hinterunter fallen. Also ich frage eigentlich, welches die Versammlung als sauberste Lösung dafür findet. Dann frage ich jetzt einfach... Also ich wäre schon dafür, dass wir den Antrag wenigstens mal kurz durchsprechen. Zur Not übernehme ich ihn auch. Ich kenne mich jetzt in großem Lichter mit aus und nicht aus. Ich habe mit dem Roland auch noch nicht drüber gesprochen, aber ich finde ihn wichtig. Gut, das ist auch eine klare Meinung. In dem Grunde ist, wenn ich es richtig sehe, nochmal zum Verständnis, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Antragsreihenfolge eh durch eine Art Liquid oder so irgendwas, durch eine Bereitzevorabstimmung erfolgt. Und der ist also nicht ganz hintergelandet. Also scheint da einige auch wichtig gewesen zu sein. Und deshalb sollte man meiner Meinung nach auch kurz behandeln. Also dann ist ganz einfach, ich lese jetzt einfach den Antragsfonds, ne? Also Änderung der Regelung bei Handlungsunfähigkeit des Landesvorstandes. Der Landesparteitag möge beschließen, der Paragraf 9, Klammer 10, Absatz 3, wird durch den folgenden Text ersetzt. Bei einem handlungsunfähigen Vorstand führt der dienstälteste Vorstand der nächsten Gliederung kommissarisch die Geschäfte, bis ein von ihm unverzüglich einberufender, zu berufender, außerordentlicher Parteitag schnellstmöglich stattgefunden und einen neuen Vorstand gewählt hat. Mit der Neuwahl des Vorstandes endet die kommissarische Geschäftsführung. Begründung, die derzeitige Regelung lässt, wie auf Bundesebene sichtbar, verschiedene Interpretationen zu, die in der sowieso schon gefährlichen Situation eines handlungsfähigen Vorstandes Reaktionen verzögern oder gar unerwünschte Vorgehensweisen ermöglichen können. Darin ist eine konkretere Regelung notwendig. Paragraf 9, Klammer 11, enthält den eleganten Ausweg, den dienstältesten Vorstand einer niedrigeren Gliederung kommissarisch einzusetzen. Die Regelung wird nun in Paragraf 9, Klammer 10 übertragen. Das zur Begründung. Jetzt, Fragen sind natürlich schwierig zu beantworten. Bestehe Fragen dazu? Ich habe keine Frage, aber jetzt nochmal die Anmerkung, also der ist nicht konkurrieren zu dem Antrag, den wir vorhin schon beschlossen haben. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, die sehen ähnlich aus, aber das sind wirklich unterschiedliche Paragrafen. Also vorhin haben wir Paragraf 9b, 9b Absatz 3 geändert, oder? Moment. Genau, und das ist jetzt hier Paragraf, eigentlich müsste da stehen Paragraf 9a, das ist denn Absatz 10, davon der dritte Absatz. Also es sind schon unterschiedliche Sachen. So, aber jetzt zu dem Antrag selber, ich finde den nicht so toll, ich würde es einfach so lassen, wie wir es bisher haben. Wieso müssen wir jetzt irgendwelchen Kreisvorständen, Landesvorstandsamt überhelfen? Also ich sehe zum Beispiel, früher war das in Magdeburg so, da wurden dann zum Beispiel drei Vorstände gewählt, gerade so. Einer wurde dann noch angerufen, ey, wir brauchen jetzt noch einen Kandidaten. Und es kam gerade so ein Vorstand zusammen. Und dann auf einmal kriegen sie dann das übergebirgt, dass sie auf einmal einen Landesvorstand spielen müssen. Das finde ich halt echt nicht gut. Und ja, kommissarisch, aber es ist schon viel zu tun, auch wenn es kommissarisch ist. Von dieser Problematik mal abgesehen, haben wir hier das Problem, dass die Formulierung, in dem nur das Wort Nächstengliederung da steht, extremst ungenau ist. Und also wenn man das einfach mal so, dies könnte man sein, es ist die geografisch nächste Gliederung gemeint und von der der nächste Vorstand, also weiß ich, soll jetzt von Hessen irgendein Gebietsvorstand von welcher Ebene auch immer jetzt was übernehmen. Also diese Formulierung ist wirklich extrem, extrem, extrem ungenau. Ja, sehe ich eh nicht. Dieser Passus lässt mindestens so viele Interpretationen zu wie der andere, weil da wäre zum Beispiel ein Regionalvorstand für mich dienstnäher, weil ein Regionalverband Kreisverbände enthalten kann. Würde ich dann zum Beispiel interpretieren können, dass ich die Kreisverbände übergehe und einen Regionalverband nehme, weil der halt näher wäre. Außerdem wird auch schon gesagt, ich helfe jemandem was über, ob der das will oder nicht, der wurde ja gar nicht gefragt. Ich glaube, hätten wir als Magdeburger Kreisvorstand plötzlich einen kommissarischen Landesvorstand gehabt, wir wären sofort zurückgetreten, auch als kommissarischer Vorstand zurückgetreten, weil wir das nicht hätten meistern können, so spontan. Also da halte ich viel zu viel Interpretationen und Möglichkeiten drin. Hallo, und zwar, in der Begründung steht irgendwas von wegen, die derzeitige Regelung lässt, wie auf Bundesebene sichtbar, verschiedene Interpretationen so zu und so weiter, bla bla bla. Ja, die Satzung ist da sehr eindeutig und lässt eigentlich keine Interpretation zu, wie mittlerweile aus mindestens drei Bundesschiedsgerichtsurteilen hervorgeht. Von dem her gibt es da eigentlich keinen wirklichen Handlungsbedarf in meinen Augen. Danke. Ja, in der Richtung wollte ich auch nochmal nachfragen. Das eine ist die nächste Gliederung, ist ja, schon wie gesagt, wurde ungenau. Die andere Frage ist, wenn man damit die niedrige Gliederung oder auch eine Nachbargliederung meint, was ist, wenn die das nicht annehmen möchte, beziehungsweise gar nicht existiert, wer übernimmt das dann? Gut, ich sehe jetzt niemand mehr an der Rednerliste, dann würde ich, wenn kein Widerspruch besteht, die Rednerliste schließen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann schließe ich die Rednerliste hier mit und wir kommen zur Abstimmung über diesen Satzungsänderungsantrag. Ich frage die Versammlung, wer möchte diesem Satzungsänderungsantrag zustimmen, der hebe die blaue dafür Karte, wer ihn ablehnen möchte, der hebe die gelbe dagegen Karte. Ich sehe bis auf eine dafür Karte nur gelbe Gegenkarte, damit ist dieser Antrag nicht angenommen. Und jetzt unser Vorschlag, also wir haben jetzt 18.32 Uhr, wir hatten vorhin gesagt, wir werden um die Uhrzeit nochmal nachfragen. Die Versammlung auch unter dem Gedanken, dass man natürlich ein bisschen abbauen muss und diese Geschichte, deshalb die Frage der Versammlungsleitung. Jetzt möchte die Versammlung weiter in der Tagesordnung fortfahren oder wollen wir zum Punkt, es ist alternativ noch vielleicht, wir haben hier noch unter dieser jetzigen Anträge noch den WP01, den wir vielleicht noch behandeln könnte und dann kämen der Unterpunkt, weitere Anträge, dass wir dann nach diesem Schluss machen, also wir behandeln jetzt noch den WP01 abschließend als letzter Antrag und nach dem WP01 schließen wir dann offiziell diesen Landesparteitag. Da frage ich jetzt, wer von der Versammlung ist für diese Vorgehensweise. Blaue Karte für die Führung, gelbe Karte für die Gegenkarte, ich sehe zwei Gegenkarten, sehr, sehr viele dafür Karten. Also werden wir in dieser Vorgehensweise fortfahren und behandeln schnellstmöglich jetzt gleich den WP01 und ich rufe den Antragsteller auf. Ja, es soll ja etwas schnell jetzt gehen. Naja, so viel ist eigentlich auch nicht zu sagen. Es geht um freie Lizenzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es geht dabei, das möchte ich eigentlich nur noch dazu sagen, nicht nur um Creative Commons Lizenzen, sondern auch um weitere, gerade auch aus dem Ausland noch existierende Lizenzarten, die aber alle als freie Lizenzen gelten. Ja, und dass man die halt in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi als Lizenzart nimmt. Ich habe hier eine Beschränkung reingenommen, das ist halt auf primär, nee, eigentlich auf hauseigene Produktion beziehungsweise hauseigene Archive. Der Grund ist, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich auch keine Rechte an Drittmittel etc. hat und Agenturen, mit denen sie letztlich zusammenarbeiten. Ja, das ist so das Primäre. Du möchtest dich für die Einführung von freien Lizenzen einsetzen. Erstens gibt es die schon. Zweitens gibt es die hauptsächlich in den meisten Fällen deswegen nicht, weil die Dinger eingekauft sind oder irgendwie einen Auftrag produziert, wo das einfach von den Produzenten nicht akzeptiert wird. Von daher, man könnte es jetzt so reinschreiben, das wäre aber ein reiner Papiertiger. Kann ich dir nicht zustimmen, weil das ist leider nicht so wahr, dass es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Tatsache freie Lizenzen so einfach gibt. Das stimmt nicht. Die Verträge werden nicht mit freien Lizenzen geschlossen. Es gibt Pilotprojekte, da gebe ich dir recht. Es gibt mittlerweile auch Sendungen, die das beinhalten, aber die sind auch nichts weiter als das. Pilotprojekte. So, ich sehe keine weitere Redebeiträge oder in der Rednerschlange. Dann würde ich, wenn kein Widerspruch besteht, die Rednerschlange schließe. Und die Redeliste kein Widerspruch. Dann schließe ich hiermit die Redeliste. Und wir können zur Abstimmung dieses Wahlprogrammpunktes kommen. Ihr Wahlprogramm reicht auch einfache Mehrheit. Deshalb frage ich die Versammlung, wer stimmt diesem Wahlprogrammpunkt zu? Bitte die blaue Karte. Wer lehnt diesen Wahlprogrammpunkt ab? Bitte die gelbe Karte. Und ich stelle fest, bei zwei Gegenstimmen ist dieser Wahlprogrammpunkt natürlich angenommen. Dankeschön. So. Und nach der vorhergehenden Abstimmung ist jetzt, wie so hier jemand vorne sagt, Schluss. Nein, es ist noch nicht ganz Schluss. Wir müssen euch noch ein klein bisschen quälen. Und zwar in der Hinsicht, dass wir auf einer Seite die Versammlungsleitung sich bei dem Rest der Verbliebenen, die hier sind, bedanken. Eventuell, wenn Aufräumarbeiten nötig sind, euch bittet doch, die, die noch verblieben sind und die hier das Ganze organisiert haben, dahingehend zu unterstützen, dass die nicht noch ewig lang, dass es also bis 20 Uhr auch schaffbar ist, dieses Ganze hier zu räumen. Denn noch von meiner Seite aus ein Dank auch hauptsächlich an den Beamer-Bediener und unseren Timer-Bediener, der die ganze Zeit durchgehalten hat. Und völlig unverbreitet, also da war keine große Absprache. Das hat also hervorgegangen ohne Absprache geklappt. Herzlichen Dank dafür. Denn ein Dank natürlich an den Protokollanten, der die ganze Zeit hier fleißig protokolliert hat. An die gesamte Crew natürlich, die das vororganisiert hat, dieser Gensektor hinter der Akkreditierung und alle. Und auch an die Versammlung, die wirklich meiner Meinung nach sich sehr diszipliniert. Und wir haben ziemlich viel geschafft, obwohl am Anfang Bedenken war, ob wir wirklich überhaupt zu Punkten kommen und den Vorstand überhaupt wählen können. Aber das hat alles sehr, sehr gut geklappt, aber nur mit eurer Mithilfe. Und für die letzten Schlussworte übergebe ich nochmal das Wort, weil er wollte eigentlich Schluss machen, aber jetzt will er doch noch was sagen. An einen eurer Vorstände und sage herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Halt, bevor du redest, du kriegst zwar noch das Wort. Ich wollte nur im Gegenzug auch der Versammlungsleitung, der Wahlleitung danken. Also es war ein sehr guter Job. Dankeschön. Genau, also obwohl des Trubels, den es halt im Vorfeld um die Versammlungs- und Wahlleitung gab, war das eine sehr gute Veranstaltung, fand ich. Dankeschön. Dankeschön. Gut, dein offizieller Teil wird um 18.39 Uhr beendet. Ich schließe hiermit diesen Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Ja, ich will nur zwei Worte hinzufügen eigentlich, nochmal auch von unserer Seite, von dem neuen Vorstand. Ganz herzlich Dankeschön an die, die durchgehalten haben, auch an die aber, die heute hier waren und einen langen Weg auf sich genommen haben. Ich weiß, muss ich auch sagen, die Altmark hatte ihren letzten Zug 17.42 Uhr, den konnten sie nur nehmen. Wir haben das bis zur letzten Minute durchgehalten und ganz, ganz herzlichen Dank an die Versammlungsleitung. Es ging ohne Dolmetscher, wir haben es verstanden, aber nicht so aufgehegt. Es ist alles super gegangen. Wir haben eine Basis wiedergelegt, denke ich mal. Ich hoffe, wir haben ein Verständnis zueinander wieder, ein bisschen mehr gefunden. Und die nächste Zeit wird zeigen, dass wir das, was wir auch immer jetzt hier gesagt haben und auch in der Aussprache hatten, dann leben. Ich denke mal, alle werden sich daran wirklich messen lassen müssen. Es wäre schön, wenn euch jemand mit abräumen könnte.